Abschnitt 1 von Odysseus Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Odysseus aus Erzählungen aus der alten Welt von Karl Friedrich Becker Erster Abend Telemachus Entschluss Ihr habt längst, begann der Lehrer, nachdem sich der Kreis seiner Zöglinge um ihn gesammelt hatte, von dem berühmten Trojanischen Kriege gehört. Ihr wißt, daß es nach einer zehnjährigen Belagerung endlich der vereinigten Macht der Griechen gelungen war, die stolze Stadt des Priamos zu erobern. Troja, oder wie Homer sie gern nennt, die heilige Ilios, wurde zerstört und verbrannt, und die Fürsten, die nun des Kampfes und der Abenteuer genug hatten, zogen ihre Schiffe ins Meer und segelten mit ihren Gefährten in die Heimat zurück. Mancher erreichte dieselbe glücklich, mancher aber ward von Stürmen auf dem Meere umhergetrieben und irrte lange unter Elend und Gefahren aller Art umher. Agamemnon, der tapferste der übrig gebliebenen Helden, erfuhr noch größeres Unglück. Frommen Herzens, den Göttern für seine Rückfahrt dankend, erblickte er den väterlichen Palast, eilte freudig in die Arme seiner lang entbehrten Gattin, ohne zu wissen, daß die Treulose sich während seiner zehnjährigen Abwesenheit mit einem anderen vermählt hatte. Die Ehebrecherin empfängt ihn mit verstellter Zärtlichkeit und bereitet ihm ein Bad. Er entkleidet sich und streckt die müden Glieder mit Wohlbehagen. Da plötzlich, indem er sorglos ruht, überfällt ihn der Räuber seines Eigentums und seiner Gattin mit derselben und tötet ihn mit dem Schwerte. Nicht so handelte die edle Penelope, des tapfern Odysseus, schöne Gemahlin. Auch sie hätte, wenn sie gewollt, sich längst wieder eines Gemahls erfreuen können, denn eine Menge junger Fürsten und Edlen bestürmte sie, da ihr Gatte von Troja nicht zurückgekehrt war, mit Bewerbungen, und jeder wünschte, sie zur Ehe zu gewinnen. War sie doch ebenso klug als schön, dazu besaß sie großen Reichtum von Schafen und Rindern und allerlei Vieh, und wer mit ihr vermählt ward, der durfte hoffen, an Odysseus' Stelle als der Erste auf der Insel die übrigen kleinen Fürsten derselben zu beherrschen. Das lockte die stolzen Jünglinge gar sehr, und sie drangen auf alle Weise in die schöne Königin, als Witwe in ihres Vaters Haus zurückzukehren, damit dort nach alter Sitte förmlich um sie geworben werden könne. Odysseus meinten sie, komme doch nimmer zurück, der sei gewiß längst zu den Toten eingegangen. Aber so leicht verdrängten die Schwätzer das Andenken an den Gemahl nicht aus dem Herzen der Penelope, so leichtsinnig wollte sie nicht ein Bündnis auflösen, das einst das Glück ihrer Jugend gewesen war. Er kehrt dennoch wieder, dachte sie immer, und wenn sie Tag und Nacht in Sehnsucht und Angst verweint hatte, so richtete diese frohe Hoffnung ihre Seele wieder auf. Aber es verging Jahr um Jahr, und kein Schiff brachte der treuen Königin den geliebten Gatten. Penelope hielt jeden Wanderer an, der nach Ithaka kam, und forschte bei ihm nach Kunde von dem Helden. Die anderen, erzählte man, seien längst zurück, Nestor in Pylos, Menelaus in Sparta. Vom Odysseus wußte keiner, wo er geblieben, ob er lebe oder tot sei. Neun Jahre harrte so die Vielgetreue in ihren Tränen, und neunzehn Jahre waren bereits vergangen, seit der Gemahl von Dannen gezogen war. Er hatte ihr bei der Abreise ein Knäblein hinterlassen, Telemachos geheißen, das nun zum schönen Jünglinge herangewachsen war. Der blieb ihr einziger Trost, aber auch er war viel zu schwach gegen die übermütige Rotte der Werber, die mit jedem Jahre zudringlicher wurde, und zuletzt auf ein heilloses Mittel verfiel, die arme Frau mit Gewalt zur Rückkehr in ihres Vaters Haus zu zwingen. Empörender ist wohl nie die Hilflosigkeit eines verlassenen Weibes missbraucht worden, als von diesen überlästigen Freiern. Sie verbanden sich mit allen Fürstensöhnen aus der Nachbarschaft und beschlossen sämtlich, über hundert an der Zahl, jeden Morgen in Odysseus' Palaste einzusprechen, von Odysseus' Herden und Kornböden zu zehren und von seinem Weine zu zechen, mit einem Worte, so lange von seinem Besitze zu prassen, bis Telemachos durch die Furcht vor gänzlicher Verarmung genötigt sein würde, die standhafte Mutter mit Gewalt aus dem Hause zu stoßen und sie dadurch zu einer zweiten Heirat zu zwingen. Seit dieser schändlichen Verabredung waren die weiten Hallen im Palaste des Odysseus von früh bis in die Nacht mit den ungebetenen Gästen gefüllt, die alle Diener des Königs zu ihrem Willen zwangen, von dem Fremden Gute an sich rissen, was ihnen beliebte, und mit rohem Spott und Gelächter den schwachen Besitzer verhöhnten. Der Reichtum der Herden nahm sichtbar ab, die Fülle des Kornes und Weines schwand, und niemand war, der den übermütigen Schwelgern Einhalt getan hätte. Penelope saß oben in ihrem Gemach am Webstuhl und weinte, Telemachos, so oft er sich unter der anmaßenden Schar sehen ließ, ward verlacht und verspottet. Ein Gott hatte über Odysseus' Haus solches Weg gesandt. Poseidon, der Beherrscher des Meeres, zürnte dem Helden, denn er war schwer von ihm beleidigt. Daher peitschte er ihn von Nord nach Süd, von Ost nach West auf dem weiten Meere umher. Er zertrümmerte seine Schiffe, tötete seine Gefährten und führte ihn durch Strudel und Klippen zu Völkern, deren Sitte und Sprache ihm fremd waren. Jetzt, während seine Habe von frechen Nachbarn verzehrt ward, saß Odysseus weit von der Heimat, gefangen auf einer einsamen Insel, wo eine Göttertochter, Kalypso, herrschte, die ihn nicht entlassen wollte, weil sie ihn zum Gemahl begehrte. Er aber, immer eingedenk des teuren Vaterlandes, der Gattin und des Sohnes, ging täglich hinaus ans Gestade, setzte sich wehmütig nieder bei der Brandung und wünschte nichts sehnlicher, als nur einmal noch den Rauch von seinem Hause aus der Ferne aufsteigen zu sehen, um dann beruhigt zu sterben. Das rührte die Götter im Hohen Olymp und vor allem seine Schützerin Athene. Einst, als sie alle im weiten Göttersaale versammelt saßen und der feindselig gesinnte Poseidon gerade abwesend war, um bei den fernwohnenden Äthiopen ein reiches Opfermahl einzunehmen, benutzte Athene die Gelegenheit, dem Vater Zeus das traurige Schicksal des Odysseus und der Penelope recht beweglich vorzustellen. Der König der Götter fühlte Mitleid und willigte gern in seiner Tochter bitten. Sie selbst wollte verkleidet zum Telemachos gehen und ihm Mut in die Seele hauchen, und Hermes, so wünschte sie, sollte nach der Insel Ogygia eilen und der Kalypso den Befehl der Götter überbringen, daß sie den Gefangenen alsbald entlasse und ihrer Leidenschaft entsage. Froh der erhaltenen Erlaubnis, schickte sie sich sogleich zur Reise an. Schöne goldene Sohlen band sie unter die Füße, nahm die mächtige Lanze in die Hand, schwank sich mit Windesschnelle zur Insel Ithaka hinab und stand plötzlich in der Gestalt des Tafiakönigs Mentes an dem hohen Palaste des Odysseus. Hier sah sie mit Erstaunen das wilde Gewühl der Freier, wie sie zechten und schmausten, spielten und lärmten, und wie die Diener alle beschäftigt waren, Fleisch zu zerlegen, die Tische abzuwaschen, Wein einzuschenken und nach alter Sitte in mächtigen Krügen mit Wasser zu mischen. Unter ihnen saß der jetzt zwanzigjährige Telemachos bekümmerten Herzens, ohne Teil an ihrem Jubel zu nehmen. Kaum sah er den fremden Mann an der Tür, so ging er ihm schnell entgegen, reichte ihm die Hand, nahm ihm die Lanze ab und begrüßte ihn freundlich. Hierauf führte er den unbekannten Gast in die Wohnung, doch nicht unter die Schmausenden, damit ihm das Mahl nicht verleidet würde durch das wüste, schwelgerische Getümmel. Der Fremde mußte sich auf einen erhabenen Sessel setzen, ein Fußschemel unterstützte die Füße. Telemachos nahm neben ihm Platz und auf seinen Wink brachte sogleich eine Dienerin eine schöne goldene Kanne auf einem silbernen Waschbecken, besprengte beiden die Hände, daß sie sich wüschen, und stellte ein geglättetes Tischchen vor sie hin. Die Schaffnerin legte Brot darauf und Fleisch, während ein rascher Diener Wein einschenkte. Aber erst nachdem der Fremde mit Speise und Trank sich geletzt hatte, fragte ihn Telemachos nach seinem Namen und nach dem Zwecke seiner Reise. »Ich bin Mentes,« sagte die Göttin, »des Anchialos Sohn, und beherrsche die Tafir. Soeben bin ich mit einem Schiffe hierher gekommen, welches samt meinen Leuten draußen in einer Bucht vor Anker liegt. Ich habe eine Reise nach Temeser vor, wo ich Kupfer gegen blinkendes Eisen eintauschen will. Odysseus und ich sind alte Freunde, darum habe ich bei dir einsprechen wollen, um zu sehen, wie es hier gehe.« Telemachos klagte darauf in einer langen Erzählung dem Gastfreunde sein Leid. Die Göttin hörte aufmerksam alles an, als erfahre sie es eben jetzt erst. Dann nahm sie kräftig das Wort und flößte dem armen Jünglinge Mut ins Herz. Sie riet ihm, einen männlichen Entschluß zu fassen, in öffentlicher Versammlung den trotzigen Freiern dreist das Haus zu verbieten und vor allen Dingen sich aufzumachen nach Pylos und Sparta, wo die wackern Helden Nestor und Menelaus wohnten, welche des Odysseus' Gefährten auf dem Zuge gegen Troja gewesen waren. Von ihnen solle er Nachricht einziehen, wo sie seinen Vater verlassen hätten und fragen, wo er sich jetzt aufhalten möge. »Denn tot ist er nicht«, fügte Mentes hinzu, »das sagt mir eine göttliche Ahnung.« »Nur durch Stürme weit verschlagen und durch grausame Menschen aufgehalten wartet er sehnend der Heimkehr, und gewiß wirst du ihn wiedersehen, wofern du meinem Rate folgst.« Der Jüngling fühlte sich von Hochachtung gegen den verständigen Mann erfüllt, und als einen alten Freund seines Vaters gewann er ihn schnell lieb. Er wollte ihm nach gastfreundlicher Sitte ein Geschenk zum Abschiede reichen, aber Mentes schützte seine notgedrungene Eilfertigkeit vor. Ungebadet sogar müsse er weggehen, bei der Rückfahrt jedoch werde er sich wieder einstellen und dann das Gastgeschenk mitnehmen. Er verschwand darauf plötzlich wie auf Flügeln eines Vogels, und jetzt erst ahnte Telemachos, daß er mit einem Gotte gesprochen habe. Alles, was der Fremde gesagt hatte, überdachte er noch einmal, und sein Entschluß stand fest, die göttlichen Ratschläge genau zu befolgen. Sofort nahm er gegen die Freier einen strengeren Ton an, und sie, die ihn noch nie hatten so männlich reden hören, verwunderten sich über seinen Mut und sahen ihn mit großen Augen an. Antinoos aber und Eurymachos, die Übermütigsten unter allen, spotteten seines Eifers und erregten bald ein allgemeines Gelächter gegen ihn. Dann feierten sie den Abend mit Tanz und Gesang, und erst als die Nacht herankam, zerstreuten sie sich wie gewöhnlich in ihre Wohnungen. Auch Telemachos ging, während seine alte, treue Pflegerin Eurycleia ihm die Fackel vorantrug, in sein Schlafgemach, zog das weiche, wallende Gewand aus und warf es in die Hände der Alten, die es säuberlich zusammenlegte und an dem hölzernen Pflocke zur Seite des Bettes aufhängte. Dann streckte er sich auf sein Lager und hüllte sich in eine weiche, wallene Decke. Die treue Alte aber ging hinaus und verriegelte die Tür. Sobald der Morgen dämmerte, sprang er sofort vom Lager auf, legte seine Kleider an, band die schönen Sohlen unter die Füße und hängte das Schwert um die Schulter. So geschmückt trat er hervor aus seiner Schlafkammer und sandte Herolde aus, um schnell das Volk zur Versammlung zu berufen. Als die Menge schon in dichten Reihen sich drängte, begab er sich unter sie, in der Hand die eherne Lanze, begleitet von zwei schnellfüßigen Hunden. Nachdem nun der Greise Ägyptios, dessen Sohn an der Seite des edeln Odysseus mit gegen Troja gezogen war, die Versammlung eröffnet hatte, trat Delemachos in die Mitte des Volkes, ließ sich das Zepter von dem Herolde reichen und sprach. Ich habe Euch berufen, Ihr Ithaker, nicht, weil ich etwas zu Eurem Besten vorzutragen hätte, auch nicht, um Euch eine Botschaft zu melden, die das gemeinsame Wohl anginge. Nein, mich treibt meines eigenen Hauses doppelte Not. Mein Vater, wißt Ihr, weilt ferne, vielleicht ist er auf ewig für mich verloren. Und ich, der Sohn, muss es nun leiden, dass sich täglich in meinem Hause ein Schwarm wilder Gäste einfindet, die da vorgeben, um meine Mutter zu freien, während sie voll arger Tücke alle meine Habe verzehren und den Königssohn am Ende zum Bettler machen. Ich, Arma, bin nicht stark genug und mir fehlt ein Mann, wie Odysseus war, um diese Plage abzuwenden. Darum bitte ich Euch, erkennet doch selber das Unrecht und nehmt es zu Herzen. Schämet Euch vor den Nachbarn und zittert vor der Rache der Götter. Hat Euch etwa mein edler Vater jemals vorsätzlich beleidigt? Und bin ich nicht schon unglücklich genug dadurch, dass ich ihn verloren habe? Oh, überlasst mich meinem Kummer und vermehrt ihn nicht durch Euren Friefel. Tränen des Schmerzes und des Zornes überwältigten ihn bei diesen Worten und er warf das Zepter zur Erde. Da ergriff Erbarmen und Mitleid die ganze Versammlung. Alle waren verstummt. Nur der Trotzigste der Freier, Antinoos, nahm Kek das Wort und erwiderte, Unverschämter Knabe, was sprichst Du so lästernd? Du möchtest uns wohl gern zum Abscheu vor den Leuten machen. Aber wer ist denn Schuld an dem Unfug als einzig Du selber? Warum schickst Du die Mutter nicht fort? Und sie, was geht sie nicht freiwillig? Hat sie uns nicht mit unerhörtem Trug geäfft und hingehalten mehr als drei Jahre? Sprach sie nicht damals, Jünglinge wartet mit der Hochzeit, bis ich das Leichengewand fertig gewebt habe für meinen alten Schwiegervater Laertes, damit nicht die Frauen mich tadeln, wenn einst der alte Mann unbekleidet hinausgetragen wurde, der im Leben so viele Güter besessen. Und was tat die Arglistige? Sie webte Tag für Tag, aber das Gewand wurde nimmermehr fertig, bis wir durch eines der Weiber erfuhren, daß sie immer während der Nacht die Arbeit des Tages wieder auftrenne. Da zwangen wir sie, das Gewebe zu vollenden, und nun, da es fertig ist, bestehen wir darauf, daß sie Wort halte. Du aber sollst ihr augenblicklich gebieten, in ihres Vaters Haus zurückzukehren und zum Manne zu nehmen, wer ihr gefällt oder wen der Vater für sie bestimmt. Tust Du dies, dann soll Dich keiner von uns mehr drücken. Wir aber weichen nicht, ehe sie sich aus unserer Mitte einen Bräutigam erwählt hat. Mit gerechtem Unwillen verwarf der edle Telemachus die Zumutung, seine eigene Mutter aus dem Hause zu verstoßen. Er beschwor die Freier nochmals, seine Habe zu schonen und drohte ihnen mit der vergeltenden Rache der Götter. Aber sie verhöhnten ihn und die zwei ehrwürdigen Greise, welche für den Gekränkten ihre Stimme zu erheben wagten. Endlich trug er darauf an, daß ihm wenigstens ein Schiff ausgerüstet würde, auf dem er nach Pylos oder Sparta reisen könne, um Kunde von seinem Vater einzuziehen. Höre er innerhalb eines Jahres nichts von demselben, dann wolle er es zugeben, daß ich die Mutter wieder vermähle, mit wem sie wolle. Dieser Vorschlag wurde mit Spott abgewiesen. Die Versammlung des Volkes ging auseinander, die Freier begaben sich zu neuem Gelage in das Haus des Odysseus. Traurig wandelte Telemachos am Meeresgestade hin, netzte seine Hände in der dunklen Flut und flehte sie emporstrecken zu der Göttin, die ihm gestern erschienen war. Und siehe, als er noch einsam dasteht, da kommt Mentor, ein alter Freund seines Vaters, auf ihn zu. Auch er war in der Versammlung gewesen und hatte entrüstet die Schmähreden der Freier gehört. Ja, er hatte selbst versucht, für Telemachos zu sprechen, aber das hohen Geschrei der Übermütigen hatte ihn kaum zu Worte kommen lassen. Jetzt erschien er, wie Telemachos glaubte, um ihm zur Ausführung seines Vorhabens behilflich zu sein. Aber es war nicht Mentor, es war Athene, die nur Mentors Gestalt und Stimme angenommen hatte. Sie erhöhte seinen Mut, drang in ihn, nicht länger die Reise aufzuschieben, und er bot sich sogar für ein Schiff und für Gefährten zu sorgen. Er ging sogleich nach Hause, teilte seinen Plan nur der alten Pflegerin Eurycleia mit und befahl ihr zu besorgen, was zur Reisekost Not sei, Wein in irdenen Krügen, Mehl in Schläuchen und so weiter. Die gutherzige Alte weinte bitterlich, als sie den kaum herangereiften Jüngling bereit sah, eine so gefährliche Reise in die weite Welt zu wagen. Sie bat ihn, tausendmal daheim zu bleiben und des Vaters Ankunft zu Hause abzuwarten. Er aber war fest entschlossen. Die Alte mußte ihm versprechen, seine Reise geheim zu halten, und selbst der Mutter Penelope nicht eher etwas davon zu sagen, als bis diese ihn vermissen würde. Athene, in Mentors Gestalt, war unterdessen geschäftig gewesen, ein Schiff und Ruderer zu dingen, so daß am Abend alles bereit war. Als nun die Freier sich entfernt hatten und das ganze Haus im Schlafe lag, da holte Mentor den Telemachos heimlich ab, die ihn begleitenden Jünglinge trugen die Zehrung, packten alles ins Schiff, richteten den Mast dem Por und banden ihn fest mit Seilen. Die Gefährten stiegen ein. Schweigende Nacht umgab sie, aber die Sterne erhellten freundlich das Dunkel, und bald glitt das Schiff, von günstigem Winde getrieben, durch die Flut dahin. Ende von Abschnitt 1 Abschnitt 2 von Odysseus von Karl Friedrich Becker Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweiter Abend Telemachos Ausfahrt Mit der erwachenden Morgensonne sahen die Reisenden Pylos vor sich, eine kleine Stadt auf der westlichen Küste des Peloponnes oder der heutigen Halbinsel Morea, da, wo jetzt Alt-Navarin liegt. Hier lebte der alte, neunzigjährige Nestor inmitten seiner Untertanen, wie ein Vater bei seinen Kindern. Und wirklich war seine eigene Nachkommenschaft so zahlreich, daß er in den Volksversammlungen fast unter lauter Verwandten saß. Seine Erfahrung und Weisheit hatte ihm längst einen ruhmvollen Namen erworben und seine Achtung fest gegründet. Man begehrte seinen Rat, man freute sich seiner Güte und Milde, und die Erzählungen von den großen Schicksalen seines Lebens verkürzten der aufhorchenden Jugend manche Stunde. Eben an dem Morgen als Telemachos mit seinen Genossen sich Pylos näherte, hatte Nestor früh die Pylia am Gestade des Meeres versammelt, um dem Poseidon ein großes Opfer zu bringen. Es war ein wunderbarer Anblick, tausende froher Menschen hier beisammen zu sehen, zu neun Reihen geordnet, in deren jeder fünfhundert Männer saßen. Jede Reihe hatte neun Stiere gegeben, die nun geschlachtet wurden. Die fetten Hüftenstücke dufteten auf dem flammenumloderten Altare, dem Gotte zu ehren, das andere Fleisch aber teilten die Opfernden unter sich und schmausten es behaglich, nachdem sich ein jeder seinen Anteil an Ort und Stelle im Feuer gebraten hatte. Athene in Mentorsgestalt und der junge Telemachos waren nun ausgestiegen, hatten das Schiff den Ruderern zur Bewachung überlassen und machten sich zu Fuß auf den Weg zu den Schmausenden. Der göttliche Führer stärkte des schüchternen Jünglings Herz durch ermunternde Worte, hieß ihn Mut fassen und den Greis ohne Zagen anreden und lehrte ihn, was er sagen und wie er sich benehmen solle. Und kaum waren sie von den pühlischen Männern aus der Ferne erblickt worden, als schon eine Schar von Jünglingen ihnen entgegenkam und nach der schönen gastfreundschaftlichen Sitte des Altertums ihnen die Hände zum Große bot. Vor allen zeichnete sich Nestors jüngster Sohn Peisistratos, der mit Telemachus im gleichen Alter stand, durch seine Herzlichkeit aus. Er nahm die beiden Fremden bei der Hand, führte sie zu weichen Sitzen neben seinem Vater und Trasymedes, dem Bruder, hin und holte Braten und Wein herbei, um die Ermüdeten zu erquicken. Darauf füllte er einen goldenen Becher und trank ihn der Athene zu, indem er sagte, Hier, lieber Gast, nimm teil an unserem frohen Opfer, wir bringen es dem mehr beherrschenden Poseidon. Sprenge auch du, dem mächtigen Gotte von diesem Weine und bete zu ihm für unser Wohl. Kein Mensch kann ja der Götter entbehren, aber wenn du geopfert und selbst getrunken hast, dann gib deinem Freunde den Becher, daß er auch für uns bete. Du bist der Ältere, darum reiche ich dir zuerst den Becher. Athene freute sich des bescheidenen und verständigen Jünglings, nahm den Becher aus seiner Hand, goß zum Opfer die ersten Tropfen auf die Erde und betete, Höre mich, Poseidon, und erachte uns würdig, jedes von uns begonnene gute Werk zu fördern. Schmücke Nestor den Greis und seine Söhne mit Ehren und auch den andern Pylian vergilt mit Gnade das festliche Opfer, das sie dir heute bringen. Dann aber gib auch mir und meinem Freunde Glück zu dem Vorhaben, um des Willen wir die Fahrt unternommen haben und lass es uns wohl vollenden. Also betete sie und während sie noch sprach, erfüllte sie schon heimlich durch ihre göttliche Macht das Erbietene. Dann empfing Telemachos aus ihrer Hand den Becher und trank, gleichfalls opfernd und betend auf das Wohl der schmausenden Männer. Erst als die Gäste gesättigt waren, am Ende des Festmales, hielt es der ehrwürdige Nestor für geziemend nach Namen und Geschäft der Fremdlinge zu fragen. Telemachos erzählte ihm alles der Wahrheit getreu und beschwor den Greis, auch ihm alles zu erzählen, was er von seinem Vater wisse, selbst das Schrecklichste nicht zu verschweigen, wenn es nur dazu dienen könne, ihm über das Schicksal des edlen Vaters Gewißheit zu geben. Nestor fing darauf mit der Geschwätzigkeit, die oft dem Alter eigen ist, einen langen Bericht von seiner eigenen Rückfahrt an, erzählte umständlich, wie sich die Fürsten der Griechen entzweit und wie sie sich über den Weg nicht hatten verständigen können, wie dem einen das Schiff vom Sturm zerschellt, der andere weithin an fremde Küsten getrieben worden und noch andere glücklich in die Heimat gelangt seien. Aber aus allen diesen Erzählungen konnte Telemachos nichts Tröstliches für sich schöpfen, denn gerade in der Hauptsache war der alte Nestor so unwissend als er selbst. Doch riet ihm dieser nach Sparta zu Menelaus zu reisen, der unter allen Helden am längsten unterwegs gewesen und erst jüngst aus der Ferne zurückgekehrt sei und deshalb gewiß am besten eine sichere Auskunft über Odysseus' Schicksale und Aufenthalt werde geben können. Mentor gab dem Vorschlage Beifall und so ward die Reise nach Sparta beschlossen. Da aber über den langen Gesprächen, denn auch Telemachos hatte die traurige Geschichte von den Freiern ausführlich erzählen müssen, der Abend herangekommen war, so erinnerte die Göttin ihren jungen Freund, es sei Zeit aufzubrechen. Die Söhne Nestors füllten darauf noch einmal die Becher, reichten sie ringsherum und spendeten das gebräuchliche Trankopfer dem Poseidon und allen unsterblichen Göttern. Dann machten Mentor und Telemachos sich auf, um zu ihrem Schiffe hinabzugehen. Behüte, rief der Greise Nestor fast ungestüm, als er dies sah, das wären mir Gäste, die mich den Tag über besucht hätten und abends weggingen, um im feuchten Kahne zu schlafen, als wäre ich so ein armer Mann, der weder Mantel noch weiche Decken im Hause hätte. Nein, nein, meine Freunde, so geht's bei mir nicht zu, ich habe der prächtigen Polster und Gewänder genug und meines alten Freundes, lieber Sohn, soll mir so nicht fortgehen, solange ich lebe. Und auch, wenn ich nicht mehr da bin, werden immer noch Nestors Söhne einen Fremden, der dies Haus besucht, nach Würden zu Ehren wissen. Wohlgesprochen, lieber Greis, sagte Mentor, dem Telemachos geziemt es, die Einladung anzunehmen, und so mag er denn mit dir nach deinem Palaste gehen und dort schlafen. Ich aber will zu den Gefährten ans Ufer eilen und da selbst die Nacht zu bringen, denn ich bin der einzige Alte unter den jungen Gesellen und mir gehorchen sie gern. Morgen, mit dem Frühesten, will ich mich aufmachen zu dem mutigen Volke der Kaukonen, die mir seit langer Zeit einen Schadenersatz schuldig sind. Du sende unterdessen den Telemachos mit deinen Söhnen nach Sparta und gib ihm dazu einen Wagen und schnelle Pferde. Mit diesen Worten wendete sich Mentor und schwank sich plötzlich gleich einem Adler in die Luft. Alle erstaunten darüber, Nestor aber erkannte sogleich die Göttin, denn er wußte, wie oft sie sonst schon dem klugen Odysseus beigestanden hatte. Nun fasse Mut, sprach er zu dem Telemachos, du erkennst ja jetzt, wie sichtbar die Götter mit dir sind. Kein anderer von den Unsterblichen war es, als Athene. Du aber, Herrscherin Athene, sei uns allen gnädig und verleihe uns Ruhm. Sieh, ich gelobe dir ein jähriges Rind mit breiter Stirn und ohne Fehl, das noch nicht unter das Joch gebändigt worden ist. Jetzt zerstreuten sich die Versammelten und Nestor ging mit seinen Söhnen und dem Gaste nach seiner Wohnung. Als sie hier angekommen waren, ward noch einmal alter Wein geopfert und getrunken und darauf wies Peisistratos dem Telemachos ein Lager in der gewölbten Halle neben dem seinigen an. Die anderen aber, welche bereits vermählt waren, hatten ihre Schlafgemächer im Innern des Hauses. Früh, als der Morgen angebrochen war, erhoben sich die Söhne mit dem bejahrten Vater, begaben sich auf den großen Platz vor dem Tore des Hauses und ließen sich auf Sitzen von behauenen Steinen nieder, um dort zu beraten über die beabsichtigte Reise. Nestor beauftragte alsbald einige von seinen Söhnen mit den Vorbereitungen zu dem gestern gelobten Opfer. Einer mußte zu dem Schiffe des Telemachos gehen, um die Ruderer bis auf zwei herbeizuholen. Ein anderer sollte den Goldarbeiter bestellen, um die Hörne des Rindes zu vergolden. Ein Dritter dem Hirten befehlen, daß er ein solches mit den verheißenen Eigenschaften aussuche und hertreibe, und noch ein anderer den Mägden ansagen, ein festliches Mahl zu rüsten. Und nicht lange nachher erschien der Meister mit seinem Schmiedegerät, es erschienen die Ruderer von Telemachos herbei. Hier trug ein Jüngling ein Becken mit Wasser, dort kam ein anderer mit einem Körbchen voll Gerste, denn beides waren heilige Zutaten zu dem Opfer. Und als nun der Goldschmied, der Kuh, die Hörner vergoldet hatte, führten zwei der Söhne sie in den Kreis. Nestor trat hinzu, nicht ohne sich zuvor nochmals gewaschen und so gleichsam von jedem Flecken gereinigt zu haben. Hierauf schnitt er ihr die Stirnhaare ab und warf sie betend in das Feuer, bestreuete dann mit der heiligen Gerste den Altar und das Opfer Tier und nun schritt der kräftige Trasymedes heran und hieb dasselbe mit der Schärfe des Beils in den Nacken, das es zum Tode getroffen hintaumelte. Perseus fing das quellende Blut in der untergehaltenen Schale auf und nachdem Peisistratos das Rind vollends getötet, begannen die anderen es zu zerlegen. Sie lösten nach gewohntem Brauch die Schenkel ab, umwickelten sie Zwiefach mit Fettstreifen und legten sie zum lieblichen Duft für die Göttin in die Flamme des Altars, sprengten Wein darauf und wendeten die Opferstücke oft mit langer Gabel. Andere Jünglinge zerschnitten das übrige Fleisch, steckten es an Spieße und rösteten es langsam am Feuer für sich selber zum Mahle. Jetzt erst trat Telemachus zur Versammlung, schön wie ein Gott. Ihn hatte vorher Polycaster, die jüngste Tochter des Nestor, gebadet, mit glänzendem Öle gesalbt und mit einem prächtigen Mantel geschmückt. Alle freuten sich, ringsum sitzend, des herrlichen Schmauses. Erst als sie sich gesättigt hatten, erinnerte Nestor seine Söhne an die Abreise. Hurtig schirrten sie zwei Pferde vor einen Wagen, eine Dienerin legte Brot, Wein und Fleisch hinein, Telemachus nahm Platz auf dem Sitze und Peisistratos neben ihm lenkte die Rosse und trieb sie mit der Peitsche an. Sie fuhren rasch über die Felder hin den ganzen Tag und erreichten am Abend Ferä, den Wohnsitz des Wackern Diokles, der sie gastfreundlich beherbergte. Am zweiten Tage kamen sie um Sonnenuntergang in der Burg des Menelaus zu Sparta an, dessen Gebiet sie schon längst an den breiten Weizenfeldern erkannt hatten. Peisistratos hielt die muntern Rosse vor dem Tore an und die beiden Fremdlinge sprangen rasch aus dem Wagen. Schon draußen vernahmen sie ein jubelndes Getöse schmausender Männer, dazwischen die Stimme eines Sängers, begleitet von den Tönen des Seitenspiels, und durch die offene Pforte sahen sie das Gedränge der Gäste und in der Mitte derselben zwei Tänzer, welche im Takt der Musik sich bewegten. Denn es war heut in Menelaus Palaste ein festlicher Tag. Der alte Held stattete zwei seiner Kinder aus, eine Tochter Hermione, die er mit dem tapfern Sohne des Achilleus, dem Neoptolemos, vermählte, und einen Sohn, dem er eine Braut aus Sparta, des Alektor-Tochter, ausgesucht hatte. Vor dem lärmenden Gewühle hörte man kaum im Hause das Rasseln des heranrollenden Wagens, bis ein Diener des Hauses, der zufällig die Fremden bemerkt hatte, es dem Herrn ansagte, da sind fremde Männer draußen, zwei Jünglinge, herrlich an Gestalt, soll ich ihnen die Pferde abschirren, fragte er, oder sollen sie weiterfahren, damit ein anderes Haus zur Bewertung sie aufnehme. Ei, sprach Menelaus voll Unwillen, sonst bist du ein kluger Mann, und jetzt bist du so kindisch und töricht. Haben wir nicht so viele Gastgeschenke erhalten und freundliche Aufnahme gefunden bei fremden Menschen? Geh, spanne flink die Rosse ab und führe die Männer herein zu dem Male. Jener tat, wie Menelaus ihm befohlen hatte, und Telemachus und Peisistratus traten ein. Sie erstaunten über die Pracht des Palastes, denn Menelaus war mit großen Gütern heimgekehrt. Sklavinnen führten sie sogleich zum Bade, und als sie sich gesäubert und gesalbt hatten, warfen sie das Gewand und den Mantel wieder um und nahmen Platz auf hohen Sesseln neben dem fürstlichen Wirte. Sogleich erschienen Diener und Dienerinnen mit kleinen Tischen und Speisen. Eine goß ihnen aus der goldenen Kanne Wasser zum Waschen über die Hände und hielt ein silbernes Becken unter, eine andere trug Wein und Fleisch und Brot auf. Langet nun zu und esset und ihr mir auch sagen wer ihr seid denn wahrlich man sieht's euch an ihr müsst von edler Herkunft sein. Mit diesen Worten legte er ihnen ein breites fettes Rückenstück vom Rinderbraten sein eigenes Ehrenteil mit beiden Händen auf den Tisch und die Jünglinge ließen sich's wohl schmecken. Menelaus beobachtete sie unverwandt. Er sah mit Wohlbehagen wie sie die Pracht seines Saales und wie heimlich einer den anderen immer auf neue Gegenstände aufmerksam machte. Das bewog ihn von seinen Reisen zu erzählen, von den Gefahren, die er acht Jahre lang nach der Beendigung des Trojanischen Krieges bestanden, von den Menschen, die er kennengelernt und die ihn zum Teil so reichlich mit den Kostbarkeiten beschenkt hatten, die er jetzt besaß. Oft kam er in seiner Erzählung auf die Drangsale des Trojanerkrieges zurück, und die Erwähnung des schmählichen Todes seines Bruders Agamemnon presste ihm bittere Tränen aus. Aber, fuhr er mit bewegter Seele fort, alles wollte ich noch verschmerzen, hätte das Geschick mir nur den Freund erhalten, der mir unter allen der liebste war, und mit dem ich alles Gute und Böse geteilt habe, den edlen Odysseus, oder wüßte ich ihn nur gerettet und könnte ihn zu mir ziehen. Eine ganze Stadt von den meinigen wollte ich ihm schenken, und wir wollten nebeneinander wohnen und uns täglich besuchen, bis der Tod unsere Freundschaft zerrisse. Aber nur ein Gott weiß es, ob er noch lebt oder schon tot ist. Vielleicht betrauern ihn schon jetzt zu Hause sein alter Vater Laertes und die züchtige Penelope und sein Sohn Telemachos, den er als Säugling im Hause zurückgelassen hat. Wie mußte er auch gerade das erwähnen? Telemachos verbarg seine Tränen im vorgehaltenen Mantel und schluchzte. Menelaus bemerkte es und wußte nicht, sollte er den jungen Fremdling befragen oder ihn seinem Schmerze überlassen. Da trat seine Gemahlin, die einst so schöne Helena in den Saal von ihren Dienerinnen begleitet. Eine stellte ihr den Sessel hin, eine andere trug den weichen wollenen Teppich, eine dritte das silberne Arbeitskörbchen mit Spindel und Wolle. Sie setzte sich zu den Fremden, betrachtete sie aufmerksam und sagte dann zu ihrem Gemahle, »Hast du schon die Gäste gefragt, wer sie sind? Ich möchte sagen, nie haben sich zwei Menschen mehr geglichen als dieser Jüngling und der edle Odysseus. Ja, wahrlich, antwortete der Held, ich denke dasselbe, was du jetzt vermutest. Es sind die Hände, die Füße, die Augen, es ist das Haar und der Scheitel des Odysseus. Und eben, als ich von unserem alten Freunde sprach, stürzten dem Jünglinge hier die Tränen aus den Augen und er verhüllte rasch sein Antlitz in den purpurnen Mantel. Du hast ganz Recht gesprochen, Menelaus, göttlicher Herrscher, fiel Paisistratos ein. Dieser ist wirklich des Odysseus Sohn, aber er ist bescheiden und hat dich nicht gleich mit prallendem Geschwätze belästigen wollen, da du uns so freundlich und liebreich anredetest. Siehe, mich sendet Nestor, mein Vater, mit ihm hierher, daß du ihm Auskunft und Rat erteilen möchtest, denn er leidet zu Hause nicht erwehren. Auch steht kein anderer im ganzen Volke für ihn auf, um das Unheil von ihm abzuwenden. Gern hätte Menelaus sich der Freude hingegeben, aber die wehmütige Empfindung bei der Erinnerung an den verlorenen Freund überwältigte ihn. Er weinte, Helena weinte, Telemachus schluchzte noch immer und auch der junge Paisistratos blieb nicht ungerührt. Noch eine Weile überließen sie sich den traurigen Gesprächen, bis endlich der letztere riet, die Sache lieber morgen weiter zu besprechen, jetzt aber fröhlich zu sein und fort zu schmausen. Die verständige Rede fand allgemeinen Beifall. Sogleich besprengte ein Diener den Sitzenden noch einmal die Hände und sie griffen aufs Neue nach den fetten Bratenstücken und den Pokalen. Und Helena, klug und gewandt Mittel, das ihr einst eine ägyptische Fürstin geschenkt hatte, eine köstliche Würze, welche die Kraft hatte, jeglichen Zorn und Unmut zu tilgen und das Gemüt zu erheitern, selbst wenn dem Trinkenden Vater und Mutter, Bruder und Schwester, ja, der eigene Sohn vor den Augen getötet würde. Und sie tranken alle davon und wurden fröhlich. Helena selbst erzählte aus eigener Erfahrung ein Geschichtchen von der erfindsamen List des Odysseus. Denn als sie noch in Ilios verweilte, war einst Odysseus, um Nachrichten von den Plänen der Trojaner zu erkunden, in die Stadt gekommen, in schlechter Kleidung, wie ein Knecht oder ein Bettler. Keiner hatte ihn in dieser Entstellung erkannt, nur der Helena hatte er sich entdeckt und die Absicht der Griechen mitgeteilt. Aber auch Menelaos berichtete gesprächig von manchem Zug und Trug des kühnen und verschlagenen Mannes. Odysseus war allein Gegenstand ihrer Unterhaltung. Als sie nun so den Abend verplaudert hatten, ließ Helena für die Gäste in der Halle ein Lager von Polstern, Teppichen und wolligen Mänteln bereiten, und ein Herold leuchtete ihn mit der Fackel dahin, Menelaos aber und seine Gemahlin schliefen im Innern des Palastes. Am Morgen erst, als sich alle wieder auf den steinernen Sitzen vor dem Hause zusammengefunden hatten, fragte Jena seine Gäste nach dem Zweck ihrer Reise. Telemachus sagte ihm dasselbe, was er bereits dem Nestor gesagt hatte. Erzählte von den übermütigen Freiern und bat ihn um Nachricht von seinem Vater. Ha, wahrlich rief der Held aus, da er alles vernommen hatte, wie wenn die Hirschkuh ihre neugeborenen Jungen ins Lager des starken Löwen gelegt und dann sich entfernt hat, um in dem Tal auf den Bergen umher zu weiden, jener aber zurückkehrt und die fremde Brut findet und zerreißt, so wird Odysseus in sein Haus kommen und jenen Frevlern ein schreckliches Ende bereiten. Ja, sollten sie ihn sehen in der Götterkraft, mit der er einst den Fiomeleides in Lesbos ringend zu Boden schlug, wahrhaftig, das Freien würde ihn vergehen. Aber, mein Lieber, da du mich fragst, so will ich dir treulich erzählen, was mir einst in Ägypten der Kreise Seher Proteus von ihm verkündigt hat. Als ich auf meiner Heimfahrt dorthin verschlagen war, hielten mich die erzurnten Götter zwanzig Tage auf einer Insel an der Mündung des Nilstroms auf, weil ich unbesonnener vergessen hatte, ihnen die schuldigen Sühnopfer zu bringen. Kein günstiger Wind wollte sich vom Lande her erheben, und ich harrte seufzend von einem Tage zum anderen, aber vergebens. Fast ging die Nahrung uns zu Ende, der Mut sank meinen Gefährten, und ich wäre vielleicht mit ihnen umgekommen, hätte sich nicht eine Göttin meiner erbarmt, Ido Theer, des Brothäus blühende Tochter, sah uns mit Mitleid an, und als einmal meine Gefährten sich von Hunger getrieben auf den Fischfang begeben hatten, und ich einsam umher schlich, trat sie zu mir und redete mich an. Da klagte ich ihr sagen, wie ich den Rat der himmlischen erforschen möchte und erführe, wer von den Göttern meine Reise verhindere und wie ich durch die weiten Fluten des Meeres nach Hause gelangen könnte. Gern, Fremdling, sprach sie, will ich dir ein untrügliches Mittel verkünden. Siehe, mein Vater, der Kreisemeergott Brothäus, weiß alle Dinge, und verständest du ihn mit List zu fangen, so offenbarte er dir leicht alles, was du zu wissen begehrst. Gut, sprach ich, aber sage mir die List, durch die ich seiner mächtig werde. So höre, erwiderte die Göttin. Täglich, wenn die Sonne im Mittage steht, steigt der Greis aus dem Meere und kommt ans Land und legt sich in die kühlen Grotten nieder zum Schlummer. Mit ihm erheben sich die Geschlechter der Robben umher, um sich gleichfalls am Ufer zu lagern. Willst du nun unerkannt ihm nahen, so musst du dich in eines Seehunds Haut verbergen und unter die übrigen Tiere mischen. Dazu will ich dir behilflich sein. Morgen früh stelle dich hier mit drei auserlesenen Gefährten ein, dann werde ich euch mit glänzenden Fällen versorgen. Kommt nun mein Vater herauf, so zählt er zuerst seine Robben, wie der Hirt seine Schafe, und dann legt er sich mitten unter sie. Aber sobald ihr seht, dass er eingeschlummert, dann ist es Zeit, Gewalt anzuwenden. Ihr packt ihn an, haltet ihn von allen Seiten fest und lasst nicht los, wie sehr er auch sich freizumachen bemühe. Alle Künste der Verwandlung wird er dann erproben, jetzt als Feuer, jetzt als Wasser, jetzt als reißender Panther die Flucht versuchen. Aber ihr lasst nicht nach mit drängen, bis er ermattet die frühere Gestalt wieder angenommen hat. Dann macht ihn frei von den Fesseln und lasst euch von ihm weissagen, was ihr zu wissen begehrt. Kaum hatte Idothea dies gesprochen, so tauchte sie wieder in die Tiefe des Meeres hinab. Ich aber ging zu meinen Schiffen zurück, durchmachte sorgenvoll die Nacht, und am Morgen erlas ich mir aus meinen Gefährten drei Männer von bewährter Stärke und Kühnheit, die mit mir das wunderbare Abenteuer bestehen sollten. Wir gingen nach der angewiesenen Stelle hin, und siehe, vier frischen Robbenfällen stieg sie aus der Tiefe des Meeres herauf, hüllte jeden von uns in eines derselben und wies uns unsere Plätze an dem sandigen Meeresufer an. Freunde, ihr glaubt nicht, wie uns zumute wart. Sicher hätte uns der tranige Dunst der Fälle getötet, wenn nicht Idothea selbst uns lieblich duftendes Gewürz unter die Nase gerieben hätte, das die grässlichen Gerüche tilgte. So in tierischer Vermummung saßen wir den ganzen Morgen, bis endlich in der Mittagshitze die Schar der Seehunde und nach ihnen der graue Meergott selbst aus dem Wasser hervorstieg. Er sah sich um, musterte und zählte seine Herde und uns mit und legte sich dann mitten unter ihnen nieder. Alsbald sprangen wir auf, umklammerten ihn mit lautem Geschrei und drückten ihn gewaltig zusammen. Alles erfolgte, wie seine Tochter uns gesagt hatte. Er verwandelte sich plötzlich in einen Löwen, um uns zu schrecken. Aber wir erschraken nicht, sondern drückten nur stärker. Da ward er zum Panther und wieder zum Drachen und endlich zum borstigen Ebe. Noch glaubten wir, die Borsten festzuhalten, da wollte er uns schon wieder als Wasser entrinnen und kaum glaubten wir das Wasser umdämmt zu haben, so schoß er als schlanker Baum in die Höhe. Endlich ward der alte Zauberer der Verwandlungen müde, ging zurück in seine wahre Gestalt und sprach, Sohn des Atreus, welcher der Unsterblichen verriet dir die Kunst mich zu fangen, und was verlangst du von mir? Ich legte ihm meine Fragen vor. Er hieß mich nach Ägypten zurückkehren und dort mit großen festlichen Opfern die beleidigten Götter versöhnen, dann, so verkündigte er mir, würde meine Heimfahrt glücklich sein. Da erlaubte ich mir noch eine Frage an den Gott. Er sollte mir sagen, was aus meinen Freunden geworden sei, ob sie alle glücklich nach Hause gekommen und wer vielleicht eine Beute der Stürme oder der See ungeheuer geworden sei. Und nun begann eine lange Erzählung, die mir unaufhörliche Tränen entlockte. Zuerst erwähnte er das traurige Schicksal des Ajax, der übermütig geprahlt hatte, allen Göttern zum Trotze wolle er dennoch wohlbehalten heimkehren, aber ihn hatte Poseidon rächend mit demselben Felsen erschlagen, unter dem er jene Lästerung ausgestoßen hatte. Ach, auch meines lieben Bruders Agamemnon schreckliches Verhängnis erzählte er mir. Da brach mir das Herz vor Betrübnis, ich weinte laut und wünschte nicht länger zu leben. Aber der Greis richtete mich tröstend wieder auf und befahl mir, männlich Schicksale schrecklich und schrecklich meines lieben Freundes Odysseus Schicksale, ob er noch lebe oder ob auch er bereits hingerafft sei, und der willfährige Greis erwiderte mir dieses. Wohl lebt Odysseus noch, aber fern von hier hält ihn auf einer Insel die Nymphe Kalypso gefangen. Ich habe ihn selbst dort gesehen, Tränen der Sehnsucht vergießt er täglich, und gern wagte er selbst auf den unbekannten Gewässern die Reise, aber er hat kein Schiff und keine Gefährten, und die Nymphe, die ihn liebt, lässt ihn nimmer ziehen. So meldete mir Proteus und tauchte dann plötzlich ins Meer. Ich aber ging schweigend zu meinen Schiffen und ernste Gedanken bewegten meine Seele. Indes folgte ich seinem Befehle, brachte in Ägypten den Göttern die schuldigen Opfer, und versöhnt sandten sie mir günstigen Wind und führten mich glücklich in mein liebes Vaterhaus. Nun weißt du alles, was ich dir sagen kann, teurer Jüngling, aber wohl an, verweile bei mir eine Zeit lang, dann sende ich dich heim mit würdigen Gastgeschenken, mit drei prächtigen Rossen und einem künstlich gearbeiteten Wagen, und dazu schenke ich dir noch ein schönes Opfergefäß, damit du dich beständig meiner erinnerst. Telemachus wäre gern länger geblieben, um die Erzählungen seines freundlichen Wirtes zu hören, aber er mußte die Aufforderung dazu ablehnen, weil er die in Pylos zurückgelassenen Gefährten nicht über die verabredete Zeit hinaus warten lassen wollte und weil auch Nestor ihn ermahnt hatte, sobald möglich zum Schutze seiner Habe heimzukehren. Die Rosse verbat er, Ithaka sei für Pferde zu Felsig. Der freigebige Menelaus verwandelte darauf das Geschenk in einen prächtigen silbernen Krug mit goldenem Rande von künstlicher Arbeit, den er einst selber vom Könige der Sidonia empfangen hatte. Und nun bereitete er den beiden Jünglingen zum Abschiede noch ein reiches Frühmal von frisch geschlachteten Ziegen und Schafen. Die geschäftigen Köche eilten hin und her, und die Mägde ließen es an Brot und Wein nicht fehlen. Telemachus fühlte sein Herz erleichtert, ja, zur Freude gestimmt, denn wie konnte er wissen, was indessen die Freier daheim über ihn beschlossen hatten. Mit Erstaunen hatten diese Übermütigen diese Nachricht vernommen, daß Telemachus wirklich Mut genug gehabt habe, die Reise zu unternehmen. Und konnte er nicht etwa gar mit mächtiger Hilfe von Nestor oder Menelaus zurückkehren und ihnen allen den Tod bereiten? Bisher war er ihnen stets nur wie ein Knabe erschienen, man hatte ihm nichts kühnes zugetraut, aber jetzt? Dieser rasche Entschluß, dieser versteckte Plan, war es nicht, als er dem blöden Sohne? Nein, rief zornglühend Antinoos, der Unbändigste unter allen, den jungen Pfand dürfen wir nicht aufkommen lassen, der droht uns in Zukunft viel Unheil. Nein, er werde aus dem Weg geräumt, ehe er uns Schaden bereiten kann. Wohl an, gebt mir ein Schiff und bemannt es mit zwanzig tapfern Männern. Ich will ihm entgegen rudern, in dem Sunde zwischen Ithaka und Samos will ich vor Anker gehen und ihm auflauern, wenn er zurückkommt. Treffe ich ihn, so denke ich, er soll nicht lebendig dies Haus wiedersehen, und dann ist ja alles unser. Der ganze Saal rief dem Mordplane Beifall zu, und sofort besprach man sich, wie der Jüngling am sichersten zu töten sei. Einige gingen sogleich hin, um das Antinoos zu begleiten, und Waffen und Nahrungsmittel mußten des Odysseus eigene Diener herbeischaffen. Darauf brachen sie auf und ruderten nach dem bestimmten Hinterhalte hin, wo sie den rückkehrenden Telemachus erwarteten. Medon, der Herold, hatte die Beratung der Freier belauscht und eilte die Penelope von der Gefahr ihres Sohnes zu benachrichtigen. Schon dass Telemachus die Seefahrt gewagt hatte, machte sie besorgt, aber als sie gar von den tückischen Anschlägen der Freier hörte, da zitterten ihr die Knie und ohnmächtig sank sie auf der Schwelle ihres Gemaches nieder. Alle Mägde weinten um sie herum und nachdem sie lange starr vor sich hingeblickt hatte, brachen auch aus ihren schönen Augen die Tränen. Sie klagte laut und hinausschicken, aber der alte Mann war ja selbst so kraftlos, bald ersann sie andern ebenso nichtigen Rat. Da fiel ihr gepresstes Herz auf den letzten tröstlichen Gedanken, eine Gottheit um Schutz anzuflehen. Sie betete inbrünstig zu Athene um Rettung des Sohnes und als sie gebetet hatte, fühlte sie sich gestärkt und beruhigt. Sie streckte sich auf ihr Lager hin und verfiel als bald in tiefen Schlaf. Athene hatte sie erhört und wollte die Gute nicht ohne Trost lassen. Sie sandte ihr einen schönen Traum. Iftime, Penelopes Schwester, mußte der Schlafenden erscheinen und sie um die Ursache ihres Schmerzes fragen. Penelope erleichterte durch die Mitteilung ihr Herz und die Traumgestalt goß der Geängsteten Mut in die Seele, in dem sie sprach sei getrost Schwester und wirf die kleinmütigen Zweifel und Sorgen ab. Dein Sohn wird wiederkehren in die Heimat, ihn begleitet eine Führerin, die wohl mancher sich zum Beistand wünschte. Pallas Athene selbst ist mit ihm, die sich seiner und deiner erbarmet und die auch mich jetzt zu dir gesandt hat, damit ich dir dieses verkünde. Penelope wollte noch mehreres fragen, aber die leichte Luftgestalt verschwand. Da erwachte sie, freute sich des herrlichen Traums und jammerte nun nicht mehr um das Schicksal der beiden Lieben, die sie für verloren gehalten hatte. Der Traum schien ihr Wahrheit verkündigt zu haben, daher hob ihr bald freudige Zuversicht das Herz. Ende von Abschnitt 2 Abschnitt 3 von Odysseus von Karl Friedrich Becker Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Dritter Abend Odysseus im Schiffbruch Wie glücklich machte doch schon jene einfachen Menschen der Glaube, daß die Sorge himmlischer Mächte der Unglücklichen auf Erden gedenke. Ein Traum, gewiß zufällig und unbedeutend an sich selbst, erquickte die verlassene jammernde Mutter, weil sie glaubte, er sei ihr von einer Göttin gesendet. Sie war tief betrübt gewesen, aber bei dem bittersten Schmerze hatte sie sich flehend an die himmlische Helferin gewendet, und das innige Gebet hatte ihr Herz beruhigt. Wie kindlich fromm erscheinen uns diese Menschen. Sie fühlen ihre Schwäche und Ohnmacht, empfinden täglich ihre Abhängigkeit von höheren Schickungen, aber sie wissen auch, wo sie sich Hilfe suchen sollen. In der Überzeugung, daß die unsichtbaren Gewaltigen menschlich empfinden und denken wie sie selbst, erheben sie ihre Blicke bittend zum Himmel, nennen die Götter, die sie nicht kennen, mit menschlichen Namen, tun schmeichelnd alles, was ihnen wohlgefallen könnte, gewinnen sie mit Gaben und Opfern und legen ihnen dann die Erhörung ihrer Bitte gleichsam als eine Art von Pflicht nahe. Ebenso nehmen sie auch dankbar das Gute als Götter Wohltat an und genießen es fröhlich als eine himmlische Gabe. Das Böse, das sie trifft, betrachten sie nur als eine Einwirkung feindlich gesinnter Götter. Ja, selbst ein und derselbe Gott schützt bald hilfreich, bald wendet er, erzürmt sich ab und erscheint schreckend und strafend. Das Glück ist ihnen daher kein Zufall, es ist eine Gunst der Götter. Die Früchte des Feldes, der Saft der Trauben sind ihnen kein Erzeugnis der toten Natur, es sind milde Gaben aus Demeters und Dionysos Hand, den Menschen zur Freude geschenkt. Was ein Künstler verfertigt, das hat Hephaestus ihn gelehrt, was der Sänger singt, hat ihm Apollo oder die Muse eingegeben. Wer klug ist, den liebt Athene, wer berät ist und in allerlei Dienstverpflichtungen geschickt, ist ein Liebling des Hermes. So führte die Betrachtung jedes Schönen und Herrlichen in der Natur und im Menschenleben jene alten Griechen zu frommer Einfalt. Sie ahnten auf jedem Schritte unbekannte heilige Wesen, glaubten sich überall umringt von unsichtbaren Gottheiten, wähnten sich von Göttern geliebt, wenn es ihnen wohl ging, eilten sie zu versöhnen, wenn sie Unrecht getan hatten, ja, sie hielten sich und die ganze Natur mit den Unsterblichen verwandt. Die Gottheit mochte ihrem kindlichen Sinne nicht anders erscheinen als etwa ein Fürst im Verhältnis zu seinen Untertanen. Der Dichter hatte vielleicht in der Sage nur von Telemachus glücklicher Reise gehört, aber das konnte er so nüchtern nicht wieder erzählen. Telemachus sieht die Hand der Göttin in jedem Ereignis. Die Göttin gibt ihm den Gedanken ein, sie geht mit ihm zu Schiffe, sie sagt ihm, was er dem Nestor antworten soll, sie tröstet seine Mutter, gewiß wird sie ihn auch aus der Gefahr erretten, die die Freier ihm bereitet haben. Athene, Telemachus Begleiterin, war inzwischen nicht weniger bemüht, dem edlen Odysseus selber die Heimkehr zu erleichtern. Auf Zeus Befehl mußte Hermes, der Götterbote, sich aufmachen, der Nymphe Kalypso, die den Helden gefangen hielt, den Willen der Olympia bekannt zu machen. Er legte die schönen goldenen Sohlen an, die ihn leicht wie einen Vogel durch die Luft trugen, nahm dann den Schlangenstab in die Hand, mit dem er Menschen töten und wieder erwecken konnte, und flog schnellen Schwunges über die weite Meeresfläche hin. Alsbald stand er auf der entlegenen Insel, wo die schöne Kalypso wohnte. Er freute sich der und immergrünen Zypressen lag. In den dunklen Verschränkungen des Laubes nisteten gesangreiche Vögel und den Eingang der hochgewölbten Felsengrotte umrangten Reben, mit purpurnen Trauben prangend. Weiterhin dehnten sich üppige Wiesen, von vier Bächen durchschnitten und tausendfarbige Blumen lachten aus dem frischen Grün hervor. Hermes selbst bewunderte den lieblichen Wohnsitz und trat dann in die luftig-kühle Grotte, ohne jedoch den Odysseus zu finden. Der Arme hatte keine Ruhe in dieser schönen Gegend, der freundliche Zuspruch der Göttin war ihm lästig. Er suchte das einsame umbrandete Ufer und, auf den hohen Hügeln sitzend, blickte er stundenlang über das dunkle Meer hin nach der Richtung, wo fern, ach, allzu fern, die Heimat lag. Die Nympha aber saß daheim am Webstuhle, wob sich mit goldenem Weberschiffe ein Gewand und sang mit melodischer Stimme ein munteres Liedchen zur Arbeit. Sie erkannte sogleich den Hermes und empfing ihn voller Verwunderung über den seltenen Besuch. Er aber verkündigte ihr den strengen Befehl des Vaters der Götter und ließ sie den Odysseus alsbald entlassen, da die Götter die Rückkehr desselben beschlossen hatten. Als er so sprach, erschrak die Göttin und brach in bange Klagen aus über der Götter Grausamkeit und neidisches Herz. Anderen Göttinnen, die sich auch sterbliche Menschen zu Gatten erkoren, sei dies gestattet, ihr nur verarge man die Gemeinschaft mit dem Manne, den sie doch selber aus der Gefahr gerettet und freundlich gepflegt habe. Ihn, den Geliebten, solle sie entlassen und wieder einsam wohnen in ihrer Grotte, fern von dem Verkehr mit Göttern und Menschen. Ach, was solle ihr nun der schattige Hain und Fülle der Trauben und Blumen, wenn sie den Freund entbehre, der alles Schöne mit ihr teile? Gewiß, sie fühlte sich recht unglücklich. Dennoch versprach sie zu gehorchen, aus Furcht vor dem Hermes hatte sich unterdessen an dem gastfreundlichen Tische gestärkt, denn auch die Götter lieben es zu schmausen. Aber sie letzen sich nicht an irdischer Kost, sondern Ambrosia ist ihre Speise und sie trinken einen Trank, den die Dichter Nektar nennen. Jetzt stand Hermes wieder auf, schärfte der Kalypso noch einmal das Gebot der Olympia ein und verließ sie eilig. Als sie sich satt geweint hatte, ging sie den Odysseus aufsuchen. Sie fand ihn traurig am Gestade sitzend und redete ihn liebreich also an. Armer Freund, sprach sie, verzehre hier nicht länger in Betrübnis und Schwermut dein Leben. Ich fühle deinen Kummer mit dir. Ich bin auch bereit, dich von mir zu lassen. Aber du selber mußt für ein Fahrzeug sorgen. Geh in den Wald, suche dir Stämme aus, behaue sie mit der Axt, die ich dir geben will, und füge die starken Balken zu einem festen Floß zusammen. Ruderer kann ich dir nicht geben, denn ich habe hier niemand, aber mit Speise und Trank und mit Kleidern will ich dich reichlich versorgen, und einen sanften Fahrwind will ich dir mitgeben vom Lande aus, daß er dich eine Strecke ins Meer begleite. Gefahr erreichen. Odysseus sprang freudig erschrocken empor, aber noch traute er nicht, das unerwartete Glück machte ihn Zweifeln. »Schwöre mir, daß du Wahrheit sprichst und nicht ein anderes Übel zu meinem Schaden ersinnest, rief er hastig. Die Göttin lächelte und gewährte ihm seine Bitte. Sie schwur bei der Erde, bei dem Himmel und beim Stücks, dem eisigen Flusse des Toten Reiches, und das war der größte und furchtbarste Eidschwur für die Götter, die sich für den Fall der Eidbrüchigkeit dadurch ihrer Unsterblichkeit begaben und dem Tode anheim fielen. Nun erst glaubte der Held ihren Worten. Beide kehrten zurück in die Grotte und ergötzten sich bei einem reichen Male, Odysseus mit der Speise der Menschen, Kalypso mit der Labe der Himmlischen. Alle Versuche, ihn von dem Entschlüsse zurückzubringen, misslangen, nicht die Gefahren des Meeres, nicht der Zorn missgünstiger Götter konnte ihn schrecken, er bestand mutig und entschlossen auf seiner Heimkehr, um nur die teure Gattin wiederzusehen. Am folgenden Morgen eilte er in den Wald mit Axt, Beil, Bohrern und Nägeln, fällte zwanzig Fichtenstämme und zimmerte daraus ein Floß, das nach viertägiger unermüdeter Arbeit fertig dastand mit Mast und Steuer. Kalypso gab das Segel dazu und füllte dem Helden das Schiff mit Schläuchen voll süßen Wassers, mit Körben voll Weines und köstlicher Speisen, und am fünften Tage, nachdem sie ihn noch einmal gebadet und gesalbt hatte, begleitete sie ihn selbst ans Ufer, und er stieg freudig ein. Sie sandte ihm einen frischen Fahrwind nach, und er steuerte rüstig auf der unabsehbaren Wasserfläche hin, indem er sich am Tage nach der Sonne bei Nacht nach den Gestirnen richtete. Siebzehn Tage vergingen so, ohne daß er ermüdete, denn er achtete alle Anstrengungen gering, die ihn der Heimat und der lieben Gattin näher brachten. Und siehe, am achtzehnten Tage erblickte er weit her dämmernd die grauen Berge der Insel Scheria, später Korkyra, jetzt Korfu, wohin zu kommen ihm vom Schicksale bestimmt war. Aber wehe ihm, gerade jetzt kehrte Poseidon von den Äthiopen zurück und sah schon aus der Ferne den kühnen gehassten Mann seinen Hoffnungen entgegeneilen. Grimmer Zorn entbrannte im Herzen des Gottes. Ha, gewiß, rief er aus, haben die andern Olympier einen Rat über ihn beschlossen, während ich die Äthiopen besuchte. Wahrhaftig, da kreuzt er schon hin, ganz nahe dem Lande, das ihm zur Sitze, er soll mir bis dahin noch Angst und Jammer genug erdulden. Kaum waren die drohenden Worte gesprochen, da sammelten sich auf Poseidons Wink finstere Wolken, er stieß den Dreizack ins Meer hinab und regte es in seinen innersten Tiefen auf. Dann rief er den Winden, daß sie aus ihren Höhlen kämen, miteinander zu kämpfen, und vom Himmel sank die schwarze Nacht. Odysseus erbebte, er sah sich einsam auf der Wasserwüste, das Land war seinen Augen entschwunden, rings umher, soweit seine Blicke reichten, nichts als dunkle Wogen, die sich brausend emportürmten, dann über ihn herstürzten und ihn selbst bald Himmel antrugen, bald in den Abgrund versenkten. Wohl pries er die glücklich, welche in dem Kampfe vor Troja der Tod erreicht hatte und denen eine ehrenvolle Bestattung zuteil geworden war. Ihm schien es anders beschieden. Fest geklammert an sein Floß schwankte er in Ängsten hierhin und dorthin, an Rudern war nicht mehr zu denken. Ein schrecklicher Windstoß riß Segel und Mast von dem Schiffe ab und warf sie ins Meer und nun kam eine gewaltige Woge daher und, wie wenn ein Berg einstürzt, schlug sie auf sein Schiff. Es schoß jäh in die Tiefe, er selbst wurde hinausgeworfen und mit Wasser ganz überdeckt. Nur mit Mühe hob er sich wieder empor, denn die durchnäßten Kleider beschwerten ihn sehr, da erblickte er sein schwimmendes Fahrzeug in der Nähe, schwank sich wieder hinauf durch die reißenden Fluten und entfloh so diesmal noch dem drohenden Tode. Aber noch immer wüteten die Stürme und die empörten Wellen trieben sein schwankendes Schiff auf und nieder. Er selbst dachte wohl, daß er in dem ungleichen Kampfe endlich erliegen müsse. Und doch war ihm Rettung zugedacht. Leukothea, die blühende Tochter des Kadmos, die Retterin der Schiffbrüchigen, sah ihn mitten in den aufgeregten Wellen und hatte Erbarmen mit ihm. Sie und setzte sich zu ihm auf das Floß. Armer Mann, sprach sie, du hast gewiß den Poseidon schwer beleidigt. Aber verderben soll er dich nicht, trotz seines Zürnens. Die Götter wollen deinen Untergang nicht. An Scherias Ufer sollst du gerettet werden. Nimm hier den weißen Schleier und umwinde dich damit. Dann wirf die beschwerlichen Kleider ab, verlaß dein Fahrzeug und rette dich durch Schwimmen. Der Schleier bringt dich unversehrt ans Land, aber bist du erst dort, so versäume nicht, ihn hinterrücks mit abgewendetem Antlitz wieder ins Meer zu werfen. Mit diesen Worten übergab sie ihm den Schleier und verschwand wieder in den Wogen. Odysseus zweifelte noch, denn er vermutete in der Erscheinung eine Tücke Poseidons. Das Floß wollte er nicht verlassen, solange es irgend noch zusammenhielt, und auch die Kleider der Kalypso waren ihm teuer. Dennoch behielt er die Wunderbinde, um im Notfalle ihre Kraft zu versuchen. Diese Not kam bald. Noch immer brausten und stürmten die Wogen, ja, ein plötzlicher schwerer Wassersturz zerschmetterte jetzt das so lange erhaltene Schiff. Das Gebälk wich auseinander, der arme Schiffer versank im Wogenschwall und sah die Trümmer seines zerschellten Fahrzeuges um sich hertreiben. Jetzt galt es Tod oder Leben. Odysseus schwamm einem der größten Balken nach, ergriff ihn mit den Händen, schwank sich hinauf wie ein Reiter aufs Pferd und schloß fest an mit den Länden. So reitend zog er sich das schwere Gewand aus und warf es ins Meer, umgürtete sich dann unter der Brust mit der luftigen Binde und sprang getrost von seinem Balken herunter ins Meer, um das letzte Heil im Schwimmen zu versuchen. Jetzt erblickte den mit Händen und Füßen arbeitenden Schwimmer Poseidon. Wohl, sprach der rachsüchtige Gott, mögest du denn für diesmal noch dem Tode entrinnen, aber ich hoffe, du wirst mir die heutige Angst sobald nicht vergessen. Poseidon lenkte nun sein Gespann nach Agar, wo er in den Tiefen einer Bucht eine Wohnung hatte. Allmählich besänftigten sich die wilden Fluten. Zwei Tage und zwei Nächte hatte der entsetzliche Sturm bereits gewütet, und in dieser ganzen Zeit hatte Odysseus weder gegessen noch getrunken. Er schwamm noch immer, und nur die Götterbinde erhielt ihn aufrecht. Aber Freude und Hoffnung kehrte zurück in seine Seele, als das Meer sich wieder zum heitern Spiegel glättete und die felsige Küste von Scheria dicht vor ihm lag. Doch noch hatte er nicht überwunden. So oft er sich dem Strande näherte, schleuderte ihn die Brandung von der steilen Felswand wieder zurück. Hier war der Kampf mit den zurückprallenden Fluten fast größer noch als im Sturme und er mußte, oft zurückgeworfen und ganz zerschunden an den Händen, einen großen Teil der Insel umschwimmen, ehe er einen bequemen Landungsplatz fand. Endlich kam er an eine Stelle, wo ein kleiner Fluß der Insel sich ins Meer ergoss. Das Ufer war niedrig, ohne Klippen und vor dem Winde gesichert. Hier faßte er wieder Mut und flehte zu der Gottheit dieses Stroms. Höre mich, Herrscher, wer du auch seiest, erbarme dich meine, siehe, ich bin dem Zorne Poseidons entronnen und vertraue mich nun deinem Gott erhörte ihn und beruhigte das Wasser, das es sanft ausströmte und den kühnen Schwimmer nicht länger zurückhielt. Odysseus erreichte glücklich das Gestade, dessen Wiesenplan von Büschen und Bäumen überschattet war. Er sank nieder auf die Knie und küßte dankbar die heilige Erde. Aber nun war seine Kraft auch erschöpft. Aus Mund und Nase strömte das eingeschluckte und er verfiel in eine tiefe Betäubung. Atem und Stimme verließ ihn, die schreckliche Anstrengung hatte ihn fast aufgerieben. Als ihm die Besinnung wiederkehrte, gedachte er dankbar der hilfreichen Leukothea und ihres Befehles. Er stand auf, lösete den nassen Schleier ab und warf ihn mit abgewendetem Gesicht ins Meer. Dann ging er vorwärts, zweifelnd und bange. Er erblickte niemand und die Nacht war nahe. Nackt, wie er war, wo sollte er unterkommen? Am Ufer war es feucht und kalt und in dem Gebüsche, das er vor sich sah, konnten vielleicht wilde Tiere hausen. Dennoch ging er dem Walde zu und fand darin ein paar wilde Ölbäume, deren zwei Gedicht ineinander verwachsen waren und ein sicheres, gegen Sonne, Regen und Wind Unten auf dem Boden lag eine Menge dürren Laubes, das häufte er mit den Händen zu einem Berge zusammen und kroch dann tief hinein. Nichts als ein Teil des Kopfes sah noch hervor, der übrige Leib lag tief in den Blättern versteckt, wie etwa ein astiger Kienbrand auf dem Herde in einem Aschenhaufen liegt, damit er seine Glut bewahre und morgen wieder ein neues Feuer an ihm angezündet werden könne. Ein fester Schlaf umfing ihn hier in seinem Blätterlager und sein langes Leiden war in einem Augenblick vergessen. Denkt, Kinder, der geehrte Beherrscher einer großen Insel, der kluge und tapfere Zerstörer einer berühmten Stadt, der reiche Besitzer massenhafter Herden, fand jetzt seine höchste Erquickung in einem Haufen dürren Laubes, darin er seine Blöße barg. In einer ihm unbekannten Wildnis hatte er nichts als das Leben. Und noch dankte er den Göttern, daß sie ihm solches gewährt hatten. Ende von Abschnitt 3 Abschnitt 4 von Odysseus von Karl Friedrich Becker Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Vierter Abend Nausika Scheria ward von dem friedlichen uralten Volke der Fäaken bewohnt. Es trieb mehr Handel und Schifffahrt als Ackerbau und Jagd und hatte eine Stadt unfern des Hafens erbaut. Daneben sah man Schiffswerfte mit Arbeitern und Fahrzeugen aller Art. Ordnung, Sitte und Wohlstand blühte unter ihnen und über sie herrschte ein milder König, Alkinoos genannt, der einen prächtigen Palast in der Stadt hatte, in welchem sich die Vornehmsten der Vererken täglich zu versammeln pflegten, um mit ihrem Könige zu opfern und zu schmausen. Unter dem doppelten Segen des Friedens und einer fruchtbaren Natur hatte sich das Volk zu seltener Bildung und Betriebsamkeit erhoben. Das Odysseus göttliche Freundin Athene ersann nun, während der Ermüdete schlief, ein Mittel, um ihn, wenn er erwacht sein würde, mit guter Art zu der Bekanntschaft der Vornehmsten der Insel zu führen und ihm eine gastliche Aufnahme bei denselben zu bereiten. Der König hatte eine schöne junge Tochter, Nausikaa. Diese lag noch im erquickenden Morgenschlummer, da erschien ihr Athene im Traume unter der Gestalt deiner lieben Jugend Gespielin und redete sie scheltend an. Du Träge, denkst du denn gar nicht daran, die schönen Gewänder zu waschen, die jetzt schmutzig im Hause liegen? Bald wirst du Braut sein, und wie wird sich's dann schicken, wenn bei dem festlichen Braut zuge die Kleider nicht sauber und schön sind? Ein tadelloser Anzug ist eine Zierde des Menschen. Geh, mache dich hurtig auf, sobald der Morgen graut. Laß dir vom Vater einen Wagen und Maultiere geben und fahre alles Zeug hinaus auf den Waschplatz. Ich selber will mitgehen und Mägde nehmen wir auch mit. Da wollen wir waschen und trocknen, daß Vater und Mutter sich freuen sollen. Nausikah wunderte sich über den Traum und nach dem uralten Volksglauben, Sie bat ihren Vater um den Wagen, gedachte aber dabei nicht ihrer Hochzeit, sondern nur der Bedürfnisse der Brüder, um auch Männerkleider zur Reinigung mitnehmen zu können. Der König ließ anspannen und nun holte sie die wollenen Mäntel, Gewänder und Decken, damals die einzige Wäsche, die man hatte, herbei und packte sie in den Wagen. Die Mutter legte Speisen und Salben in ein Kästchen und fügte einen Ziegen ledernen Schlauch mit Wein hinzu. So gut versorgt setzte sich die schöne Wäscherin auf den Wagen, ergriff Peitsche und Zügel und fuhr zur Stadt hinaus. Ihr folgten zu Fuße die anderen Jungfrauen. Sie kamen auf dem Waschplatze an. Er lag in einem klaren Strome, aus welchem das Wasser durch Rinnen in steinerne Behälter Einfalt jener Zeiten wußte noch nichts von Waschfass und Seife. Man warf das Zeug in eine solche Grube voll kalten Wassers. Die Mädchen entkleideten sich und sprangen selbst hinein und walgten das Zeug mit den Füßen. Ebenso wenig bedurften sie zum Trocknen der Leinen und Klammern. Man breitete die Gewänder auf einer reinen kiesigen Fläche am Ufer des Flusses aus und waren sie getrocknet so wurden sie sofort wieder getragen. Auf diese Art verfuhr nun auch die schöne Nausikah mit ihren Gespielinnen. Aber während das Zeug zum Trocknen ausgebreitet lag badeten sich die Mädchen salbten sich und öffneten Kasten und Schlauch um ein Frühstück im Freien einzunehmen. Fröhlich scherzend sprangen sie dann auf stellten sich in einen Kreis an während die Mädchen dazu tanzten und sich mit Ballspiel ergützten. Nachdem sie des munteren Spiels genug getrieben hatten rafften sie die Gewänder vom Boden auf legten sie sorgsam zusammen und trugen sie wieder in den Wagen spannten dann die Maulesel vor welche unterdessen abgeschirrt auf der Weide gegraset hatten und machten sich reisefertig. Aber ehe Nausikah aufstieg machte sich das schalkhafte Mädchen noch den Spaß nach einer der anderen mit dem Balle zu werfen. Der Ball traf nicht und fiel weit weg in den Strom hinein. Wie kreischten die mutwilligen Mädchen auf! Von den Ufern schallte der Jubel wieder, denn die Mädchen konnten nicht aufhören frohlockend in die Hände zu klatschen. Und siehe, wunderbar hatte es Athene so veranstaltet. Denn gerade das laute Gelächter weckte den schlafenden Odysseus, der bis dahin in seinem Gebüsche weder etwas von den nahen Wäscherinnen gehört hatte, noch von ihnen bemerkt war. Er richtete sich horchend auf, rieb sich die Augen und zupfte sich die Blätter aus Haar und Bart. Halt, dachte er, das sind Menschen. Aber wehe mir, was für Menschen werden es sein? Vielleicht gar wilde Räuber und rohe Barbaren, die meine Sprache nicht verstehen und von Göttern und Gastfreundschaft nichts wissen. Doch es klang ja wie Mädchen gekreisch und sie lachten so herzlich. Gefährlich kann das nicht sein. Ich muß nur hervorkriechen und die Menschen Kinder besehen. Er wand sich aus dem Dickicht heraus, schüttelte das Laub von sich und weil er ganz unbekleidet war und sich billig schämte solcher Gestalt vor ihnen zu erscheinen, so brach er sich mit starker Faust einen buschichten Zweig ab, um sich damit zu decken. So kam er schier wie ein wildes Wald Ungeheuer hervor. Die Mädchen, die ihn auf sich zuschreiten sahen, erschraken, schrien laut auf und liefen davon. Nausikaa nur war beherzter, denn Athene hauchte ihr unsichtbar Mut in die Brust. Sie blieb ruhig stehen und erwartete den vom Schlamme des Meeres ganz bedeckten struppigen Mann. Er kam näher, wagte es jedoch nicht, nach Sitte der Flehenden ihre Knie zu umfassen, sondern richtete aus ehrerbietiger Entfernung seine Bitte an sie. Er achtete, wie von jeher edle und gute Menschen taten, ihr Geschlecht. Denn nur der Verworfene naht sich der Unschuld frevelnd, dem Tugendhaften ist sie heilig. Flehend nahe ich dir, sprach er, Göttin oder Jungfrau, denn ich weiß nicht, wer du bist. Bist du eine Göttin, so mußt du Artemis sein, das sagt mir deine schlanke Gestalt und deine herrliche Bildung. Bist du aber eine sterbliche Jungfrau, O, so preise ich deine Eltern und deine Brüder glücklich, ihr Herz muß höher schlagen, wenn sie sehen, wie schön du im Tanze einher schwebst. Aber glücklicher als alle achte ich den Mann, von dem dein Vater die freier Geschenke annimmt und der dich dann als seine Braut nach Hause führt. Ha, wahrlich, nie habe ich solche Schönheit gesehen. Nur in Delos einmal, da Palmbaum empor geschossen und staunte über den Anblick, wie ich jetzt vor dir staune. Denn dort bin ich gewesen und ach, viel weiter noch umher. Ich habe vielen Jammer erfahren und auch jetzt noch bin ich in Ängsten, denn gestern hat mich das stürmische Meer an das Ufer dieses Landes geworfen, das ich nicht kenne und worin niemand mich kennt. Ich wage es nicht, holdes Mädchen, deine Knie zu umfassen, aber erbarme dich meiner, denn nach unendlicher Trübsal bist du die Erste, die mir begegnet. Zeige mir die Stadt, wo die Männer dieses Landes wohnen, und gib mir etwas Schlechtes zur Bedeckung, etwa ein Wickeltuch, worin du die Wäsche geschlagen hast. Möchten dir's die Götter tausendfältig belohnen, möchten sie dir schenken, soviel dein Herz nur begehrt, einen Mann und ein Haus und selige Eintracht darinnen. Denn nichts ist wahrlich so wünschenswert, als wenn Mann und Weib friedlich, in treuer Liebe vereinigt, ihr Haus verwalten, daß alle Bösen und Neider sich ärgern, die Freunde aber sich herzlich der Eintracht freuen. Aber die größte Freude genießen sie davon doch selbst. Der schönen Nausikaar gefiel die herzgewinnende Rede des Fremdlings und sein Schicksal jammerte sie. Sie sagte ihm ihren Namen, erzählte von ihrem Vater und von dem Volke der Veraken und versprach ihm eine freundliche Aufnahme. Zuerst rief sie die entflohenen Mädchen herbei, die in scheuer Ferne standen, schallt sie über ihre zaghaftigkeit aus und befahl ihnen, den Gast zu baden und mit Trank und Speise zu erquicken. Aber der Mann sah gar zu fürchterlich aus. Eine ermunterte immer die andere, den Anfang zu machen. Endlich faßten sie sich ein Herz und führten den Odysseus an den Strom. Nausikaar schickte ihm ein Paar von den frisch gewaschenen Gewändern und den Rest ihres Öles. Die Mädchen legten alles am Ufer nieder und entfernten sich schamhaft, während jener den salzigen Schlamm von seinem Körper abwusch und sich mit Öle salbte. Das Bad tat ihm recht Not, denn schon lange entbehrte er dieser Erfrischung. Aber dafür erschien er nun auch wie neu geboren. Im Schmuck der Gewänder trat er verjüngt unter die Mädchen, die staunend das schöne blühende Antlitz betrachteten. Es dünkte sie, als sei er größer und herrlicher geworden. Das struppige Haar ringelte sich nun in glänzenden Locken über Stirn und Nacken herab, und aus seinen Minen strahlte eine Hoheit und Anmut, daß Nausicaa sich des Wunsches nicht erwehren konnte, es möchte ihm doch gefallen, in Scheria zu bleiben und sie zur Gemahlin zu nehmen. Jetzt reichten ihm die Jungfrauen, was sie von Speisen und Wein noch übrig hatten, und wahrlich, der arme Mann hatte lange genug fasten müssen. Als er gesättigt war, rüstete sich die Gesellschaft zur Rückkehr, Nausicaa bestieg wieder ihren Wagen, die Mädchen folgten zu Fuße nach. Odysseus mußte mit ihnen gehen, solange der Weg noch durch Felder und Wiesen sich hinzog. Als sie sich aber der Stadt näherten, hieß ihn, die Königstochter beiseite gehen und in einem Pappelhaine zurückbleiben, bis sie selbst mit den Jungfrauen zu Hause angelangt sein werde. Dann solle er nachkommen und als ein bittender Gast im Hause ihres Vaters einsprechen. So wollte sie übler Nachrede bei den Leuten ausweichen, daß keiner von ihr sagen sollte, ei, seht doch, welchen stattlichen Fremdling hat sich denn dort Nausikea auserließen. Den wünscht sie wohl gar zum Gemahle. Sie kann's gewiß nicht erwarten, bis einer um sie wirbt. Besser war's auch, aus der Fremde sich den Gatten zu suchen, denn die Freier aus den edlen Jünglingen unseres Volkes sind ihr wahrlich zu schlecht. Nein, Fremdling, fügte sie errötend hinzu, das soll man nicht sagen, ich selber habe ja oft andere Mädchen getadelt, die sich wieder den Willen der Eltern zu einem Manne gesellten, ehe öffentlich die Vermählung veranstaltet war. Noch eine Weisung gab Nausikea dem Odysseus. Er solle, wenn er in den Saal des Palastes eingetreten sei, zuerst die Knie der Königin umfassen und von ihr seine Rettung erbitten. Sei diese ihm gewogen, dann dürfe er getrost hoffen, die Heimat wiederzusehen. Nun erst solle er zu dem Könige herantreten. Odysseus merkte sich alles genau und blieb ehrfurchtsvoll in dem Heine zurück, bis er die Jungfrauen an Ort und Stelle vermutete. Betend hob er indessen die Hände empor zu seiner Schützerin Athene, daß sie ihn Mitleid und Gunst finden ließe bei den Männern des unbekannten Volkes. Ende von Abschnitt 4 Abschnitt 5 von Odysseus von Karl Friedrich Becker Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Fünfter Abend Der Gestrandete in der Königsburg Die Sonne war schon untergegangen und alles dunkel umher, als der Held sich aufmachte, um in die Stadt der Vererken zu gehen. Mit Absicht hatte er den Abend erwartet, damit er kein Aufsehen errege oder irgendein übermütiger Einwohner ihn mit Fragen belästige oder gar mit Schmähungen kränke. Und siehe, kaum näherte er sich den ersten Häusern, da trat schon seine Freundin Athene ihm entgegen, aber er kannte sie nicht. Sie hatte die Gestalt eines Mädchens angenommen, das mit dem »Liebe Tochter«, redete Odysseus sie an, »zeigest du mir wohl den Weg zu Alkinoos Wohnung, der hier bei euch König ist? Ich komme weit her aus einem entlegenen Lande und kenne niemand in dieser Stadt. »Recht gern, Väterchen«, antwortete die freundliche Dirne, »will ich dir das Haus, nachdem du verlangst, zeigen. Der König wohnt ganz nahe bei meinem Vater. Komm nur immer mit mir, ich will dich so führen, daß du keinen Menschen weiter zu fragen noch zu sehen brauchst. Denn hier sind die Leute nicht allzu freundlich gegen Fremde. Das macht ihr kühnes Handwerk, denn es sind Schiffer, aber ihre Schiffe sind auch schnell wie die Vögel und wie die Gedanken. Odysseus dankte dem lieben Mädchen und folgte ihr von niemand gesehen. Er sah staunend den geräumigen Markt und den Hafen, dessen Schiffe und Mauern hoch und trotzig aus der Dämmerung aufragten. Als sie eine Weile gegangen waren, stand das Mädchen still und sagte, siehst du, Väterchen, hier ist das Königs Haus. Jetzt wirst du die Fürsten gerade bei der Mahlzeit finden. Da geh nur dreist hinein und fürchte dich nicht. Dem Kühnen gelingt ja alles am erst die Königin auf, sie heißt Arete und ist eigentlich des Königs Nichte, denn der vorige König, Nausitoos geheißen, hinterließ zwei Söhne, diesen Alkinoos und noch einen Rexenor mit Namen. Der lebte aber nicht lange und hinterließ bloß eine einzige Tochter. Die hat nachher Alkinoos geheiratet und sie ist jetzt unsere Königin. Sie ist sehr klug und wird weit und breit geehrt von allen übrigen Weibern und der König selber hält sie gar hoch. Sie regiert alles und entscheidet sogar die Streitigkeiten der Männer mit Weisheit und wenn sie ausgeht so grüßt sie alt und jung wie eine Göttin. Wenn diese der wohl will, so kannst du gewiß hoffen in dein Vaterland zu kommen und alle deine Wünsche zu erreichen. Mit diesen Worten verließ und blieb verwundert an der Schwelle des Hauses stehen. Denn überaus schön fand er alles, was er hier sah, die Mauern wie von Erz, die Pfosten wie von Silber und golden war der Ring an der Pforte. Und in der Tiefe des offenen Saales waren rings an den Wänden Sessel gestellt, mit schönen Decken belegt, darauf saßen die Edeln der Vererken und Schmauseten. Neben zum Mahle. Fünfzig Mädchen dienten in dem Palaste, von denen einige das Geschäft hatten, Korn auf der Handmühle zu mahlen, während andere Zeuge wirkten oder spannen. Denn so wie die phäakischen Männer erfahrene Schiffer waren, ebenso sehr waren die Weiber dieses Volkes wegen ihrer kunstreichen Webereien berühmt. Doch Odysseus ging noch immer nicht hinein. Erst besah er sich noch den schönen der mit einer hohen Mauer umgeben war und voll stattlicher Obstbäume prangte. Hier hingen saftige Birnen, Feigen und Granaten herab, dort schimmerten rotgesprenkelte Äpfel und grüne Oliven, und halb versteckt hinter breiten Blättern blickten purpurne Trauben hervor. Wahrlich alle Jahreszeiten sah man hier vereinigt. Hier erhob sich ein Baum im Frühlingsschmuck zahlloser Blüten, dort stand ein anderer, an dem die grünen Früchte hingen, dort wieder ein anderer, der trug schon Reife in Fülle. Ebenso auch die Trauben, einige lagen bereits abgeschnitten zum Dörren auf dem Boden, andere wurden gekeltert, andere schnitt der Winzer soeben und wieder andere fingen erst an sich zu färben. Nützliche Gartengewächse standen in zierlich geordneten Beeten, deren Ränder mit duftenden Blumen eingeschlossen waren. Auch zwei Quellen schlängelten sich durch den Garten hin, wovon die eine den Palast mit Wasser versorgte, indes aus der anderen, welche nach außen geleitet war, die Nachbarn schöpften. Jetzt erst, nachdem der Held alles betrachtet und bewundert hatte, ging er in den Saal des Königs hinein. Es war schon spät, die Fürsten, welche bei dem Alkino ausschmausten, dachten bereits an den Aufbruch und hielten eben den Becher in den Händen, dem Hermes zum Schlüsse ein Trankopfer darzubringen. Da sahen sie mit Verwunderung noch einen Fremdling rasch den Saal durchschreiten und vor der Königin niederfallen. Sie richteten sich alle auf und horchten aufmerksam, was er sagen würde. Er aber umfasste nach dem Brauche der Flehenden Aretes Knie und sprach. O Arete, Tochter des göttlichen Helden Rexenur, siehe, ich umfasse dir und deinem Gemahle die Knie und allen Gästen umher, ich bin ein Unglück beladener, hart bedrängter Mann. Mögen euch die Götter heil und langes Leben schenken und reiches Erbe euren Kindern im Hause und Ehre unter dem Volke. Mir aber seid zur Rückkehr in meiner Heimat behilflich, denn schon lange bin ich von den Meinigen entfernt und irre im Elende umher. Mit diesen Worten stand er auf und setzte sich, wie es Hilfe bittenden ziemte, in die Asche neben dem Feuerherde. Weil er die Gesellschaft so plötzlich überrascht hatte, so verstummten die Anwesenden alle, erst nach einiger Zeit unterbrach ein bejahrter Gast das Schweigen. Alkinoos sprach er, es ist nicht anständig einen Fremdling am Herde in der Asche sitzen zu lassen. Die übrigen Männer schweigen, nur weil sie deiner Befehle harren. Wohl an, führe ihn doch zu einem silberbeschlagenen Sessel, und laß durch die Herolde noch Wein mischen zu einem Opfer für Zeus, dem Fremden aber frische Speise reichen durch die Schaffnerin. Sogleich stand der König auf, faßte den Odysseus bei der Hand, hieß seinen liebsten Sohn Laodamas, der ihm zunächst saß, aufstehen und führte den Gast zu dem erledigten Sessel. Alsbald war nach der Gewohnheit eine Dienerin mit Wasserkanne und Waschbecken bereit und besprengte dem Fremdling die Hände. Dann ward ein reinliches Tischchen vor ihn hingestellt, das sich alsbald mit Brot und Speisen aller Art füllte. Das war ein anderer Abend als der gestrige, wo der arme Mann seiner Kleider beraubt, triefend und von Angst und Anstrengung abgemattet, ans Land gestiegen war, um sich ein Lager von Blättern zusammen zu scharren. Wie behaglich schmauste er jetzt im herrlichen Saale bei Fackelschein. So schnell wechselt oft mit banger Nacht ein froher Tag. Wohlan, rief der König dem Herolde zu, mische noch einmal Wein in dem Kruge und fülle rings den Gästen die Becher, daß wir dem Zeus noch ein Opfer ausgießen, dem Beschützer der Hilfe fliehenden. Der Herold tat, wie ihm gesagt war, und sie sprengten alle die ersten Tropfen dem Zeus zu Ehren auf die Erde, tranken das Übrige mit Wohlbehagen und erhoben sich dann von ihren Sitzen. Der König beschied sie auf den folgenden Tag wieder in sein Haus, um sich mit ihnen über die Fortschaffung des Fremden zu beraten, wenn dieser nicht etwa, so fiel ihm plötzlich ein, ein verkleideter Gott Odysseus lehnte die allzu ehrenvolle Vermutung bescheiden ab. Nein, sagte er, wenn ihr einen Menschen kennt, den ihr vor allen für den unglücklichsten und elendesten erachtet, dem bin ich zu vergleichen. Laßt mich nur jetzt noch ein wenig essen, denn obschon tiefer Gram meine Seele belastet, so geht der Hunger mir doch noch über den Kummer, und der leidige Magen erinnert selbst den Betrübtesten mit Gewalt an sein Bedürfnis. Morgen aber, ihr Fürsten, tut mir so, wie der König gesagt hat, entsendet mich in mein Vaterland, denn seit Jahren verzehrt mich die Sehnsucht nach meinem Weibe und meiner Habe. Die Fürsten hörten dem Fremden mit Achtung zu, weil seine Reden und sein Wesen einen gewandten verständigen Mann verrieten. Darauf gingen sie fort und ließen ihn mit dem Könige und der Königin allein zurück in dem weiten Saale. Die Mägde räumten die Tische und die Überreste des Mahles weg, und jetzt erst redete die kluge Königin, die ihn gegenwart der Männer geschwiegen hatte, ihren Gast an. Bisher hatte sie ihn halb mit Verwunderung, halb mit Misstrauen angesehen, denn sie erkannte die Kleider Ich mußt dich doch fragen, sprach sie, wer und woher du bist. Wer gab dir diese Kleidung? Du sagtest ja, du wärst über das Meer gekommen und vom Sturme an unsere Insel verschlagen. Ach, edle Königin, antwortete Odysseus, unmöglich kann ich dir jetzt alles vom Anfange an erzählen. Sieh, es liegt fern im Meere eine Insel, Ogygia, da wohnt einsam eine schöne und mächtige Göttin, Kalypso, mit Namen. Dorthin kommt sonst gewöhnlich kein Mensch, auch nicht leicht einer der Götter, mich aber hatte ein schrecklicher Sturm, der mein Schiff zerschmetterte und meine Gefährten in den Abgrund riß, dorthin geworfen. Sieben Jahre hat mich die schöne, reizende Nymphe festgehalten. Sie nahm mich freundlich auf, pflegte meiner und verhieß mir Unsterblichkeit und ewige Jugend, wenn ich bei ihr bleiben und ihr Gemahl werden wollte. Aber sie konnte mich nicht bewegen. Immer sehnte sich mein Herz nach der lieben Heimat hin und ich benetzte meine Kleider mit Tränen. Endlich wandte sich ihr Sinn. Kaum sind es zwanzig Tage, da entließ sie mich freiwillig und gab mir Geschenke und dazu eine glückliche Fahrt, bis ich die blauen Berge eurer Insel vor mir liegen sah. Aber jetzt packte mich die Wut Poseidons, ein ungeheurer Orkan zerschellte mein Schiff und nackt nur rettete ich mich aus tausend Ängsten durch Schwimmen an dieses Gestade. Das war gestern Abend. Die Nacht habe ich kläglich im dichtesten Gebüsche zugebracht. Aber ich empfand nichts von meinem Elende, weil ein süßer Schlaf mich fast zwanzig Stunden hindurch gefesselt hielt. Erst diesen Nachmittag erwachte ich. Ich hörte Geräusch und sah deine Tochter mit anderen Jungfrauen nicht ferne von mir. Ich nahte ihr in meiner bedrängten Lage und siehe, ich war auf ein verständiges edelgesinntes Mädchen getroffen. Sie erquickte mich mit Speise und Wein, badete und salbte mich und gab mir diese Gewänder. So bin ich denn hierher gekommen. Nun, das ist gut, sagte Alkinoos, aber verabsäumt hat das unartige Mädchen doch eine Pflicht. Sie hätte dich sogleich mit zu uns herbringen sollen. Sie war schon lange hier, ehe du kamest. O König, erwiderte der Held, hüte dich darum, die treffliche Tochter zu tadeln. Wohl bot sie mir's selbst an, aber ich hielt es für unschicklich und wollte von mir dachtest, darum blieb ich bescheiden zurück. Denn wir sind argwöhnisch, wir Menschen auf Erden. So eignete sich der schlaue Mann das von der Nausikaa geäußerte Bedenken selbst zu. Es sollte scheinen, als habe sie ganz in dem Sinne ihres Vaters und nach der gegen Fremde zu beobachtenden Sitte gehandelt. Nun, ich bin so übereilt nicht im Urteilen, versetzte Alkinoos, indessen ist Ordnung in allen Dingen gut. Du bist ein trefflicher Mann, ich merke dir's an. Oh, wenn doch so einer wie du meine Tochter begehrte, ich nehme ihn mit Freuden zum Eidam an, und wolltest du hier bleiben, sie, Häuser und Grundstücke schenkte ich dir. Aber das wolle Zeus nicht, daß ich dich zwänge, bei uns zu bleiben. Unsere Ruderer sollen dich unversehrt nach deiner Heimat bringen, und wäre sie auch noch so weit von hier. Du sollst liegen und schlafen können im Schiff wie im Bette, so sanft und sicher werden sie dich fahren. Ich sage dir, du wirst dich verwundern über unsere Leute. O Vater Zeus rief Odysseus bei diesen Worten aus, laß doch alles gelingen, wie es dieser edle Mann gesagt hat, dann gelange ich sicher in die Heimat. Und nun machte die Königin dem Gespräch ein Ende, indem sie den Mägden befahl, dem Fremden unter der Halle ein Bett zu bereiten, prächtige Polster darauf zu legen, noch eine feine Decke als Laken und andere wollene Gewänder zum Deckbett darüber zu werfen. Sie gingen mit Fackeln hinaus, besorgten alles aufs Beste und riefen dann den Fremdling, der der willkommenen Ruhe freudig entgegeneilte. Unter der Halle schlummerte nun Odysseus, Alkino aus Aber und die Königin in dem innern Gemach des Palastes. Ende von Abschnitt 5 Abschnitt 6 von Odysseus von Karl Friedrich Becker Mit der Morgendämmerung erhob sich der König Alkinoos und seien ihm noch immer unbekannter Gast vom Lager. Beide gingen auf den Markt und setzten sich auf schön behauene Steine nieder, dergleichen ringsumher für die phäakischen Fürsten aufgestellt waren, wenn sie sich zu einer allgemeinen Beratschlagung einfanden. Noch war niemand da, aber Athene ging schon als Herold verkleidet von Haus zu Haus und indem sie die Neugier und Teilnahme der Verarken für für den seltenen Fremden erweckte, lud sie alle die Häupter zu schneller Versammlung ein. Da kamen sie in Scharen und erfüllten die Sitze, während das Volk sich in den Gängen durcheinander drängte und auf den Fremdling schaute, über dessen Geleitung die Fürsten beraten wollten. Er aber stand wie ein Gott unter ihnen, denn Athene hatte ihm Hoheit der Gestalt und Anmut verliehen, um ihm die Bewunderung und Liebe der Verarken desto sicherer zu gewinnen. Nachdem alle versammelt waren, nahm der König das Wort. Hört mich an, sprach er, ihr erlauchten Fürsten der Verarken. Dieser Fremdling hier, ich kenne ihn nicht und weiß nicht, ob er vom Morgen oder vom Abend her zu uns gekommen ist, hilfeflehend hat er mein Haus betreten und begehrt nun von uns weiter geleitet zu werden. Lasst uns also schnell daran denken, denn noch niemals ist jemand meinem Hause mit einer Bitte genahlt, die ihm nicht gewährt worden wäre. Darum auf, ihr Jünglinge, versammelt euch, zweiundfünfzig an der Zahl, zieht ein gut bewährtes Schiff ins Meer und besorget alles, was dazugehört. Dann kommt in meinen Palast, da will ich euch alle mit Speise und Trank versorgen. Ihr aber, ihr Fürsten, erfüllt mir eine andere Bitte. Folgt mir in meinen geräumigen Saal, daß wir den Fremdling noch einmal glänzend bewirten, und damit unserer Freude auch das Lied nicht fehle, rufet den göttlichen Sänger dem Modokos herbei. So sprach der König und stand auf. Die Fürsten folgten ihm in sein Haus, und der Herold eilte zum Sänger, die Jünglinge aber begaben sich in den Hafen, um die Fahrt zu rüsten nach des Königs Befehl. Eilig zogen sie ein Schiff ins Meer, richteten den Mastbaum auf, hängten die Segelstangen mit den Segeln daran und knüpften die Ruder an lederne Riemen. Hierauf verfügten sie sich dem Gebote gemäß in den Palast, dessen Hallen, Höfe und Säle von Gästen wimmelten. Alkinoos gab aus seinen Stellen zwölf Schafe, acht Schweine und zwei Stiere zum Besten, davon ließ sich schon ein tüchtiges Mahl bereiten. Die Jünglinge übernahmen das Geschäft des Schlachtens und unterdessen erschien der abgeschickte Diener mit dem alten Sänger, der die Fürsten im Saale mit seinem Gesange erfreuen sollte. Unter allen Völkern gibt es einzelne Menschen, die mit einem hellen Geiste eine ganz vorzügliche Stärke der Empfindung und Auffassung verbinden, in deren Seele sich alle Gegenstände lebhafter darstellen und fester eindrücken und deren feiner empfänglicher Sinn von einer schönen Gegend, von einer nur flüchtig berührt, auf das lebhafteste ergriffen, entzückt und begeistert wird. Sie können dann die Begeisterung nicht in sich verschließen, was sie schön empfinden, wollen sie auch anderen schön darstellen, was sie gerührt hat, das, wollen sie, soll auch andere Menschen rühren. Da genügt ihnen dann die Sprache des gewöhnlichen Lebens nicht mehr, sie reden gleichsam wie in einem holden Wahn und ergehen sich in überraschenden Wendungen, neuen und gewählten Ausdrücken, kühnen, unerwarteten Gleichnissen. Solcher dichterischen Geister finden sich, ich wiederhole es, zu allen Zeiten, und ihr Wesen und Wirken offenbart sich oft am bedeutsamsten, wenn sie einem Volke von einfacherer Bildung angehören. Denn meistens sind sie da die eigentlichen Lehrer der Weisheit und die alleinigen Pfleger dessen, was wir Kunst nennen, mindestens sind sie stets auch Sänger. Ist daher ein Seitenspiel bereit, so wird ihre Rede ein begleitender Gesang, die Worte fügen sich wie ungesucht zu dem Takte der Musik, und so entsteht ein schön gemessener Vers, dessen Wohlklang die Begeisterung des Dichters nährt und erhöht und die Hörer desto lebhafter fesselt. Das Volk steht erstaunt und sieht in dem entzückten Sänger kaum noch einen Menschen, ein Gott scheint aus ihm zu sprechen. Die Begeisterung, die ihn so wunderbar ergreift, muß ihm ein höheres Wesen einhauchen. Ja, der Sänger selbst, indem er sich fähig fühlte, alles, was er wollte, zu singen, war bei sich überzeugt, daß in diesem Augenblicke ein Gott sein Herz beherrsche. Auch bei den Griechen gab es in den Zeiten, welche Homer uns schildert, Sänger, die als begnadigte Lieblinge der Götter besondere Ansprüche auf Verehrung und auf freundliche, achtungsvolle Behandlung hatten. Sie erscheinen bei den Festmalen der Fürsten, verherrlichen den Ruhm der Vorfahren, und während sie dem Ehrgeize schmeicheln, bieten sie durch ihre Gesänge zugleich eine Schule der mannigfaltigsten Bildung. Ein solcher Sänger, Aöden nennt sie der Dichter, war auch dem Modokos, den der Herold jetzt zu dem Hause des Alkinoos führen sollte. Er war blind, aber sein Gedächtnis war voll von herrlichen Geschichten, die sein Beriter Mund entzückend vorzutragen wußte, indes seine Hand kräftig die Seiten der Formings rührte. Dies war das Instrument, welches nicht bloß die Chortänze leitete, sondern auch bei dem Vortrage der Lieder angewendet wurde. Es diente dazu, der Stimme die nötige Haltung zu geben und den Vortrag nicht bloß einzuleiten, sondern auch zu begleiten. So war der Vortrag der Heldenlieder einst bei den Arabern, so bei den Goten und Vandalen, bei unseren Vorfahren, und noch jetzt bei den Serben, die ein Seiteninstrument von dem einfachsten Bau, Gurla genannt, anwenden. Das gilt auch von der Formings, die mit Schafseiten bezogen und bogenförmig gestaltet war. Der Herold führte ihn sanft am Arme herbei, stellte ihm mitten im Kreise einen Sessel hin an eine Säule des Saals, und über seinem Haupte hängte er die Formings an einem Nagel auf, lenkte auch freundlich dem blinden Manne die Hand dahin, damit er nachher sie finden könnte. Dann setzte er einen Tisch mit Fleisch vor ihn hin, holte den Brotkorb herbei, mischte Wein für ihn und bediente ihn wie alle die übrigen Gäste. Als nun die Esslust der Schmausenden gestillt war, griff der Sänger nach seiner Formings, um das Lied zu beginnen. Und nun erscholl sein Gesang wie Schlachtruf und Waffengeklär zur Feier des Trojanerkriegs. Alles lauschte begeistert den Klängen, die tief in jedem Griechenherzen wiederhalten. Da wandte sich sein Gesang, und nun pries er den Streit der beiden siegreichsten Führer, deren Ruhm von allen leuchtete, des Achilleus und des Odysseus. Das traf unseren Helden wie Schwertstreich. Die Erinnerung riß alle Wunden seines Herzens wieder auf. Er zog den Mantel über das Haupt und verbarg sein Gesicht, damit die Vererken seine Tränen nicht sahen. Erst als der Sänger schwieg, trocknete er sich schnell die Augen und nahm den Mantel von seinem Haupte. Aber sobald der Sänger wieder anhub, stürzten auch die Tränen wieder hervor, und seiner selber kaum mächtig, seufzte Odysseus tief auf. Das hörte Alkinoos, der ihm zunächst saß, aber schonend, als merke er's nicht, sprach er bei der nächsten Pause des Sängers zu seinen Gästen. »Hört, Freunde, ich denke, jetzt hat Mahl und Gesang uns alle sattsam erfreut. Laßt uns nun hinausgehen und Kampfspiele versuchen, damit unser Gast auch darin die Geschicklichkeit der Vererken erkenne und seinen Freunden zu Hause davon erzähle.« Sogleich standen die Schmausenden alle auf und folgten dem Könige hinaus. Auch der blinde Sänger ging mit, nachdem ein treuer Diener ihm seine Vormings abgenommen und sie an den Nagel gehängt, ihn selbst aber bei der Hand gefaßt hatte. Der Markt füllte sich wieder mit neuem Getümmel, die Fürsten setzten sich, ringsumher stand das Volk, und die Jünglinge, welche ihre Kunst im Ringen, im Faustkampf, im Laufen und Werfen zeigen wollten, traten in den weiten Kreis hervor. Zuerst versuchten sich drei Söhne des Königs, Laodamas, Halios und Klytonäus, im Wettlauf, von denen der Letztere den Preis davon trug. Dann traten die starken Ringer auf, unter denen der tapfere Euryalos alle besiegte. Hierauf ließen sich die Springer sehen, auf welche die Scheibenwerfer folgten. Den Beschluss machten die Faustkämpfer und in diesem gefährlichen Spiele behielt der schöne Laodamas die Oberhand. »Hört, Freunde«, rief hierauf der junge, mutige Mann, »wir wollen doch unseren Gast fragen, ob er nicht auch in Kämpfen geübt ist. Wahrlich, seine Gestalt ist edel, seht nur die hohe Brust, die Schenkel, die Arme und den starken, sehnigen Nacken. Auch sein Wuchs verrät einen tüchtigen Mann, und alt ist er auch noch nicht. Das Unglück hat ihn nur so mitgenommen, denn wahrhaftig, ich kenne nichts, was einen Mann mürber zu machen imstande wäre, als das heillose Meerwasser, wenn einer auch noch so stark ist.« »Schön«, erwiderte Euryalos der Ringer, »das ist ein guter Einfall. Geh nur hin zu dem Manne und fordere ihn auf.« Laodamas ging hin und forderte den Odysseus auf, aber dieser lehnte es ab. »Ach«, sagte er, »mein Unglück liegt mir jetzt näher am Herzen als Kämpfe, und ich habe keinen anderen Gedanken, als wie ich recht bald nach Hause kommen möchte. Ihr wißt nicht, was ich alles erduldet habe und wie tief Trübsal mich beugt.« »Schon gut, mein Freund«, rief höhnisch der vorschnelle Euryalos, »man sieht wohl, daß du dich auf so etwas nicht verstehst. Ein Kämpfer bist du nicht, aber vielleicht ein Aufseher auf einem Kaufmannsschiffe, der die Ladung besorgt, die Waren bewacht und die Gewinne berechnet, nicht wahr? Ha, ha, ha!« »Ei«, erwiderte mit finsterem Blick der edle Odysseus, »nicht fein war die Rede. Du scheinst mir ein übermütiger Gesell. Man sieht doch recht, wie verschieden die Götter ihre Gaben austeilen. Mancher Mann von unansehnlicher Gestalt ragt oft durch seinen Verstand hervor, und wenn er redet, erstaunt die Versammlung über seine treffenden Worte. Ein anderer dagegen von götterähnlichem Wuchs weiß oft nicht, ein verständiges Wort herauszubringen. Sieh, so ist es mit dir bestellt. Du bist von trefflicher Schönheit, aber dein Witz will nicht viel sagen. Wahrlich, wärst du nicht solch ein junger Tor, du hättest mich empört mit deiner unziemlichen Rede. Nein, glaube mir, ich bin kein Neuling im Wettkampfe. Ich habe mich mit den Tapfersten gemessen, als ich noch jung war und Gram mich nicht niederbeugte. Denn ich habe erduldet, was nur ein Mensch erdulden kann, im Kampf der Feldschlacht wie im Sturm der Meereswogen. Aber wahrlich, so entkräftet ich auch bin, ich versuche den Wettkampf, zu dem du mich gefordert hast. Gebt her die Scheibe. Er nahm die schwerste der metallenen Wurfscheiben, welche da lagen, schwank sie am Riemen ein paar Mal im Wirbel herum, und nun schleuderte er sie hoch in die Luft, daß sie weit, weit hinter den Scheiben der anderen niederfiel. Da lief einer der Zuschauer hin und steckte an dem Orte, wo die Scheibe liegen geblieben war, einen Pfahl zum Zeichen ein, und als er wieder zurückkam, rief er laut, »Das Mal findet wohl ein Blinder heraus im Tappen, so weit hat es die anderen hinter sich gelassen. In dieser Kampfart kannst du sicher sein, fremder Mann, in dem Wurfe wird dir's keiner gleich tun.« »Nun«, rief Odysseus, »schleudert mir doch nach, ihr Jünglinge! Und hat nun jemand noch Lust, etwas anderes mit mir zu versuchen, sei's mit der Faust, im Ringen oder im Laufen, der komme her und wage sein Mal, denn ihr habt mich höchlich beleidigt. Wohl an, ihr Verhaken, trete her, wer da will, ich stehe bereit zu allem. Sei's, wer sei, nur Alkinoos nicht, er ist mein Wirt, und ungezogen ist es, zum Kampfe den Gastfreund herauszufordern, der uns speiset und beherbergt. Aber sonst verschmähe ich keinen der anderen, und wahrlich, mit der Furcht hat's gar keine Not. Ich will mich mit jedem versuchen im Wettstreit. In keinem Kampf der Männer bin ich unerfahren, und im Bogenspannen suche ich meinen Meister. Mitten aus der Schar der Feinde erziele ich meinen Mann, und er fällt gewiß. Ein einziger nur hat mich darin übertroffen, als wir vor Troja lagen, Philoktet, aber unter allen anderen Schützen behaupte ich den Vorrang. Auch mit dem Wurfspieße treffe ich, soweit kein anderer mit dem Pfeile reicht. Nur im Laufen könnte vielleicht einer von Euch mir's zuvortun, denn das stürmende Meer und die lange Entbehrung haben mich über die Maßen entkräftet. Jetzt schwiegen die Vererken alle, keiner getraute sich mehr den Helden herauszufordern. Da nahm der König das Wort und sprach, Lieber Fremdling, wir glauben deinen Worten, denn nicht aus Prahlsucht rühmst du dich, sondern weil der junge Mensch dort dich wirklich bitter gekränkt hat. Damit du indes zu Hause doch alles Gute von uns erzählen könntest, so höre mich an. Nicht kämpfen und ringen ist unser Stolz, aber das hat uns Zeus vor allen Völkern gegeben, rasch im Wettlauf und Meister der Schiffer zu sein. Auch lieben wir immerwährenden Schmaus und Seitenspiel und Tanz, schöne Kleider und warme Bäder. Wohlan denn, ihr phäakischen Tänzer, zeigt eure Künste, damit der Fremdling daheim sie verkünde, hole doch einer des Demodokos Formings herbei, die noch in dem Saale hängt. Sogleich eilte ein Herold hin und holte die Formings. Die jungen Tänzer stellten sich in Ordnung und begannen mit Schwung und Sprung den künstlich gemessenen Tanz. Odysseus bewunderte ihre flügelschnellen Füße, er hatte so etwas noch nie gesehen. Lieblich begleitete die Musik, die Bewegung der Tänzer und rasch stimmte noch der alte Sänger ein lustiges Lied an, welches alle Zuhörer zu lautem Gelächter zwang. Als der Chortanz der Jünglinge eine Weile gedauert hatte, traten des Königs Söhne, Laodamas und Halios, einzeln hervor und erregten allgemeines Staunen. Einer warf einen wollenen Ball beinahe bis in die Wolken und der andere fing ihn im Sprunge auf, so daß der Ball in seine Hand fiel, ehe des Tänzers Fuß noch die Erde berührte. Dann schwangen beide sich in mannigfaltigen, nachahmenden Stellungen und die Jünglinge ringsumher klatschten mit den Händen dazu und erhoben freudigen Zuruf. Odysseus ergötzte sich sehr an den künstlichen Formen und Stellungen und machte dem Alkinoos darüber Lobsprüche, die den alten Mann in der Seele freuten. Er wollte nun einmal den Fremden recht glänzend entlassen und darum schlug er jetzt in der Versammlung vor, jeder der zwölf vererkischen Fürsten solle dem Gaste ein Geschenk an Golde und ein schön gewirktes Ober- und Unterkleid geben, dazu wolle er selbst noch ein Übriges tun, so wolle man ihn fortsenden. Auch müsse noch der Vorlaute Euryalos dem beleidigten Manne seine Schmähung abbitten und ihm ein Versöhnungsgeschenk reichen. Alle stimmten dem Könige bei und jeder schickte einen Herold nach Hause, um das Geschenk herbeizuholen. Und jetzt stand auch, zu seiner großen Ehre, der unbesonnene Jüngling auf und sprach, »Alkinoos, mächtigster König, ja, ich habe mich an dem Fremdlinge vergangen, aber ich will ihn gern besänftigen, wie du gebietest.« »Siehe, dies eherne Schwert will ich ihm schenken, es ist noch neu, das Heft ist von Silber und die Scheide von glänzendem Elfenbein. Gewiß, das wird ihm lieb sein.« Er trat mit dem Schwerte vor Odysseus hin und sprach, beschämt, mit niedergesenkten Augen, »Heil dir, fremder Mann!« »Ist hier ein kränkendes Wort gefallen, so mögen es schnell die Winde verwehen. Dir aber wollen die Götter verleihen, bald dein Haus und die Deinen wiederzusehen, nachdem du so lange fern von der Heimat dich abgehärmt.« »Lieber,« erwiderte Odysseus, »auch dir werde herzliche Freude und Heil von den Göttern. Möge dir dein Geschenk nicht wieder leid werden, womit du mich hast versöhnen wollen.« Er hängte das Schwert um die Schulter und aller Groll war vergessen. Indes war es Abend geworden. Die Diener kamen mit den Geschenken auf dem Markte an, legten sie alle zusammen und trugen sie dann in des Königs Wohnung. Dahin folgte auch die ganze Schar und die Fürsten nahmen da selbst wieder, wie gewöhnlich, die rings im Saale aufgestellten Stühle ein. Alkinoos bat seine Gemahlin, ein warmes Bad für den Gast bereiten zu lassen und suchte die Geschenke aus, die er selbst für ihn bestimmt hatte. Sogleich war dein großer Kessel auf den Herd gesetzt. Die Mägde legten Holz an und schürten die Glut. Die Königin selber holte die kostbaren Geschenke herbei und packte sie wohlgeordnet in eine Lade, die Odysseus nachher verwahren sollte. Schlösser kannte man damals noch nicht. Odysseus half sich stattdessen mit einem künstlichen Knoten, den ihn einmal die zauberkundige Kirke schürzen gelehrt hatte. Jetzt kochte das Wasser im Kessel und die Schaffnerin rief den Gast zum Bade. Er ging hinaus, entkleidete sich und stieg mit Wohlbehagen in die dampfende Wanne. Nachdem er sich wieder getrocknet hatte, salbten ihn die Mägde mit Öl und umhüllten ihn mit einem prächtigen Gewand und Mantel. Eben wollte er nun wieder zu den schmausenden Männern hineingehen, da fühlte er sich vor der Tür des Saales von sanften Händen aufgehalten. Es war die schöne Nausikaa, die er seit gestern nicht gesehen hatte, denn es ziemte sich für die Töchter des Hauses nicht, sich unter jubelnden Männern blicken zu lassen. Still und züchtig mußten die griechischen Jungfrauen oben in ihrer Kammer beim Webstuhl oder bei der Spindel bleiben und die gute Nausikaa hatte sich auch den ganzen Tag über nach dieser Sitte gehalten. Jetzt hatte sie die Anstalten zur Abreise des Fremdlings vernommen, da trieb sie das Herz, den schönen Mann noch einmal zu sehen, der ihr gestern so bescheiden und so edel genahet war. Es war Abend, sie schlich sich leise hinunter und wartete seiner vor der Tür, wenn er aus dem Bade zurückkehren würde. Er kam und Anmut strahlte aus seinem Gesichte, Würde und Kraft trug seine Schritte. Freude dir, Gast, flüsterte sie, und wenn du einst wieder in deiner Heimat bist, denke auch manchmal an mich, Gedenke des Mädchens in Scheria, der du zuerst dein Leben verdanktest. Sie schlug die Augen nieder und preßte die Tränen zurück. Oh, gewähren mir die Götter nur das, erwiderte sanft der Fremdling, daß ich glücklich nach Hause komme, so will ich deiner täglich gedenken und deinen Namen wie einer Göttin Namen feiern, denn du hast mir das Leben gerettet, holde Jungfrau. Das Mädchen ging traurig auf ihr Zimmer. Odysseus trat wieder in den Saal, wo die Schmausenden saßen, und nahm auf seinem Sessel an der Seite des Alkinoosplatz. Jetzt eilten die Diener emsig umher, um auf die Tische das gebratene Fleisch zu legen und aus dem großen Mischkruge die Becher der Gäste ringsum zu füllen. Ein Herold leitete auch den ehrwürdigen Sänger an der Hand nach seinem Stuhle. Odysseus winkte jenem, schnitt dann von dem Fleische, welches man ihm als Ehrenteil vorgelegt hatte, ein fettes Rückenstück ab und sagte, »Gib doch dies dem Demodokos! So arm und elendig auch jetzt bin, so möchte ich ihm doch gern Liebes erweisen, denn überall muß man den Sängern Achtung und Ehrfurcht beweisen, weil ja die Muse selbst sie belehrt hat und huldreich über ihnen waltet.« Der Herold nahm das Stück Braten und drückte es dem blinden Sänger in die Hände. Die Demodokos empfing mit Freuden die Gabe und aß davon. Aber die anderen auch streckten hastig die Hände nach dem leckern Mahle. Nachdem der Hunger gestillt war, wandte sich Odysseus wieder an den Sänger und bat ihn, da er doch alle Abenteuer aus dem Trojanerkriege wisse, noch das eine von dem hölzernen Pferde zu singen, mit welchem Odysseus die Trojaner getäuscht habe. Da sang der Alte zum Klange der Vormings die seltsame Meer, nicht ahnend, daß der Held, dessen List er feierte, an seiner Seite lauschend saß. Und jener fand, daß der Mann alles nach der Wahrheit schilderte, als wäre er selber zugegen gewesen, und der treffliche Gesang erschütterte abermals sein Herz, so daß er nicht ruhig aufsehen konnte, wie die anderen Gäste, sondern oft seufzte und sich verstohlen die Tränen trocknen mußte. Alkinoos bemerkte es wieder, und mit derselben Schonung wie das erste Mal gebot er dem Sänger stillschweigen und sprach zu den versammelten Gästen. Hört, ihr Fürsten der Veraken, ich dachte, wir ließen jetzt den Sänger und die Vormings ruhen, denn wahrlich nicht allen singt jener zur Freude. Unser Gast sitzt in Tränen, seitdem der Gesang ertönt, ihm scheint ein schwerer Gram an dem Herzen zu nagen. Laßt also den Sänger einhalten, damit wir alle fröhlich sein können, denn für den Gast ist ja doch alles bereitet, und lieb wie ein Bruder muß uns ein Fremdling sein, der uns mit Vertrauen nahet. Und nun sage du uns, Freund, ohne Ausflucht, was ich von dir zu wissen wünschte. Sprich, wie heißest du und welchen Eltern und welchem Lande gehörst du an? Denn das müssen wir wissen, wenn wir dich geleiten sollen, und geleiten wollen wir dich gern, wenngleich ein altes Orakel uns droht, der eifersüchtige Poseidon werde einmal eins unserer Schiffe, wenn es von einer Begleitung zurückkomme, in den Meeresgrund versenken. Sage uns auch, wo überall du gewesen bist, und erzähle uns von den Menschen, die du angetroffen hast. Welche hast du noch wild und ohne Sitte gefunden, und wo hast du Völker gesehen, die Fremdlinge gern beherbergten und ehrfurchtsvolle scheu vor den Göttern hatten? Erzähle uns alles, auch warum du geweint hast, als der Sänger von Troja sang. Hast du vielleicht auch bei jenem Unglückszuge einen Bruder oder Verwandten oder einen lieben Freund verloren? Ach, das ganze Elend war gewiß eine Götterschickung, und Troja hat untergehen, so viele Helden haben fallen müssen, um noch spät den künftigen Geschlechtern die Herzen zu rühren. Ende von Abschnitt 6 Abschnitt 7 von Odysseus von Karl Friedrich Becker Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Siebenter Abend Odysseus erzählt seine Abenteuer Erst jetzt also wollte der Wirt den Namen seines Gastes wissen, nachdem er ihn schon lange freundlich beherbergt, gespeist und getränkt hatte. Sonderbar! Bei uns ist die erste Frage an einen Fremden, der in unser Haus eintritt, mit wem man die Ehre habe zu sprechen. Und hier scheinen wir sogar Gleichgültigkeit zu finden bei einem Volke, das doch in anderen Fällen so feinen Sinn zeigt. Allein das wäre wahrlich ein vorschnelles Urteil. Gerade in dieser Unterdrückung der unschuldigsten Neugier liegt ein Schicklichkeitsgefühl und zugleich eine Zartheit religiöser Empfindung, die in uns Neueren fast erloschen ist. In jenen Zeiten war das Land überall nur strichweise angebaut. Die einzelnen Völkerschaften hatten fast gar keinen Verkehr miteinander und ihr Zusammentreffen war öfter feindlich als freundlich. Ja, jedes Volk, mit dem nicht besondere Verträge bestanden, galt als ein feindliches und räuberische Einfälle in sein Gebiet waren nicht unerlaubt. Auch unter sich hing jedes einzelne Volk nur durch lockere Bande zusammen. Die Macht des Königs hatte nicht viel zu bedeuten, nur, daß er die Beratung und Ausführung bürgerlicher und religiöser Angelegenheiten leitete und im Kriege Anführer war, auch wohl Recht sprach unter seinem Volke. Die Beschäftigungen der Menschen waren noch alle höchst einfach und an Abteilungen nach Zünften und Gewerken war noch gar nicht zu denken. Nur die drei Stände der Edeln, des Volkes und der Knechte waren voneinander geschieden. Ein höchst eingeschränkter Handel, denn nach ausländischen Waren fühlte man kein Bedürfnis, hatte kaum hie und da Wege von einem Volke zum anderen gebahnt. Man kannte nichts weiter von der Erde mit Gewißheit, als was man selbst gesehen hatte, und wer in die Ferne auszog, hatte gewöhnlich alle Gefahren, eine Entdeckungsreise zu überwinden und mußte sich durch Wälder und unbetretene Gebirge und menschenleere Gegenden erst selbst die Pfade schaffen. Mit Recht also wurde der kühne Mann, der sich mit seinem Wanderstabe über das einheimische Gebiet hinauswagte, als ein Halbverlorener betrachtet. Mit Recht empfahl man ihn dem Schutzer der Götter, und mit Recht staunte man den Pilger, der alle Mühsal solch einer Reise zur See und zur Lande glücklich überstanden und vieler fernen Völkerstädte und Sitten kennengelernt hatte, als einen Glücklichen an, über dessen Leben ein besonderes gnädiges Geschick gewaltet habe. Ja, gewiß, meinte dann der kindlich vertrauende Sinn der Griechen weiter, gewiß nimmt sich der Vater Zeus selbst von seinem Olymp herab aller Reisenden an, sonst würden ihrer nicht so viele unverletzt zurückkommen. Gewiß sieht er's gern, wenn man seinen Schützlingen unterwegs wohl tut, und sicher muß man ihn tief beleidigen, wenn man diejenigen, die er behüten will, nicht aufnimmt und ihnen die Reise erleichtert. Aus diesem frommen Glauben entstand die schöne Sitte der Gastfreundschaft und der allenthalben gültige Grundsatz, ein Reisender müsse aufgenommen werden, er sei, wer er wolle. Ja, es sei das höchste Vergehen, gegen die Götter überhaupt und besonders gegen den Zeus, einen Fremdling abzuweisen, der sich hilfeflehend nahe. Daher die heilige Scheu vor der Person eines Reisenden, die selbst so weit ging, daß man lieber unwissend die Wohltat reichte, ehe man vielleicht eine unglückliche Frage tat. Denn der Fremde konnte ja ein Erbfeind des Hauses oder des Volkes sein, das ihn aufnahm, er konnte vielleicht gar einen Vater oder Bruder dessen, bei dem er nun einkehrte, erschlagen haben. Die Rache würde alsdann seinen Tod geboten haben, und die Pflicht der Gastfreundschaft wäre aufgehoben gewesen. Aber ehe man den Beschützer der Reisenden, den erhabenen Zeus, erzürnte, vermied man lieber ängstlich, den Namen des Gastes zu erfahren, solange man nicht wußte, daß ein solcher Fall gewiß nicht zu befürchten sei. Dem Odysseus merkte man nun wohl hinreichend an, daß er bisher nichts mit einem Ferken zu schaffen gehabt haben könne, und da sein ganzes Betragen die Neugier seiner Wirte aufs Höchste spannte, so hatte nun endlich Alkinoos, der ja alles, was einem Reisenden frommte, in reichem Maße an Odysseus getan, ein Herz gefaßt, ihn nach seinem Namen und seiner Geschichte zu fragen. Alle saßen in stummer Erwartung umher und sahen den Fremdling an. Ja, begann Odysseus, herrlich ist es hier bei euch, und eine Wonne ist es, solchen Sänger zu hören und sein unsterbliches Lied. Schöneres kenne ich nicht, als wenn die Reihen der Gäste rings im Saale schmausend sitzen, der Herold von einem Tische zum Andern geht und die Becher füllt, und nun der Sänger das Lied anstimmt von den Großtaten alter und neuer Zeit, das alle Hörer sich freuen. Denn Spiel und Gesang sind ja die Würze des Mahles. Aber er fragt mich jetzt um mein jammervolles Schicksal. Ach, das wird mich noch trauriger machen. Was soll ich denn zuerst, was soll ich zuletzt euch erzählen? Wo anfangen, wo aufhören? Denn die himmlischen Götter haben viel Elend auf mich gehäuft. Mein Name mag das Erste sein, damit ihr mich kennet und mich als euren Gastfreund im Andenken behaltet, wie weit uns auch das Schicksal trennen mag. Ich bin Odysseus von Ithaka, der klugen Rat und kluge Tat weithin bekannt. Mein Ruhm geht über die Erde. Die Verjaken starrten vor Verwunderung, und der alte Sänger beklagte den Verlust seiner Augen, daß er den Mann nicht sehen könne, dessen Heldentaten er mit eigenem Entzücken so oft gesungen, und er jetzt plötzlich leibhaftig vor ihm saß. Nur durch den liederreichen Mund der Sage war bisher die Geschichte jenes berühmten Krieges nach Scheria gedrungen. Man sprach von Achilleus und Agamemnon, von Odysseus und Hector. Jeder wünschte sich, diese Männer nur einmal zu sehen, und auf einmal sitzt der berühmteste von allen mitten unter ihnen, hat mit ihnen gegessen und getrunken, und ist jetzt bereit, die Wunder zu erzählen, die er getan, und die Schicksale, die er erlitten hat. Ja, ich bin Odysseus, sagte der Held, Ithaka ist mein Vaterland, die hochragende sonnige Insel. Noch mehrere kleinere Inseln liegen rings um sie, von denen ihr vielleicht auch gehört habt, Same, Dulichion, Zakynthos. Von dem unglücklichen Kriege lasset mich schweigen. Als er beendet war, wendete ich mich mit meinen Genossen zur Stadt der Kikonen, Ismaros, zerstörte sie, schlug die Männer in die Flucht und die Weiber und andere Beute teilten wir untereinander. Jetzt riet ich zwar eilig die Gegend zu verlassen, aber die törichten Gefährten folgten mir nicht. Solange sie noch von den geplünderten Vorräten Wein und Ziegen und Schafe übrig hatten, schwelgten sie täglich an dem Gestade, und daher kam sogleich unser erstes Unglück. Die entflohenen Kikonen riefen ihre Bundesgenossen aus der Mitte des Landes herbei. Sie kamen in Menge den ihrigen zu Hilfe und fielen über uns her, um sich schrecklich zu rächen. Früh am Morgen begann der wütende Kampf bei den Schiffen und wir trotzten im Anfange der Übermacht der Angreifenden, als aber die Sonne sank, mußten wir weichen. Von jedem Schiffe wurden mir sechs Mann erschlagen und kaum entrann ich selbst mit den übrigen. Aber das war nur das Vorspiel der folgenden Übel. Wir segelten, froh der bestandenen Gefahr, weiter nach Westen zu und hielten uns immer dem griechischen Ufer nahe. Da erhob sich ein heftiger Sturm, der die Masten unserer Schiffe zerbrach und die Segeltücher zerriß. Nur mit Mühe konnten wir das Ufer erreichen, an dem wir zwei Tage und zwei Nächte vor Anker lagen, um neue Segel aufzuspannen und die Masten auszubessern. Als wir uns am frühen Morgen des dritten Tages aufmachten und sichere Hoffnung hatten, bald in die Heimat zu gelangen, da brach am Vorgebirge Malea ein neuer entsetzlicher Sturm los und warf uns weit, weit ins offene Meer hinaus. Neun Tage schwimmen wir, ein Spiel des fürchterlichsten Nordwinds, fast bewusstlos auf dem offenen Meer umher, bis uns derselbe Wind am zehnten Tage an die Küste der Lotho Fagen treibt. Das ist ein gutmütiges und hochbeglücktes Völkchen, denn ihnen ist eine Frucht zur täglichen Speise gegeben, Lotos genannt, die süßer schmeckt als Honig, und wer von der Frucht genießt, der wünscht sich ewig dort zu bleiben und vergisst ganz die Weiterreise. An ihrer Küste stiegen wir aus, um frisches Wasser einzunehmen, aber ihre Frucht hatte die Wirkung nicht verfehlt. Mit Gewalt mußte ich meine Gefährten in die Schiffe zurücktreiben, sie in den Schiffsraum ziehen und dort festbinden, und hätte ich nicht eilig vom Lande abgestoßen, so würde kein Mensch mehr weiter gefolgt sein. Nun ruderten wir traurigen Herzens wieder der unabsehbaren Flut entgegen und landeten an einer kleinen, dicht bewaldeten Insel, die von keinem Menschen bewohnt war. Ziegen durchstreiften in unzählbaren Haufen die Ebenen, wild und ohne Scheu vor lauernden Jägern. Wir hatten hier eine leichte und glückliche Jagd und versorgten uns reichlich mit Nahrungsmitteln. Aber als wir uns durch Speise und Schlaf erquickt hatten, gelüstete mich's nach einer anderen Insel hinüber zu steuern, die groß und fruchtbar vor uns lag. Auch hörten wir Menschenstimmen da drüben und Herden weideten auf den Hügeln umher. Dort nämlich hauset das berühmte Riesenvolk der Kyklopen, ein wildes Geschlecht, ohne Ackerbau, ohne künstliche Wohnungen, ohne gemeinsames Oberhaupt, ohne Volksversammlungen und Gerichte, bei dem jede Familie völlig gesondert für sich besteht. Wohlan denn, sagte ich zu meinen Genossen, bleibet hier mit euren Schiffen, ich werde mit dem meinigen und zwölf erlesenen Gefährten dort hinüber steuern und das Land untersuchen. Denn gern möchte ich wissen, welcherlei Menschen es bewohnen, ob sie noch wild und gesetzlos sind, oder ob sie Gastfreundschaft üben und die Götter ehren. So sprach ich und bestieg von neuem das Schiff. Mit mir nahm ich einen großen Schlauch des köstlichen Weins, den mir ein Priester der Kikonen in Ismaros geschenkt hatte, weil wir bei der Zerstörung der Stadt ihn und sein Haus verschonten. Mit großem Bedachte versorgte ich mich mit dem süßen herzbezwingenden Trank, denn es ahnte mir, ich würde auf unbändige Menschen stoßen, nicht zu bewegen durch Recht noch durch Rede. Als wir angekommen waren, verbarg ich mein Schiff vorsichtig in einer kleinen Bucht und trat mit meinen Gefährten und meinem Weinschlaucher an das Land. Nicht fern erblickte ich eine mächtige Felsenhöhle, rings großen Steinen und beschattet von einer Reihe hochstämmiger Fichten und Eichen. Das war die Wohnung des fürchterlichsten unter den Riesen, wo er nachts mit allen seinen Ziegen und Schafen hausete, denn Herden zu Weiden war seine einzige Beschäftigung. Er war ein Sohn Poseidons und Polyphemus sein Name. Auf der Stirn hatte er, wie alle Kyklopen, ein einziges, aber entsetzliches Auge, und in seinen Armen lag eine Kraft, Felsen wegzuwälzen und Granitblöcke wie Kiesel durch die Luft zu schleudern. Einsam zog er auf den Bergen umher, und alle anderen Kyklopen mieden ihn, denn er war roh und sann nur auf Verderben und schmählichen Frievel. Ich unglücklicher, das nicht vorher zu wissen. Ich ging mit zwölf der tapfersten Genossen auf die offene Höhle Wir fanden ihn nicht darinnen, denn noch war die Sonne nicht unter gegangen und er weidete in der Ferne noch seine Herden. Wunderbar erschien uns der Anblick der Stelle umher, die voll von Lämmerchen und jungen Ziegen waren, jede Gattung besonders eingesperrt. Da standen Körbe und Kübel mit Käse und Milch, auch Molken in großen Gefäßen und Eimer zum Melken. Meine Begleiter hatten große Lust, ein paar Körbe mit Käse aufzuladen, eine Partie Lämmer und Zicklein vor sich hin zu treiben und so auf dem Schiffe schnell wieder zu entfliehen, ehe der grause Höhlenkönig nach Hause käme. Aber das verbot ich, denn ich war allzu begierig, den Mann kennen zu lernen und hoffte wohl im Guten ein Gastgeschenk von ihm zu bekommen, wie es unter gastfreien Menschen Sitte ist. Aber wie hatte ich mich geirrt. Wir setzten uns nieder in die Höhle, zündeten ein Feuer an zum Opfer und aßen zum Zeitvertreib ein paar Käse, bis der Kyklop zurückkommen würde. Erst am Abend erschien er mit seiner ganzen Herde vor dem Eingange. Wir traten erschrocken beiseite und er sah uns nicht sogleich. Auf seiner Schulter trug er eine gewaltige Last gespaltenen Holzes, das er sich mitgebracht hatte, um das Abendessen zu bereiten. Mit lautem Getöse stürzte er die ganze Ladung auf den Boden nieder. Da krachte der Felsen und wir flohen aus Furcht in den innersten Winkel der Höhle. Dann trieb er die Ziegen und Schafe herein und nun verrammelte er den Eingang mit einem Felsstück, das zweiundzwanzig vierrädrige Wagen nicht von der Stelle gebracht haben würden. Jetzt waren wir gefangen und in der Gewalt des Ungeheuers. Noch sahen wir ihm unbemerkt ein Weilchen zu, wie er sich gemächlich auf die Erde setzte und ein Tier nach dem anderen heranzog, um es zu melken, wie er dann die Milch in dicht geflochtene Körbe goss und dieselben rings herum stellte und wie er zuletzt die Glut in der Asche aufschürte, um sich ein neues Feuer anzuzünden. Jetzt schlug die helle Flamme auf und nun erkannte er uns, die wir noch immer zusammengedrängt in dem Winkel standen. Einen Augenblick starrte er uns an, dann donnerte er uns mit fürchterlicher Stimme entgegen »Heda, wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Habt ihr ein Gewerbe oder schweift ihr nur herum, etwa wie Räuber, die den Leuten auf dem Meere aufpassen und ihres Lebens nicht schonen, hä? Die Knie zitterten uns vor dem Gebrüll des Ungetüms, aber dennoch faßte ich mich geschwind und antwortete dreist »Griechen sind wir, die von Troja kommen und auf der Fahrt nach Hause von bösen Stürmen hier an diese entlegene Insel verschlagen worden sind. Wenn du von dem berühmten Agamemnon gehört hast, der im Bunde mit den übrigen Fürsten der Achäer Trojas feste Mauern zerstört hat, zu dessen Völkern haben wir gehört. Nun aber, da das Unglück uns verfolgt, flehen wir dich an, uns zu beherbergen und uns ein Gast Geschenk zu geben, wie es Hilfe bittenden Fremdlingen gebührt und wie die Götter es gern sehen. Ehre du also trefflicher Mann die Götter, da wir in Demut nahen, denn Zeus ist der Rächer jeglichen Frevels, der an einem reisenden Manne verübt wird. Ho, du törichter Fremdling, du, schrie der Kyklop uns entgegen, du scheinst sehr weit herzukommen, da und von deinem Zeus wissen wir nichts, denn wir selbst sind ja viel besser, und wenn ich selber nicht will, aus Furcht vor dem Gastvater Zeus verschone ich euch wahrhaftig nicht. Doch sage mir, wo bist du mit deinem Schiffe gelandet? Ich möchte es gerne wissen. Ich merkte die Tücke. Frag nur, dachte ich, du sollst mich doch nicht überlisten. Mein Schiff sagte ich »Waren wir nicht hierher gekommen? Das hat uns der Sturm zerschellt, und hätten wir nicht schwimmen können, so wären wir alle miteinander ertrunken. So, brummte der Kyklop. Und Götter, wer hätte das gedacht? Statt aller Antwort streckte er beide Arme nach uns aus, packte zwei meiner Gefährten bei den Beinen und schmetterte sie wie junge Hunde mit eiserner Faust gegen den Boden, das Blut und Gehirn weit umher spritzte. Und sogleich zerriß er sie weiter, Glied für Glied und fraß sie auf mit Haut und Haar, mit Eingeweiden und Knochen. Wir jammerten laut, als wir die entsetzliche Gräueltat sahen, und flihten zu Zeus, dem Beschützer der Reisenden. Aber den Kyklopen rührte unser Angstgeschrei nicht. Nachdem er sich den gewaltigen Wanst mit Menschenfleisch gefüllt hatte, schlürfte er noch einmal einen Kübel voll Milch zu der abscheulichen Mahlzeit und streckte sich dann zum Schlafen der Länge nach in der Höhle nieder. Was tust du, sprach ich jetzt zu mir selbst, als ich das Ungeheuer auf dem Boden schnarchen hörte, bohrst du ihm das Schwert ins Herz, ehe er aufwacht und rechtst auf der Stelle die blutige Schreckenstat? Aber nein, wenn ich ihn tötete, wer öffnete uns dann die schwer verrammelte Tür? Keiner als der Riese selbst ist ja vermögend, den mächtigen Stein von der Stelle zu schieben. Der Anschlag wäre also nicht klug ersonnen gewesen, wir hätten uns selbst den jämmerlichsten Hungertod in unentrindbarem Gefängnisse bereitet. Wir mußten etwas Besseres ersinnen und erwarteten unter Furcht und Zweifeln den Anbruch des Tages. Mit der Morgenröte erwachte auch der Kyklop und ging an die gewöhnlichen Verrichtungen. Er legte frisches Holz ans Feuer, melkte seine Herde Stück für Stück und legte die Säuglinge an die Euter der Alten. Dann trat er ohne Umstände, als müßte es so sein, an uns heran, packte wieder zwei von meinen lieben Gefährten und tötete und verzehrte sie wie am gestrigen Tage. Hierauf stieß er den Stein von der Tür zurück, trieb die Herde hinaus und schob den ungeheuren Fels wieder vor, wie man etwa einen Deckel auf den Köcher setzt. Da waren wir also wieder eingesperrt einen langen Tag über. Jetzt ersann ich einen Plan, uns zu befreien und zugleich die erschlagenen Gefährten zu rächen. Sein großes Auge wollte ich ihm ausbohren und zwar nicht mit dem Schwerte, sondern mit einem glühenden Pfahle. Dazu erblickte ich in der Höhle ein herrliches Werkzeug, das rieseneigene Keule aus grünem Olivenholz, so lang und dick wie ein Mastbaum. Die legte ich mir zurecht und hieb ein Ende von der Spitze ab, etwa Gefährten mußten mir's glätten, dann spitzte ich selbst den Pfahl oben zu und härtete die Spitze in der lodernden Flamme des Feuers. Jetzt war meine Waffe fertig und sorgfältig verbarg ich sie unter dem Miste, womit der Fußboden dicht belegt war. Darauf losten meine Gefährten, wer den Pfahl ins Auge des schlafenden Riesen stoßen solle und so erwarteten wir unruhig den Abend und des Kyklopen Rückkehr. Endlich kam er mit seinen gemästeten Herden und trieb sie wieder zu uns herein. Diesmal ließ er keine Tiere in dem Vorhofe zurück, sondern brachte die ganze Herde in die Höhle, mochte dies aus Argwohn geschehen oder weil ein Gottes so fügte. Dann setzte er den Felsblock vor, melkte seine Schafe und Ziegen fraß wieder zwei von meinen armen Gefährten auf und legte frisches Holz an, das Feuer zu unterhalten. Jetzt holte ich den versteckten Weinschlauch hervor und ging mit einer hölzernen Kanne Weins dreist auf ihn zu. Sieh da, Kyklop, sprach ich, hier hab ich zu trinken, versuch einmal, auf Menschenfleisch schmeckt der Wein gut, nimm, damit du doch siehst, was für einen Trunk wir auf unserem gestrandeten Schiffe gehabt haben. Ich hatte den Wein für dich zum Opfer mitgebracht, wenn du mir die Bitte gewährt hättest, gastfreundlich meine Heimfahrt zu fördern. Aber wahrlich, du machst es zu arg. Böser Mann, wer wird dich künftig wieder besuchen, wenn du so mit deinen Gästen verfährst? Er nahm den Krug und trank. Hei, das behagte gewaltig. Wie mit einem Schlage erheiterten sich seine Mienen, und als er den tiefen Krug geleert hatte, sprach er schmunzelnd, Schenk doch noch einmal ein aus deinem Schlauche da, und sage mir auch, wie du heiß ist, damit ich dich mit einem Gastgeschenk erfreuen kann. Der Tausend, was ist das für ein herrliches Getränk! Hier wächst auch Wein, große Trauben, süß von Geschmack, aber wahrhaftig, gegen diesen ist er nur Wasser. So recht, mehr her! Ich schenkte ihm dreimal voll, und bald sah ich mit innigem Vergnügen, wie der starke Wein seine Sinne umnebelte. Da fiel mir eine treffliche List ein. Höre, sprach ich, meinen Namen begehrst du? Nun, so wisse denn, niemand, heiß ich, niemand nennen mich Vater und Mutter und alle anderen Leute. Jetzt reiche mir aber auch das Gastgeschenk, das du versprochen hast. Wohl, sprach der Grausame, so soll der sein, den ich von euch allen verzehre. Nehmt das als Gastgeschenk von mir an. Mit diesen Worten taumelte er rücklings nieder und war bald vom Schlaf überwältigt. Unruhig warf er sich umher, und nur zuweilen trieb der Rausch ihn vom Lager auf, bis er endlich durch ein viehisches Schnarchen seine gänzliche Erschöpfung kundgab. Nun war die Stunde gekommen. Ich zog hurtig den Pfahl hervor, steckte den Stachel ins Feuer und drehte ihn so lange um, bis er glühend und knisternd Funken sprühte. Nun ermahnte ich meine Gefährten, mir herzhaft beizustehen und nicht furchtsam zurück zu springen. Ein Gott hauchte uns Mut in die Seele. Wir faßten alle an, und in einem Nu bohrten wir den sengenden Pfahl ins Auge des Schlafenden. Wie wenn der Schmied ein glühendes Eisen plötzlich in kaltes Wasser stößt, um es abzukühlen, so zischte das große Auge des Kyklopen, als der Kienbrand hineinfuhr. Wir aber drückten immer tiefer und drehten, wie man einen Bohrer ins Holz dreht, das rings das siedend heiße Blut hervorkruft. Die Wurzeln des Auges prasselten, und die großen Augenbrauen wurden von der Hitze schnell versenkt. Der Riese stürzte mit entsetzlichem Geschrei empor, und sogleich flogen wir nach allen Seiten auseinander in die Winkel der Höhle. Er riß, betäubt vom höllischen Schmerze, den blutigen Brand aus dem Auge, schleuderte ihn wütend gegen die Felsenwand und tobte wie ein Wahnsinniger. Von seinem rasenden Gebrüll erwachten die anderen Kyklopen in der Nachbarschaft. Sie kamen herbeigelaufen und standen draußen rings um die Höhle. »Was geschieht dir für Leid, Polyphem?« riefen sie herein. »Dass du so entsetzlich durch die Höhle brüllst. Du hast uns alle vom Schlummer erweckt. Hat dir jemand dein Vieh gestohlen, oder überfällt dich gar ein Mörder mit Arklist oder Gewaltsam?« »Wer!« schrie der Kyklop. »Niemand tötet mich! Niemand tut es mit Arklist!« »Nun, wenn dir keiner Gewalt antut,« antworteten die anderen Kyklopen, »so sind wir hier unnütz. Gegen innere Schmerzen und Krankheiten haben wir kein Mittel. Darum mußt du den Meerbeherrscher Poseidon, deinen Vater, anflehen.« So sprachen sie und entfernten sich eilig. Wie lachte mir das Herz vor Freude, daß mein schlau ersonnener Name sie getäuscht hatte. Aber noch hatte ich die größte Gefahr nicht überstanden. In den Winkeln der Höhle entwischten wir dem blinden Tapper wohl, so viel er auch um sich griff. Aber nun setzte er sich vor den Eingang der Höhle, schob den Stein nur zur Hälfte zurück und streckte die Hände aus, um uns zu fangen, wenn wir etwa mit den Schafen und Böcken hinausschleichen wollten. Fußnote Auch eine tartarische Sage kennt einen riesen Depigöz, Scheitelauge, dem die Ogutzer täglich zwei Menschen und 500 Schafe zur Nahrung liefern müssen. Bissart, der Held, brennt ihm mit einem geglühten Messer das Auge aus. Darauf setzt sich der blinde Riese gleichfalls an die Tür und fühlt jeden herausgehenden Bock an. Nach einer estnischen Sage kommt der Teufel um seine Augen, indem ein Mann, welcher sich Issi, Selber, nennt, ihm die Alten blendet, unter dem Versprechen, Neue zu gießen. Der Teufel lief in seinem Schmerze aufs Feld, wo die pflügenden Leute ihn frugen, wer tat dir das an? Issi Leggi, Selbertats, antwortete der Teufel. Da lachten die Leute und sprachen, Selber getan, Selber habe. Das Zählen der Schafe aber erinnert an das deutsche Märchen, Grimm Nr. 191, von einem Riesen, dem ein Räuber mit seinen Gesellen in die Hände gefallen war. Die List mit dem Namen, an den Schiffer, Selber getan, in der Sage, welche sich in Haupts Zeitschrift, Band 4, Seite 393 und von daher entlehnt, in Masius' deutschem Lesebuch, Teil 1, Seite 32 findet. Ende Fußnote Denn er hielt uns für so einfältig. Aber das waren wir nicht. Auch für diesen Fall hatte ich eine List bereitet. Unter den Böcken waren gewaltige Tiere, groß und stark und mit dickbuschiger Wolle bewachsen. Davon stellte ich in der Stille je drei und drei zusammen und verband sie mit starken Weidenruten. Der mittlere aber trug immer einen von meinen Gefährten, der sich an dem Fließe des Bauches festhielt, während die beiden anderen wieder zur Seite ihn schützten. Einen vorzüglich großen aber, den grauswollenen König aller Widder, behielt ich für mich zurück. So gerüstet erwarteten wir den Morgen. Die kleine, dickgeschwänzte Schar rückte endlich aus und drängte sich vor dem lauernden Herrn vorbei, der alle Rücken sorgfältig betastete, ob etwa einer von uns mit hinausreiten würde. Daß wir unten hängen könnten, fiel ihm gar nicht ein. Endlich kam das erste Dreigespann heran und trug seinen Mann glücklich hindurch, das zweite ebenfalls und so alle folgenden. Ich allein war nur noch übrig mit meinem alten Bocke. Ich kroch unter seinen Bauch, klammerte mich mit Händen und Füßen in seinem dickwolligen Felle fest und drückte meinen Leib so dicht an den seinigen, als ich nur konnte. So keuchte getreulich das Tier mit seiner ungewohnten Last langsam dem Eingange zu, während ich mich mit unsäglicher Mühe an der gekräuselten Wolle festhielt. Der Kyklop erkannte ihn beim Streicheln sogleich, hielt ihn an und sagte traurig zu ihm, »Liebes Böckchen, mein Tierchen, wie kommst du denn heute so spät aus der Höhle? Sonst bist du ja immer der Erste und trabst lustig voran, wenn's hinaus oder herein oder zur Tränke geht. Und heute der Letzte von allen. Bist du vielleicht auch traurig und jammert dich das Auge deines Herrn, daß mir der Bösewicht, der niemand geblendet hat?« »Nun warte nur, der soll, meine ich, seinem Verderben nicht entgehen. Könntest du nur reden, mein Böckchen, wie ich, du sagtest mir sogleich, wo der Schurke sich vor meiner Gewalt versteckt hält. Da würdest du sehen, wie sein Blut und Hirn hierhin und dorthin in der Höhle herumspritzen sollte. Das würde meinem Herzen süße Rache sein.« So sprach der Kyklop und entließ den Widder. Nur noch eine kleine Strecke ließ ich mich von ihm tragen, dann ließ ich zuerst los, raffte mich auf und erlöste nun auch meine Freunde, deren leider nur noch sieben waren. Die Schafe aber, unsere Retter, trieben wir still vor uns her und nahmen sie zum Danke mit. Der Kyklop schloß vorsichtig seine Tür wieder zu und lockte dann pfeifend seine Herde. Wir lachten heimlich im Herzen, schlichen uns hurtig mit den geraubten Tieren zu unserem Schiffe und stießen vom Lande ab. Nun ward aus Leibeskräften gerudert, und als das Schiff so weit vom Ufer entfernt war, wie die Stimme eines Mannes schallt, da fiel es mir noch ein, dem Ungeheuer höhnend ein Lebewohl hinüberzurufen. »Heda, Kyklop! Merkst du nun, daß du keinen verächtlichen Erdensohn beherbergt hast? Ha, wahrlich, du hast meine Freunde nicht umsonst gefressen. Endlich hat dich doch deines unmenschlichen Frevels Lohn getroffen. Jetzt fühlst du die Strafe des Zeus und der anderen Götter.« Wie kochte sein Zorn! So waren sie ihm dennoch entronnen, die Spötter, denen er noch in seiner Höhle die schrecklichste Rache zugedacht hatte. Wütend brach er einen Felszacken ab und schleuderte ihn mit gewaltiger Kraft dahin, woher die Stimme erschollen war. Er hatte gut gezielt. Dicht hinter unserem Schiffe fiel der Block nieder, daß das Meer hoch aufschäumte, und wir alle schwankten im Strudel der Wogen. Fast trieb uns die empörte Flut wieder ans Ufer zurück, aber ich ermunterte die Gefährten, mit aller Anstrengung wieder abzustoßen vom Lande, und so ruderten sie mit Macht ins hohe Meer hinein. Noch immer sah ich von Weitem den Riesen dastehen und sich die blutige Stirn befühlen. Da gelüstete mich noch einmal, ihn anzureden, ob auch die Genossen mir zuwinkten und leise bittend mich abmahnten, weil sie neue Gefahr von seinen Steinwürfen fürchteten. Ich aber faßte mir ein Herz und rief zum zweiten Male, »Höre doch noch eines, Kyklop! Wenn dich die Leute fragen, wer dir das Auge so schändlich geblendet hat, so kannst du nur sagen, das hat Odysseus getan, das Laertes Sohn aus Ithaka, der Zerstörer von Troja!« »Ha, verwünschter Gast!« sprudelte im höchsten Grimme der rasende Kyklop. »So ist es also doch erfüllt, was einst der Wahrsager mir hier prophezeite. Der hat mir deinen Namen genannt, und immer fürchtete ich, daß einst ein großer und stattlicher Kernmann mit übermenschlicher Stärke ausgerüstet mich hier heimsuchen würde. Und nun muß es so ein elender Wicht, so ein kleiner, erbärmlicher Gesell sein, der mich mit Wein überlistet und mir im Rausch das Auge blendet.« »Aber höre doch, Odysseus!« rief er gleich darauf, »komm doch noch einmal heran und laß uns Frieden machen. Ich will dich als Gast herrlich bewirten und dir vom Poseidon ein sicheres Geleit erflehen. Er ist mein Vater, und er heilt mir gewiß auch mein Auge wieder, da soll dir alles vergeben sein.« »Ha, ha, ha!« schrie ich hinüber, »könnte ich dich nur so sicher zu den Toten schicken, als weder Poseidon noch sonst ein Gott dein Auge heilen wird.« Und nun hörte ich ihn laut zu seinem Vater flehen, daß er alles Ungemach über mein Haupt senden und mich in Stürmen und grausen Wasserfluten meinen Tod finden lassen möchte. Und wäre mir das nicht vom Schicksale bestimmt, so sollte er mich wenigstens erst spät und nach langem Irrsaal, traurig, ohne Freund und Gefährten nach Hause kommen und dort mich Jammer und Unglück treffen lassen. »Ach, der Gott hat ihn nur zu sehr erhört!« Indessen ruderten wir fort, aber noch nicht ohne Gefahr. Denn plötzlich kam wieder ein Steinblock uns nachgeflogen und stürzte, wie der Erste, hart hinter unserem Schiffe ins Meer. Noch einmal wurden wir in dem schwankenden Fahrzeuge ans Ufer getrieben und mußten uns von neuem losarbeiten. Endlich erreichten wir glücklich die kleine Ziegeninsel, auf der wir unsere Gefährten zurückgelassen hatten und verteilten die mitgebrachte Beute unter die ganze Schar. Die armen Zurückgebliebenen hatten uns schon für verloren gehalten und Tag und Nacht traurig harrend am Ufer gesessen. Mir erkannten sie den großen Bock zu, der mich aus der Höhle getragen hatte, und sogleich opferte ich ihn dem Zeus, und wir aßen und tranken den ganzen Tag in herzlicher Fröhlichkeit zusammen, nachdem wir so großen Ängsten entronnen waren. Als nun die Sonne ins Meer sank, legten wir uns dicht am Strande nieder zum Schlafen. Ende von Abschnitt 7 Abschnitt 8 von Odysseus von Karl Friedrich Becker Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Achter Abend Odysseus weiterer Abenteuer Ihr seht, in jenen uralten griechischen Märchen erscheinen die Riesen schon ebenso wie in unseren Deutschen. In der Tat hat der kindliche Sinn der Völker sich zu allen Zeiten an die Vorstellung von Gestalten übermenschlicher Größe und Stärke geweidet, weil eben der einfache Naturmensch kaum etwas Begehrenswerteres kannte als die Gaben körperlicher Kraft. Durch sie schien er alles erreichen zu können, und daher denn nun der Wunsch, Riesenstärke zu besitzen, daher die Sage von gigantischen Geschlechtern, deren Wohnstätten gewöhnlich in eine weite, unbekannte Ferne verlegt wurden. Selbst in späterer Zeit konnten Reisende, die aus entlegenden Gegenden kamen, der Begierde nicht widerstehen, ihre Abenteuer in der Erzählung zu vergrößern und sich der wirklichen Bekanntschaft mit Riesen zu rühmen, um desto mehr Bewunderung zu erregen. Noch im 16. Jahrhundert, als die Spanier meinten, in den Patagoniern, Fußnote, Magellan, der Ritter Pigafetta, Wallis und alle nach ihnen kommenden Seefahrer, haben von Menschen erzählt, die so schnell laufen, als das beste Pferd im gestreckten Galopp, die einen halben Eimer Wasser in einem Zuge austrinken und die von solcher Größe sind, dass der Kopf des größten Europäers kaum ihren Gürtel berührt. Aber vor einer genaueren Prüfung hat keine dieser Fabeln bestehen können. Ende Fußnote Männer von etwas höherer Statur als der europäischen kennengelernt zu haben, fabelten dieselben als bald von einem nun wirklich entdeckten Riesenvolke. So gewaltig nun auch über all diese Riesen erscheinen, so sehr sie in Wuchs und Stärke das menschliche Maß überragen, so tief stehen sie an Geist und Gesinnung. Ihre Rohheit und Beschränktheit vermerkt nichts gegen den höheren Verstand selbst schwächerer Menschen, und trotz ihrer plumpen Kraft unterliegen sie überall den Helden. Wie wir den David Siegen sehen über den Goliath, wie in den griechischen Sagen Herakles den Karkos und den Anteos überwindet, und wie eben hier Odysseus des Polyphemus Meister wird, so fehlt es auch in unseren deutschen Sagen und Märchen nicht an ähnlichen Erscheinungen, die das Übergewicht geistiger Bildung auf die deutlichste Weise zeigen. Doch heil dem Odysseus, daß er dem ungeheuren Polyphemus entronnen ist. Was wird er nun beginnen? Er mag's nur wieder selbst erzählen, denn ihr wisset doch noch, daß er bei dem König Alkinoos sitzt und den Ferken seine Abenteuer zum Besten gibt? »Ja«, fuhr er in seiner Erzählung fort, »mein alter Bock schmeckte mir vortrefflich. Als wir uns nun von dem Schrecken erholt und durch den Schlaf gestärkt hatten, banden wir unsere Schiffe wieder vom Ufer los und stachen in See. Wir fuhren und fuhren, bis wir an einer Insel von sonderbarer Gestalt landeten. Sie schwamm auf dem Meere umher und war ringsum von einer ehernen Mauer eingeschlossen. Das war die berühmte Insel, auf der Äolos wohnt, der König der Winde, dem die Götter jeglichen Wind in Verwahrung gegeben haben, daß er sie wehen und ruhen lassen kann, wie er will. Hier ward ich einmal wieder freundlich aufgenommen und einen ganzen Monat lang köstlich bewirtet. In dem Palaste wohnten mit dem Könige seine sechs Söhne mit ihren sechs Schwestern. So in Gesellschaft der lieben Eltern freuten sich die Kinder täglich des lieblichen Mahls und lebten in traulicher Eintracht. Ich mußte ihnen ausführlich von Troja erzählen und alles, was mir nachher auf meiner unglücklichen Fahrt begegnet war. Und als ich endlich um sicheres Geleit bat, da gab mir Äolos ein Geschenk, das mich ohne die Torheit meiner Genossen höchst glücklich gemacht haben würde. Aber das ist nun einmal das Schicksal der Menschen, sich durch eigenen Unverstand ins Verderben zu stürzen. In einem Schlauche von der Haut eines neunjährigen Stieres, den er selbst fest zuband mit silbernem Seile, hatte er sämtliche Winde eingeschlossen. Diesen gab er mir auf die Reise mit, damit ich mich seiner bediene, wenn etwa der rachsüchtige Poseidon mich wieder auf Irrwege führe. Ich legte den Schlauch auf den Boden des Schiffs, ohne den Genossen etwas von seinem Inhalte zu sagen, und so fuhren wir mit einem sanften Westwinde von Äolos Insel weg und legten fast die ganze Länge des mittelländischen Meeres ohne Unfall zurück. Neun Tage und Nächte waren wir gefahren, als plötzlich in der zehnten Nacht die Ufer der heimischen Insel aus ferner Dämmerung auftauchten. Ja, sie war es wirklich, die alte Ithaka. Schon sah ich die nächtlichen Wachtfeuer glänzen, das Ende meiner Irrsaale war gekommen. Müde von der Hitze des Tages und der langen Anstrengung legte ich mich im Schiffsraume nieder und überließ mich sorglos dem Schlummer und den süßen Heimatsträumen. Wusste ich doch, daß ich am Ufer des teuren Vaterlandes erwachen würde. Aber das Schicksal hatte es anders mit mir beschlossen. Während ich schlief, besprachen sich die Gefährten über unser nahes Glück, dachten zurück an alles, was sie mit mir erduldet hatten, und wie arm sie trotz aller dieser Mühen in ihr Vaterland zurückkehrten. Mich hingegen betrachteten sie mit neidischen Blicken, meine reiche Kriegsbeute und die Menge meiner Gastgeschenke ärgerte sie. Überall, sagten sie, wo der hinkommt, wird er geehrt und beschenkt, wir aber müssen immer leer ausgehen und kommen als Bettler in die Heimat zurück. Was er nur da in dem Schlauche verborgen haben mag, gewiss hat ihm Eolos darin ein köstliches Geschenk von Gold und Silber verwahrt. So verlockte Neugier und Neid die Unglücklichen, und sie beschlossen, den Schlauch zu untersuchen, den der König mit großem Bedachte so fest zugebunden hatte. Und kaum hatten sie das Band gelöst, da brachen alle Winde sausend hervor und rissen uns mit fürchterlicher Gewalt plötzlich zurück ins weite Meer und immer weiter zurück, daß wir Tag und Nacht wie im Fluge wieder dahin getrieben wurden, woher wir gekommen waren. Wehe uns Armen! Schon hatten wir gehofft, in wenigen Stunden auf Ithaka zu landen, und siehe, nun waren wir wieder an der Insel des Eolos. Ganz ermattet stiegen wir aus, und nachdem wir uns durch Speise und Trank ein wenig erquickt hatten, machte ich mich mit meinem einzigen Freunde und dem Herolde auf dem Weg nach Eolos Behausung. Hier fand ich die ganze Familie wieder in traulichem Kreise bei der Mahlzeit. Alle staunten bei meinem Eintritte in den Saal. Sie fragten, woher ich komme und was mir begegnet sei, denn sie hatten mich längst zu Hause geglaubt. Ich erzählte ihnen die tolle Verblendung meiner Gefährten und bat um neue Hilfe zu meiner zweiten Reise. Aber der König fuhr entsetzt auf und rief mir mit zornbebender Stimme zu, »Unglück, Sohn, flieh! Fliehe aus meinem Hause! Ich beherberge keinen Mann, der den Zorn der Götter verfolgt, und entsende keinen, den ihre Rache trifft!« Mit diesem Fluche jagte er mich aus seinem Palaste. Ich eilte hinaus und kam bekümmert bei meinen Genossen an. Abermals mußten wir das wilde Spiel der Wellen wagen, und meinen Gefährten schwand der Mut. Sechs Tage ruderten wir rastlos fort, endlich am siebenten erblickten wir die Küste der Lestrügonen. Wir lenkten die Schiffe in einen sicheren und ruhigen Hafen hinein, ich band sie mit Stricken fest am Gestade und erstieg dann eine Anhöhe, ob ich vielleicht Spuren von Menschen erspähen könne. Aber nichts verriet mir den Fleiß menschlicher Hände. Nirgends zeigten sich bebaute Felder, nur in weiter Ferne sah ich Rauch aufsteigen. Ich sandte zwei meiner Freunde mit einem Herolde aus, um das Land zu erforschen. Diese machten sich auf und gelangten in ein Gehölz, wo sie bald eine Wagenspur fanden, die sie verfolgten. So kamen sie an die Wohnungen der Eingeborenen. Vor der Stadt begegnete ihnen ein lestrugonisches Mädchen, welches Wasser vom Brunnen geholt hatte. Es war die Tochter des Lestrugonen-Königs Antiphatis. Diese fragten sie nach dem Volke und dessen Beherrscher. Das Mädchen bezeichnete ihnen sogleich die Wohnung ihres Vaters, und sie gingen arglos hinein. Aber wie erschraken sie, als sie nur die Mutter erblickten, ein baumhohes, fürchterliches Weib, das sogleich mit krähender Stimme den Gemahl herbeirief. Er kam, ein ungeschlachter Barbar von Riesengröße, und ohne ein Wort zu sprechen, packte er wie der Kyklop einen der Gesandten, um ihn zur Nachtkost zu verspeisen. Entsetzen ergreift die beiden anderen. Sie fliehen von Todesangst gejagt und eilen zu den Schiffen zurück. Wir sehen sie kommen, schon ahnen wir Schreckliches, aber eine noch grausenvollere Gewißheit folgt der Ahnung. Eine ganze Schar von Riesen, durch des Königs Gebrüll zusammengerufen, stürzte hinter ihnen her, und während wir noch die Schiffe loszubinden bemüht sind, fliegen schon ungeheure Steine auf uns los und zerschmettern Menschen und Schiffe. Ich allein hatte das meinige hinter einem Felsenhange befestigt, wohin die Steine nicht dringen konnten. Schnell hieb ich mit dem Schwerte das Seil durch, rief alle Gefährten, welche noch nicht erschlagen waren, in mein Schiff, und nun arbeiteten wir uns hastig vom Lande los ins weite Meer hinein. Mit Schaudern sahen wir die Lästrigonen unsere armen zurückgebliebenen aufspießen und zur unmenschlichen Mahlzeit nach Hause tragen. Die anderen Schiffe versanken alle in den Abgrund. Nun trieb die Strömung, das einzige gerettete Schiff, an die Insel Ääa. Hier herrschte die Göttin Kirke, eine Tochter des Helios und der Perse. Doch das wussten wir damals noch nicht, denn zunächst zeigte uns die Insel nur wild bewaldete Höhen. Das unablässige Rudern hatte uns ganz entkräftet, und die Betrübnis über die Folgen unserer Torheit und über das klägliche Schicksal unserer Genossen nahm uns vollends allen Mut. Aber wir fanden doch einen sichern Hafen und somit einen Platz zum Ausruhen. Zwei Tage und zwei Nächte lagen wir in dumpfer Betäubung am Ufer, bis der gewaltige Hunger uns mahnte, nach Lebensmitteln umherzuspähen. Ich ergriff Lanze und Schwert und ging in die nahe Waldung. Und ein Gott erbarmte sich meiner, und sandte mir einen Hirsch mit hohem Geweih entgegen, der, ohne mich gewahr zu werden, zum Bache hinabstürzte, um seinen Durst zu löschen. Wie ein Blitz drang ihm mein Wurfspieß in die Seite, daß er jenseits wieder hervordrang, und mit einem Schrei sank das Tier zu Boden. Ich trat hinzu, und indem ich den Fuß gegen den Leib des Hirsches stemmte, zog ich den Speer wieder heraus. Mit schmeidigen Weidenruten band ich die Füße des Tieres zusammen, warf mir's mit Macht über den Nacken und trug es, unter der ungewohnten Last wankend und die Hand auf die Lanze gestützt, nach dem Schiffel. »Seht da, ihr Freunde!« rief ich, indem ich das Wild niederwarf. Noch sorgt ein Gott für unser Leben. Fasset Mut! Eher können wir ja doch nicht in das Reich des Todes versinken, als bis der vom Schicksal bestimmte Tag gekommen ist. Wohl an denn, solange im Schiff noch Speise und Trank ist, lasset uns fröhlich sein und der Pflege des Leibes nicht vergessen. Und siehe, neues Leben goß der Anblick des stattlichen Tieres in die Adern meiner entkräfteten Genossen. Sie sprangen auf, wuschen sich die Hände und machten sich daran, den Hirsch abzuhäuten und auszuweiden. Aus dem Fleische ward ein köstlicher Abendschmaus bereitet, wir aßen und tranken, der alte Mut kehrte wieder. Darauf erquickte uns ein süßer Schlaf am Gestade, und als die Morgenröte uns weckte, beschlossen wir auf Kundschaft auszugehen, ob vielleicht gastfreundliche Menschen die Insel bewohnten. Ringsum war nichts zu sehen als öde Steppen und düster schwarze Waldung. Aber mitten aus dem Dickicht wölkte ein starker Rauch sich empor. »Dahin müssen wir gehen«, rief ich, »doch wer geht voran?« Die Gefährten traten alle scheu zurück. Sie dachten noch mit Schrecken an den Kyklopen und an die Lestrygonen und fürchteten hier ein ähnliches Schicksal. »Wohl an«, sprach ich, »teilt euch in zwei Haufen. Den einen will ich anführen, den anderen übergebe ich dem Eurylochers. Nun wollen wir losen. Diejenige Hälfte, deren Anführer das Los bestimmt, soll die gewagte Wanderung unternehmen.« Sie teilten sich unmutsvoll. Auf jeder Seite standen zweiundzwanzig. Eurylochers und ich warfen zwei Lose in einen Helm. Der Helm ward geschüttelt, und siehe, das Eurylochers Los sprang zuerst heraus. Er machte sich darauf mit den Seinigen zögernd auf den Weg. Die armen Menschen weinten bitterlich, als sie von uns anderen am Ufer Abschied nahmen. Ich suchte sie wohl zu trösten, allein ich bedurfte selbst des Trostes und mir ahnete nichts Gutes. Der Rauch, den wir gesehen hatten, war aus der Behausung der Kirke aufgestiegen, einer heillosen Zauberin, gewandt in allerlei bösen Künsten, womit sie den Menschen schaden konnte. Sie besaß das Geheimnis, Kräuter zu kochen, deren Genuß den Menschen sogleich in eine ihr beliebige Tiergestalt verwandelte und schon erfüllte den Wildgarten, der ihre Wohnung umgab, eine ganze Schar von ausländischen Tieren, lauter Unglückliche, die ein Sturm oder Schiffbruch an die Küste verschlagen hatte und denen statt freundlicher Aufnahme ein trauriges Los zuteil geworden war. Aber der verständige Menschensinn war ihnen nicht genommen worden, daher schlichen alle die Löwen und Wölfe ganz friedlich umher und nur dem Anblick schrecklich trugen sie ihnen in der fühlenden Seele schweren Kummer. Das wußten meine Gefährten nicht und staunten daher die sanftmütigen Tiere an, die gleich freundlich wedelnden Hunden auf sie zukamen, als wollten sie dieselben bitten, sich von diesem gefährlichen Orte zu entfernen. Ach, daß sie doch die stumme Bitte verstanden hätten! Aber so gingen sie unwissend ihrem Verderben entgegen. Sie kamen an den Palast, in welchem die Göttin wohnte. Eben saß sie daheim und webte sich ein köstliches Gewand und sang mit heller, melodischer Stimme ein fröhliches Lied zur Arbeit. »Horch, den herrlichen Gesang!« sprach einer der Freunde, »Lasst uns hineingehen!« Und sie ließen laut rufend ihre Stimme erschallen, damit jemand herauskäme. Die Göttin, welche drinnen den Ruf der Männer vernahm, stand von ihrer Arbeit auf und öffnete die Pforte. »Tretet herein, ihr Fremdlinge!« fügte sie schmeichelnd, »daß ich euch bewirte!« Die Freunde gehorchten und gingen in das Haus. Nur der besonnene Eurylochos blieb draußen und entzog sich dem Blicke der Zauberin, als ahnte er das Unheil. Als sie in den Saal eingetreten waren, mußten sie sich ringsum auf schön gepolsterte Stühle sitzen. Darauf reichte Kirke ihnen zu essen und mischte süßen Wein, aber in den Wein tat sie heimlich jene verderblichen Kräuter. Und als die Armen von dem Gemisch getrunken hatten, siehe, da berührte die Zauberin sie alle mit ihrem Stabe, und im Augenblick waren sie in grunzende, borstige Schweine verwandelt. Eilig trieb Kirke diese nun hinaus und sperrte sie in den Kofen, schüttelte ihnen Eicheln, Buchnüsse und rote Kornellen, Corneliuskirschen, vor und schloß lachend hinter ihnen den Stall. Dies alles hatte Eurylochos mit Entsetzen aus seinem Versteck angesehen, und nachdem Kirke wieder in ihr Gemach gegangen war, eilte er mit klopfendem Herzen davon, um mir die böse Nachricht zu überbringen. Schon von Ferne erschreckte mich sein bloßer Anblick, auch konnte er lange nicht sprechen, denn die Angst beklemmte sein Herz, und Tränen erstickten seine Stimme. Endlich erzählte er in abgebrochenen Worten das Schicksal der Freunde. Ich sprang sogleich auf, hängte mein ehrenes Schwert um die Schulter und warf den Bogen darüber. »Führe mich den nämlichen Weg«, rief ich hastig, »ich will die Unglücklichen reichen, wenn ich sie nicht retten kann.« Er fiel mir zu Füßen und bat mich weinend, doch nicht mich selber noch aufzuopfern. »Lass uns eilig fliehen von der verwünschten Insel«, schrie er, »damit wenigstens wir dem bösen Schicksale entrinnen.« »Nun, so bleibe du ruhig zurück«, antwortete ich höhnisch, »und iss und trink dich satt hier am Gestade. Mich treibt Pflicht und Neigung. Ich werde den Weg schon allein finden.« Mit diesen Worten eilte ich von Dannen und fand mich glücklich durch den Wald, bis ich im fernen Tale die Wohnung der Kirke liegen sah. Siehe, da kam mir ein blühender Jüngling entgegen. Hermes war es, ich erkannte ihn sogleich an seinem Stabe und dem stattlichen Jugendlichen Ansehen. »Freund«, redete er mich an und faßte vertraulich meine Hand, »was irrst du einsam durch dies wilde Waldgebirge, ganz unbekannt mit der Gegend? Weißt du auch, was dir bevorsteht? Deine Freunde liegen als Schweine in Kirkes Stalle eingeschlossen. »Oder willst du sie etwa befreien? Armer Mann, das möchte dir kaum gelingen. Ich fürchte, sie wird auch dich zu den anderen sperren, und du kehrst schwerlich zurück.« Ich wußte nicht, was ich sagen sollte, und sah den Götterjüngling ratlos an. »Höre«, fuhr er fort, »ich will dir wohl und vermag dir zu helfen. Lass dich daher vor Kirkes Ränken warnen. Zuerst, wenn du hinkommst, wird sie dir ein süßes Weinmoos mit jenem Gift einmengen, das jeden, der es genießt, ihrem Zauber unterwirft. Aber nimm hier die Gegenmittel. Mische sie heimlich hinzu, ehe du von der Speise issest. Dann können dir ihre Kräuter nicht schaden. Hast du nun das Moos verzehrt, so wird sie auch dich in eitlem Wahne mit ihrem Zauberstabe berühren, um die Verwandlung zu vollenden. Aber diesen Augenblick nimm wahr, sie ganz zu bändigen. Spring mit gezücktem Schwert auf sie los, als wolltest du sie durchbohren. Dann wirst du sie bittend zu deinen Füßen sehen. Was sie da bittet, schlag ihr nicht ab. Aber lass dir mit einem hohen Eide bei den seligen Göttern schwören, daß sie ferner keine Tücke an dir üben wolle. Dann wird sie besänftigt sein, und allmählich im trauten Gespräche erlangst du auch wohl von ihr die Erlösung der unglücklichen Freunde. Mit diesen Worten gab mir der Gott die heilsame Pflanze, die er aus dem Boden riß, und erklärte mir ihre Kraft und Beschaffenheit. Darauf eilte er zurück zum Hohen Olympus. Ich sah ihm dankbar nach, verwahrte sein Kraut sorgfältig und prägte mir seinen Rat tief ins Herz. Ganz in Gedanken verloren fand ich mich an Kirkes Wohnung, ehe ich's dachte, und vernahm gleichfalls den himmlischen Gesang. Ich rief, und sogleich öffnete mir die Göttin. Ich mußte mich auf einen schönen Sessel setzen, und bald war sie mit dem Weinmus da, wovon mir Hermes erzählt hatte. Aber als sie den Rücken wandte, mischte ich schnell meine Kräutchen darunter und aß nun ohne Furcht. Ich sah schon die Schadenfreude über meine Esslust in ihren Minen glänzen, aber da ich wußte, was sie nicht wußte, so lachte ich im Herzen. Auf einmal senkte sie die Spitze ihres Zauberstabes auf mein Haupt und sprach, »Wandere nun auch in den Kofen, mein Tierchen, wo deine Freunde sind.« In demselben Augenblicke schob ich meinen Stuhl zurück, sprang hinter dem Tische hervor, und mit gezogenem Schwerte rannte ich auf die Falsche los. Erstaunen und Schrecken ergriff sie bei der unerwarteten Wendung. Sie warf sich zu Boden und umfaßte meine Knie. »Wer bist du, Mann?« rief sie bewegt. »Und aus welchem Lande kommst du? Du bist der Erste, an dem mein Zauber bricht. Kein sterblicher Mensch hat bis jetzt seiner Stärke widerstanden. Ha! solltest du vielleicht Odysseus sein, von dem mir einmal Hermes geweissagt hat, er werde auf seiner langen Irrfahrt von Troja her bei mir einkehren und meine Künste zu Schanden machen? Aber weg jetzt mit der grimmigen Miene. Stecke dein Schwert ein, alle Feindschaft schwindet zwischen uns. Setze dich vielmehr hier in Frieden zu mir, damit wir Vertrauen zueinander gewinnen.« »O Göttin«, erwiderte ich, »wie könnte ich Vertrauen zu dir fassen, da du mich meiner lieben Freunde beraubt hast und ich nicht weiß, was du gegen mich noch beabsichtigst. Soll ich dir trauen, so gelobe mir, mit dem großen Schwure der Götter, daß du keine Tücke mehr an mir üben willst, ich mag schlafen oder wachen.« Sie schwur mir auf der Stille, wie ich es verlangte, und beruhigte dadurch mein Herz. Nun zog sie mich sanft auf ihren Ruhe-Sitz und liebkosete mich, wie ich's lange nicht mehr gewohnt war. Mägde, schön gegürtete Töchter der Fluß- und Waldgötter rüsteten unterdessen ein köstliches Mahl, und eine setzte Wasser in einen großen kupfernen Kessel über das Feuer, um mir in der Wanne ein laues Bad zu bereiten. Als das geschehen war, lud sie mich zum Bade ein, goß mir selber das Wasser über Haupt und Schultern und kleidete mich in prächtige Gewände. Darauf mußte ich mich an die schön geglättete Tafel setzen, welche mit leckeren Speisen besetzt war. Aber ich streckte keine Hand danach aus, sondern stützte bekümmert mein Haupt und versank in tiefe Traurigkeit. Kirke selbst ward traurig und nötigte mich oft mit schmeichelnden Worten, aber vergebens. »Wie könnte ich hier des Mahles fröhlich genießen, o Göttin«, seufzte ich, »hier in demselben Hause, in dem meine Unglücksgefährten gefangen wimmern? Ehe ich sie nicht von dem schrecklichen Banne befreit weiß, wirst du umsonst dich bemühen, mit deinen Liebkosungen und Gaben mich zu erheitern.« Die Göttin ward gerührt. Sie ging hinaus in den Kofen, ließ die Schweine heraus und bestrich ein jedes mit einer heilenden Salbe, die sie mitgenommen hatte. Und welche Freude! Die Tiere richteten sich auf, das borstige Fell und die langen Rüssel verschwanden, und meine lieben Landsleute standen jünger und schöner vor mir, als sie vorher gewesen waren. Sie jauchzten laut auf und sprangen bald auf mich, bald auf ihre Befreierin zu, die sie nun sämtlich und diesmal ohne weitere Arglist bewirtete. »Höre, Odysseus«, sagte Kirke darauf zu mir, »bleibe noch eine Zeit lang bei mir und ruhe erst recht aus von deinen vielen Mühseligkeiten, ehe du wieder neue auf dich nimmst. Gehe hin und ziehe dein Schiff herauf ans trockene Ufer, verbirg dein Gerät und die Güter im Gebüsch, damit dir's nicht gestohlen werde, und dann komm mit deinen übrigen Leuten wieder hierher. Ich will sie alle beherbergen, und es soll ihnen an nichts mangeln.« Ich stutzte einen Augenblick. Allein, da ich das eidliche Versprechen der Göttin hatte, durfte ich keine Bosheit fürchten. Ich machte mich also sogleich auf den Weg und langte bei den lieben Gefährten an, die sich von Herzen freuten, als ich wohlbehalten und mit heile Haut wiederkehrte. Sie kamen mir entgegengelaufen, wie Füllen ihren Müttern entgegenspringen, umarmten mich froh und beteuerten mir, der Anblick des Vaterlandes hätte sie nicht mehr entzücken können, als daß sie mich gerettet säen und wieder hätten. Ich erzählte ihnen darauf von den glücklich entzauberten Freunden und wie das alles gekommen war, und ihre Freude wuchs mit jedem Worte. Ich befahl ihnen, das Schiff ans Land zu ziehen und die Geräte zu verbergen, und dann hieß ich sie alle mit mir gehen, wo Ruhe und herrliche Mahlzeiten ihrer warteten. Siehe, da erhob sich auf einmal der überkluge Eurylochos, dem die Furcht noch in allen Gliedern lag, und mahnte in langer Rede die Gefährten, doch ja nicht zu der Zauberin zu gehen, es würde ihr sicheres Verderben sein. Odysseus besäße mehr Vorwitz als Klugheit, und wenn ich damals die Gefährten nicht in des Kyklopen Höhle eingeladen hätte, so lebten die Armen zerschmetterten noch diesen Tag. Er rate also, man solle lieber ihm folgen und mich allein gehen lassen, wohin ich wolle. Blutrot wart ich vor Zorn, als ich ihn so reden hörte. Durch und durch hätte ich ihn mit dem Schwerte gehauen, denn ich hatte es schon zum Streiche gefaßt, wenn nicht alle anderen mir in den Arm gefallen wären. »Lass ihn doch laufen«, sagten sie, »wir folgen ihm doch nicht, wir gehen alle mit dir.« So führte ich sie denn sämtlich zu Kirkes Wohnung. Und selbst Eurylochos schlich von Weitem nach. Wie freuten sie sich, als sie hier im weiten Saale die Brüder alle gebadet und mit stattlichen Kleidern angetan beim fröhlichen Schmause sitzen sahen. Auch jene sprangen laut jauchzend auf, sie weinten einer an des anderen Halse, und Kirke selber ward von dem Anblick gerührt. Jetzt wurden auch die Neuangekommenen gebadet und gespeist, und Kirke, die uns alle so heiter sah, sprach liebreich zu uns, »Freuet euch so lange bei mir, ihr Lieben, bis ihr all euer Trübsal vergesstet und der alte Mut euch wiederkehrt, wie damals, als ihr zuerst euer Vaterland verließet.« Wir nahmen das dankbar an, denn es gefiel uns über die Maßen. Ich mußte immer um Kirke sein und kam nie von ihrer Seite. So brachten wir ein ganzes Jahr auf der verführerischen Insel zu und lebten alle Tage herrlich und in Freuden. Endlich aber regte sich doch in uns allen wieder die Sehnsucht nach dem lieben Vaterlande, und meine Gefährten drangen in mich, so oft sie meiner allein habhaft werden konnten, ich solle mich doch loszureißen suchen von der Kirke und sie um unsere Entsendung bitten. Ich faßte ein Herz und offenbarte ihr unsere Wünsche eines Abends, ehe wir einschliefen. Ich umfing ihre Knie und flehte sie um freundliche Entlassung an. Sie antwortete mir gütig, sie wolle mich nicht aufhalten gegen meine Neigung, doch müsse ich zuvor erst einen Befehl von ihr ausrichten, ehe ich den geraden Weg nach meinem Vaterlande einschlagen könne. Ich versprach alles und hörte mit Entsetzen folgenden Auftrag. In das Reich der Unterwelt will ich dich senden, den Geist des thebanischen Seers Tairesias zu befragen, dem allein unter allen Schatten Persephone, die Königin des Hades, das köstliche Vorrecht verlieh, mit wachen Sinnen wie ein lebender auch dort noch zu wandeln, in des die anderen Seelen nur schwebende Schatten sind. Ich rang die Hände und jammerte. Weinend saß ich neben der Göttin und wünschte mir den Tod. Das war ja die schwerste unter allen Prüfungen, die ich zu bestehen hatte. Jedoch beruhigte sie mich. Aber, rief ich, wer wird mir den Weg dahin weisen? Nimmermehr stieg ja ein lebender Mensch zum Hades hinab, nimmermehr kehrte von dort ein lebender wieder zum Lichte. Sorge dich nicht um dein Leben noch um einen Führer, fuhr sie fort, sondern spanne ruhig die Segel aus, setze dich mit deinen Gefährten ins Schiff und lass dich getrost von dem Nordwinde treiben, der jetzt eben weht. So wirst du im fernen Westen an das Gestade des erdumfassenden Stromes Okeanos kommen, und da wird sich dir bald die Kluft zeigen, die zur Unterwelt hinabführt. Dort steig hinunter und nimm zum Opfer mit, was ich dir sagen werde. Hast du nämlich das weite Tal erreicht, durch welches die furchtbaren Flüsse Stücks, Kokytos und Pyriflegeton sich winden, dann grabe eine Grube in die Erde, eine Elle lang und breit, und gieß hinein Milch, Honig, Wein und Wasser zum Opfer für die Toten. Bestreue dies alles mit weißem Mehle, flehe auch die unterirdischen Götter an und gelobe ihnen bei deiner Zurückkunft nach Ithaka ein tadelloses Rind und dem Tiresias noch besonders einen schwarzen, stattlichen Widder. Dann nimm zwei Schafe, ein männliches und ein weibliches, opfere sie, dein Gesicht nach dem Strom hinwendend, und lass ihr Blut in die Grube fließen, die Leiber aber sollen die Gefährten seitwärts abhäuten und verbrennen. Dann werden scharenweise aus der Ferne die Schatten der Toten nahen, begierig, von dem Blute zu trinken. Du aber wäre es ihnen mit gezücktem Schwerte, daß keiner trinke, bevor du den Greisen Tiresias gesprochen hast. Bald wird auch dieser kommen und die Schicksale deiner Heimfahrt dir verkünden. Unter diesen Gesprächen war die Morgenröte angebrochen. Ich stand traurig auf, warf Gewand und Mantel über, und auch Kirke hüllte sich in das glänzende, silberweiße Kleid, band den schönen Gürtel um und befestigte den feinen Schleier auf dem Haupte, um uns zu dem Schiffe zu begleiten. Ich durchlief das Haus, die Gefährten zu wecken und ihnen die nahe Abfahrt zu melden. Noch sollte ich einen Verlust erleiden in dem Hause, worin es uns allen so wohl ergangen war. Elpenor, der jüngste von meinen Gefährten, hatte sich den Tag zuvor im Weine ein wenig übernommen, und um sich eine kühlere Lagerstätte zu suchen, war er auf das flache Dach des Hauses gestiegen. Fußnote, bei den alten Griechen und Römern kannte man nicht jene spitz zugegipfelten Ziegeldächer, welche wir auf unsere Wohnungen stülpen. Meist waren sie platt, wie noch jetzt im Morgenlande und in den Ländern Südeuropas, so daß der Anblick einer solchen Ortschaft bei weitem etwas Freundlicheres hatte, als die verdüsterten Giebelhäuser unserer alten Städte. Auf diesem Altan des Daches, Söller nennt ihn die Bibel, versammelte man sich gern, sei es zur Rast, sei es zur Arbeit oder zur Zwiesprach in der Kühle des Abends, wo dann oft eine schöne Fernsicht sich öffnete und wohl auch von einem Dach zum anderen verbindende Gänge führten. Jetzt wird der bezeichnete Raum zuweilen in einen Garten verwandelt, und auch diese Blumen- und Fruchtkrone gewährt eine heitere Zierde. Ende Fußnote Als er nun jetzt am Morgen das Getöse der unten herumschwärmenden Gefährten vernahm, erhob er sich noch taumelnd und mit halb geschlossenen Augen, aber seines luftigen Lagers vergessend, stürzte er von der Höhe des Söllers herab und brach das Genick. Er war immer ein schwacher Mensch gewesen und gegen den Feind nicht eben tapfer. Wir anderen wanderten darauf mit schwerem Herzen nach dem Schiffel. Hier fanden wir schon die zwei Opferschafe angebunden, und auch für Mehl und Wein und Honig hatte Kirke freundlich gesorgt. Wir zogen das Schiff ins Meer, richteten den Mast auf und stiegen traurig ein. Ein günstiger Wind, den uns die Göttin nachsandte, führte uns in gerader Richtung den Enden der Erde und dem Okeanos entgegen. Ende von Abschnitt 8 Abschnitt 9 von Odysseus von Karl Friedrich Becker Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Neunter Abend Odysseus schließt die Erzählung seiner Abenteuer. Wir kamen, fuhr Odysseus fort, an das Gestade des Chimeria-Landes. Dort ist das äußerste Ende der Erde und des Meeres, welches nicht mehr von der Sonne beschienen, sondern ewig von Nebel und Finsternis umhüllt wird. Wir zogen unser Schiff an den Strand, nahmen die Opfergaben heraus und stiegen zu dem Orte hinab, der uns von Kirke bezeichnet war. Wir fanden alles, wie sie gesagt hatte. Nun fing ich an, mit meinem Schwerte die Grube zu graben, eine Elle ins Gefierte, und hinein gosse ich genau nach der Vorschrift ein Opfer für die Toten, erst von Honig und Milch, dann von lieblichem Weine und dann von Wasser, und alles bestreuete ich zuletzt mit weißem Mehle. Darauf ließ ich mir beide Schafe reichen und durchschnitt ihnen mit dem Schwerte die Gurgel, daß ihr dunkles Blut in die Grube ran. Also bald stiegen aus der Unterwelt die abgeschiedenen Seelen in großen Scharen herauf und drängten sich mit grauenvollem Geschrei heran. Ich aber wehrte ihnen im Herzen voll entsetzens mit meinem Schwerte und befahl den Genossen die abgehäuteten Schafe zu verbrennen. Während das Opfer brannte flehten wir alle zu den Göttern der Unterwelt und ich vergaß nicht die Gelübde für sie und für Teiresias wofern ich einst nach Hause zurückgekehrt sein würde. Ich betrachtete die herbeiziehenden Schatten mit stillem Schauer. Geharnischte Männer erblickte ich voll tiefer Wunden, bejahte Mütterchen und blühende Mädchen, kummerbeladene Greise und rüstige Jünglinge. Fußnote Die alten Griechen glaubten, daß die abgeschiedenen Seelen auch in der Unterwelt alle ihre ehemaligen Neigungen und Verbindungen beibehielten. Sie betrachteten die Unterwelt als ein völliges Abbild der Oberwelt, eine ähnliche Vorstellung, wie man sie bei den Südsee- Insulanern gefunden hat. Denn nach ihrem Glauben liefern die Seelen einander Treffen und die ehelichen Bündnisse werden wieder erneuert. In der nordischen Mythologie kommen die in der Schlacht Gefallenen oder an Wunden Verstorbenen nach Valhall, der himmlischen Halle Odins, und das Leben, welches sie dort führen, ist eine Fortsetzung des Irdischen. Sie trinken mit den Göttern den süßen Meht und Speisen von dem Fleische des Ebers. Jeden Morgen wappnen sie sich und gehen in den Hof und kämpfen miteinander. Das ist ihr Zeitvertreib. Ende Fußnote Von allen Seiten umdrängten sie die Grube, und ich hatte viel Mühe, sie mit meinem Schwerte abzuhalten von dem Blute. Und siehe, es schwebte auch El-Penor's Schatten herbei, und ich war sehr verwundert, ihn in der Unterwelt anzutreffen. Ei, siehe da, El-Penor, rief ich, wie bist du gestorben? Bist du zu Fuße hier eher angekommen, als ich mit meinem schnellen Schiffe? Ach, nur zu früh, antwortete er, und erzählte mir nun selbst ausführlich die klägliche Geschichte seines Falles, bat mich auch inständigst, wenn ich wieder auf die Insel käme, seinen Leichnam gehörig zu bestatten und ihm auch ein Grabmal zu errichten, damit seine Seele im Hades Ruhe hätte. Denn wir hatten wirklich bei den größeren Sorgen seinen Unfall nicht bemerkt und es deshalb auch verabsäumt, seinen Leichnam zu begraben. Das sagte ich ihm auch zu, und nun ging er getröstet von dannen. Die anderen Geister schienen insgesamt sprachlos zu sein, bis auf den einzigen Teiresias, der mich, da er sein geistiges Leben bewahrt hatte, sofort erkannte und anredete. Er befahl mir, das Schwert wegzuhalten und ihn trinken zu lassen, denn erst mit dem Genusse des Blutes kehrt auch das volle leibliche Leben in den Schatten der Toten zurück. Nachdem er getrunken hatte, lehnte er sich auf seinen goldenen Stab und begann folgende Weissagung. Edler Odysseus, du wünschest dir eine glückliche Heimfahrt, aber ein himmlischer wird sie dir sehr erschweren. Weißt du nicht, wie tief du den Poseidon beleidigt hast dadurch, daß du seinem teuren Sohne das Auge geblendet? Dennoch aber kann dir noch alles wie wohl mit Mühe gelingen, wofern du nur auf der Insel Trinakia die Stiere des Helios unangetastet lassest. Aber tötest du einen derselben, dann ist Rettung kaum weiter zu hoffen. Und ob du auch dein Vaterland noch wieder säest, so würde es doch nur spät geschehen. Erst nach unendlicher Trübsal wirst du, verlassen von allen deinen Gefährten und unbekannt wie ein Bettler auf fremden Schiffen heimkehren und auch zu Hause wirst du nur bitteres Elend finden. Andere Habe prassen, um deine Gattin werben und deinem Sohne Todesschlingen liegen. Dann aber wird sich eine Gottheit deiner erbarmen, dass du mit List oder Gewalt die unbefugten Gäste in deinem Palaste tötest. Aber eben das wieder wird dich zwingen, deinen väterlichen Wohnsitz zu verlassen und tief im Lande dich anzubauen, wo sie weder Schiffe noch Siegel kennen. Dann lass dir das ein Wahrzeichen sein. Wenn du auf deinem Zuge, das Ruder auf der Schulter tragend, einem Manne begegnest, der dir sagt, du tragest eine Schaufel, Fußnote, Nichts weiter sagt der Seher in sinniger Einkleidung als Bist du einmal wieder in sicherem Besitze deines Hauses, so bleib ruhig daheim und meide das gefahrvolle Leben auf der See. Ende Fußnote So bleib stehen, das ist der Ort, den die Götter dir als Ruhesitz für dein Alter bestimmt haben. Da wirst du mitten unter den Deinen nach einem glücklichen Greisenalter heiter und in Frieden sterben. Wohl, Tiresias, sprach ich, das also wird mein Schicksal sein. Nun sage mir doch, ich erblicke dort unter den Schatten auch meine alte Mutter, aber sie würdigt den Sohn keines Wortes, noch schaut sie mir gerade ins Antlitz. Wie fange ich's an, welchen dieser Geister du auszuforschen verlangst, versetzte Tiresias, den lass von diesem Blute trinken, dann kommt ihm Bewusstsein und Sprache und alles menschliche Gefühl zurück. Wer aber nicht trinkt, der schwebt besinnungslos und schweigend weiter vorüber. Und sogleich ließ ich die liebe Mutter zu dem Blute. Sie trank und erkannte mich plötzlich mit freudigem Schrecken. Ich erzählte ihr kurz die Geschichte meiner Leiden und fragte sie, wie sie gestorben sei und was der Vater, die Gattin und der liebe Sohn zu Hause mache. Sie sagte mir, daß alle drei noch lebten und täglich mit Sehnsucht an mich dächten. Der Vater sei schon ganz schwach vor Alter geworden, er wohne nicht mehr in dem Palaste, sondern auf dem Lande, wo er sich einen Weingarten angelegt habe. Alle Pracht des Reichtums sagte sie, verschmäht er, und alle Bequemlichkeit flieht er, solange er dich nicht glücklich weiß. Er härmt sich darüber so ab, daß er ganz zum Kinde wird. Im Winter schläft er mit den Knechten in der Stube, neben dem Herde auf die Erde hingestreckt, und im Sommer bettet er sich auf den abgefallenen Blättern des Weingartens unter freiem Himmel. Und so wird ihn bald der Kummer verzehren, wie er mich verzehrt hat. Denn kein bösartiges Fieber, auch keine verderbliche Seuche hat mich dahin gerafft, nur der Gram um dich, mein Sohn, hat mir das Leben geraubt. Sie ging, und an ihre Stelle drängten sich Scharen anderer Weiber, einst die Gattinnen berühmter Helden, die ich gekannt hatte. Sie tranken von dem Blute und erzählten mir ihre Schicksale. Aber mächtiger schwoll mir das Herz, als ich die Geister der lieben Freunde heranschweben sah, die einst vor Troja meine Kampfgenossen gewesen. Da war Agamemnon und Achilleus, Patroklos und Aias, denn sie alle hatte der Tod ereilt, ehe es ihnen noch vergönnt worden war, das teure Vaterland wiederzusehen. Hier zu finden wunderte mich am meisten. Ich fragte ihn nach seinem frühen Ende und er erzählte mir jammernd die traurige Geschichte. Sein Weib hatte sich während seiner Abwesenheit einen anderen Buhlen erwählt und als er nun unvermutet nach Hause gekommen war, hatten beide ihn meuchlerisch beim frohen Male wie den Stier an der Krippe erschlagen und mit ihm die Königstochter Kassandra, ihm sonst noch anhing. Ich sollte dem Unglücklichen von seinen nachgebliebenen Kindern erzählen, aber ich armer wußte ja selbst kein Wort aus Griechenland. Jedoch dem tapfern Achilleus konnte ich desto rühmlichere Taten seines Sohnes Neoptolemos verkündigen, von dessen Tapferkeit im Kriege ich oft Zeuge gewesen, nachdem der Vater bereits gestorben war. Wie freute sich des Vaters Matter Schatten noch in der Unterwelt darüber. Stolz schritt er über die Asphodelos Wiese hin. Fußnote Diese Wiese mit dem lilienähnlichen Asphodelos Kraut bedeckt ist Aufenthalt auserwählter Helden, nicht alle gelangten dorthin. Auch die Deutschen Sagen kennen eine Aue der Seligen, wie zum Beispiel Kinder, die in Brunnen fallen, durch grüne Wiesen in das Haus der freundlichen Frau Holler gelangen. Auch längst gestorbene berühmte Helden der Vorwelt erblickte ich von Ferne. Minos, der weise Beherrscher und Gesetzgeber von Kreta, setzte noch jetzt dem Hades als bloßer Schatten sein Königsamt fort, und Orion, der wilde Jäger, trieb auch hier noch mit gewaltiger Keule zahlloses Wild vor sich her. Titios, jener riesige Sohn der Erde, der es einst freveln die Mutter des Apollon und der Artemis zu entehren, als sie nach Pytho ging, lag hier zur Strafe am Boden festgeschmiedet, und ein gieriges Geierpaar hackte ihm die Leber aus dem Leibe. Nicht minder schrecklich war die Strafe des Sisyphos, der einst als König viele Ungerechtigkeiten auf Erden verübt hatte. Er war hier verdammt zu der Qual einer ewig vergeblichen Höhe hinaufwälzen, und jedes Mal, so oft er ihn dem Gipfel nahe gebracht hatte, verließ ihn die letzte Kraft, und der tückische Fels glitt ihm aus den Händen zurück und stürzte rollend bis tief unten ins Tal hinein. So begann die beschwerliche Arbeit immer von Neuem und war doch immer wieder vergeblich. Auch den Tantalos sah ich, jenen berühmten König, den Zeus selber würdigte, an seiner Tafel zu sitzen und mit den Göttern zu schmausen. Aber sein eitles Herz war zu schwach für so große Ehre. Er missbrauchte das Vertrauen der Götter und schwatzte ihre Geheimnisse aus, und dafür wird er nun in der Unterwelt mit schrecklicher Marter gequält. Ein glühender Durst foltert ihn unaufhörlich, und ob er gleich bis an den Hals im Wasser steht und herrliche Birnen, Feigen und Apfelbäume ihre süßen Früchte über sein Haupt hin breiten, so kann er doch nie die brennende Begierde stillen. Denn so oft er sich zum Wasser bückt, versiegt plötzlich die Flut, und so oft er die Hand erheben will, um der saftigen Früchte eine zu pflücken, rasch beugt ein Sturmwind die Er selbst wohnt im Olymp bei den seligen Göttern, wo er in Hebes Armen Götterglück genießt, zum Lohn für alle seine Erden mühen, nur sein Schatten ist im Hades. Auch Theseus und Pyrithos gingen in der Ferne an mir vorüber. Ich aber wagte nicht länger an diesem Orte des Grauens zu verweilen, sondern erfüllt von dem, was ich gesehen und gehört hatte, kehrte ich hastig mit den Gefährten um, suchte unser Schiff auf und ruderte wieder durch den Orkeanos in das weite Meer hinaus. Ein günstiger Wind trieb uns glücklich wieder an die Insel der Kirke. Hier war unser erstes Geschäft, dem Leichname unseres Freundes Elpinor, einen Scheiterhaufen am Gestade zu errichten, die Asche zu begraben und darüber einen Hügel zu türmen, aus welchem das Kirke hatte kaum von unserer Ankunft gehört, als sie uns sogleich freundlich aufsuchte und uns zu essen und zu trinken schickte. Wir mußten es uns noch einen Tag bei ihr gefallen lassen und erst am folgenden Morgen erlaubte sie uns weiter zu segeln. Während die anderen schmausten, nahm sie mich beiseite und gab mir heilsame Ratschläge für meine bevorstehende Reise. Zuerst nicht vorbeikommen würde, dann vor den Sirenen, die mit hinreißendem Gesange alle Vorüberreisenden an sich locken und ihnen den Tod bereiten. Weil es aber nicht möglich ist, fuhr sie fort, dem verführerischen Gesange zu widerstehen, so nimm hier diese Scheibe Wachs, knete daraus Pflaster und verklebe damit bei Zeiten die Ohren deiner Gefährten. Dich selbst aber lass an den Mastbaum binden und wenn du hingerissen von dem Zaubergesange dich loszumachen strebst, dann mögen jene die Bande verdoppeln, bis ihr vorüber seid. Noch eine weit größere Gefahr harrt deiner in der schrecklichen Meereskluft, wo's Küller und Charybdis hausen. Hier drängt sich das Meer zwischen zwei schroffe Felsen hinein, die kaum einen Bogenschuss weit voneinander abstehen. Tief an dem Fuße des einen lauert Charybdis, das eine Ungeheuer und schlürft mit gewaltigen Zügen unendliche Ströme Wassers in sich, auch Schiffe und Menschen und was ihr zu nahe kommt und lange nachher speit sie es im Strudel zerschmettert wieder von sich. Vor dieser Seite hüte dich und halte dich mehr auf der anderen, wo das zweite Ungeheuer die Sküller haust. und in jedem Rachen drei Reihen Zähne, womit sie Seehunde und Delfine zermalmt, die sie im schnellen Untertauchen mit ihren langen Hälsen erhascht. Auch du, wenn du hindurch ruderst, wirst diesem Wächter einen schrecklichen Zoll zahlen müssen, denn mit jedem Rachen wird er dir rasch einen Gefährten von der Ruderbank wegschnappen, aber besser, daß du sechs Mann verlierest, als daß Endlich warne ich dich noch vor den heiligen Stieren des Helios auf der Insel Trinakia. Vergreift ihr euch an einem von diesen, dann wehe dir, du wirst eine bittere Heimkehr finden. Durch Kirkesgüte wurden wir noch reichlich mit Lebensmitteln versorgt. Dann traten wir bei einem günstigen Winde, den uns die Göttin selbst nachwehen ließ, unsere Fahrt von Neuem an. Den als ich die Sirenen in der Nähe vermutete, nahm ich meine Scheibe Wachs zur Hand und fing an, kleine Kugeln zu kneten. Die sollt ihr vor die Ohren haben, sagte ich zu meinen Gefährten und erzählte ihnen, was mir Kirke gesagt hatte. Sie ließen sich geduldig die Ohren verkleben und ich gab Stricke heraus, womit sie mich an den Mastbaum binden mußten. So Mädchenköpfe blickten vom grünen Strande her und zarte Arme, glänzender als Alabaster, streckten sich verlangend nach uns aus. Aber über alles sanft und melodisch waren die schmelzenden Stimmen, welche von den rosigen Lippen ertönten. Komm, so lautete ihr lockender Gesang, komm, preisvoller Odysseus, du berühmtester der Achher, lenke dein Schiff zu uns her ans Gestade und lass dir unsere Lieder gefallen. Noch ist hier keiner vorüber gesegelt, der sich nicht derselben erfreut hätte. Komm, wir wollen dir singen von Troja und von deinen Freunden, von den Toten und von den Lebenden, denn wir wissen alles, was vorgeht auf dem weiten Raume der Erde. Also sangen jene. Mich aber ergriff heißes Verlangen, noch weiter ihrer Stimme zu lauschen. Ich strebte mich los zu machen, ja, ich bat die Freunde mit Winken und Mienen, aber sie banden mich nur fester, bis wir die Singenden weit hinter uns hatten und leiser, immer leiser der zauberische Klang verhalte. Da erst lösten sie meine Bande und nahmen sich selber das Wachs aus den Ohren. Als wir danach auf die Insel zusegelten, erblickte ich schon von Ferne mit Grausen die schroffen Felsen und meinen Ruderern erstarrten die Arme, als sie den Donner der wütenden Brandung vernahmen. Ich ermahnte sie mit aller Anstrengung so schnell als möglich hindurch zu rudern und dem Steuermanne befahl ich, sich auf der rechten Seite zu halten, damit wir nicht in den Strudel der Charybdis hinabgerissen würden. Von der fürchterlichen Sküller schwieg ich weislich, sonst hätte mir niemand ferner gerudert, sondern alle hätten sich in dem Schiffsraume verkrochen. Indem ich nun, völlig gerüstet und zwei Speere in der Hand haltend, auf dem hohen Verdeck dastand und links in den schäumenden Strudel staunend und zagend hinab sah, da auf einmal hörte ich ein Wegeschrei zu rechten und siehe, das fürchterliche Ungeheuer zog eben mit seinen sechs Rachen sechs meiner besten Ruderer in die Luft, wie ein Fischer den zappelnden Fisch an der Angel hinauf schwingt. Wir alle erschraken und jammerten laut, die Armen ergriffenen riefen mich flehend um Hilfe an, aber was konnte ich tun? Ich mußte nur treiben, daß das Schiff vorwärts kam, damit wir in der furchtbaren Kluft nicht noch mehr Unheil erlebten. Endlich kamen wir glücklich hinaus und weideten unsere Augen an dem herrlichen Anblick der grünen Hügel Trinakias, von denen wir schon im Schiffe das Gebrüll der herrlichen Rinder und das friedliche Geblök der Schafherden hörten. Helios, der Sonnengott, hatte diese Herden der Hut zweier Nymphen übergeben und er götzte sich an ihnen, so oft er seinen goldenen Wagen über Trinakias Berge hinlenkte. Nimmer vermehrten oder verminderten sie sich, denn ihre Zahl war abgemessen, auch alterten sie nicht, sondern glänzten in unvergänglicher Jugendfülle. Freunde, sprach ich, das ist die Insel, an die unser Schicksal geknüpft ist. Schon sehe ich die verführerischen Herden des Helios, auf deren Berührung der Tod steht. Lasst uns lieber der Versuchung entfliehen und steuert an dieser Küste vorbei, wir finden ja wohl ein anderes Eiland, um anlegen zu können. Aber das war ihnen eine unwillkommene Rede. Ein allgemeines Murren erhob sich und der widerspenstige Eurylochus nahm das Wort und sprach, Grausamer Mann, du strotzest vor Mut, denn dir schlafft nie ein Gelenk, du bist wie von Stahl und Eisen. Aber wir anderen alle sind von der schweren Arbeit so ermattet, daß wir nicht weiter können, und du willst uns nicht einmal die nötige Erquickung vergönnen? Blind sollen wir in die Nacht hinein rudern, wo wir weder Weg noch Steh kennen und wo wir verloren sind, sobald sich nur ein widriger Wind erhebt. Lass uns doch wenigstens ans Land stoßen, damit wir dort etwas Nahrung zu uns nehmen und die Nacht bei dem Schiffe ausruhen. Morgen mit dem frühesten können wir ja dann wieder einsteigen und ins offene Meer steuern. Alle stimmten in dies Verlangen ein, und ich sah nun wohl, daß ein Gott mir zuwider war und Böses über uns verhängte. Da sprach ich zu ihnen, ihr alle zwingt mich Einzelnen leicht zum Gehorsam, allein schwört mir, keines jener Tiere anzurühren, sondern euch mit der Speise zu begnügen, welche uns Kirke mitgegeben hat. Das schworen sie bereitwillig, und so legte der Steuermann am Ufer an. Wir stiegen aus und aßen zu Nacht. Dann schütteten wir im Gespräch den Gram des Herzens aus über den schrecklichen Tod unserer lieben Gefährten und späterst stillte der süßbetäubende Schlummer unsere Tränen. Aber ach, welch ein Erwachen stand uns bevor! Noch war die Nacht nicht vorüber und die letzten Sterne funkelten noch am Himmel, als ein ungeheurer Orkan sich erhob und Meer und Land sich in dickes schwarzes Gewölk verhüllte. Mit dem Anbrot des Morgens zogen wir unter fürchterlichem Regen das Schiff in eine Felsgrotte und bargen uns selbst so gut wir konnten. Freunde, sprach ich, wir kommen heute nicht fort von dieser Insel, aber wir haben zum Glück noch Vorrat von Speise und Trank im Schiffe. Darum beschwöre ich euch nochmals, rühre mir keiner die heiligen Stiere an, damit Sie alle versprachen's und ich beruhigte mich. Aber den ganzen Monat hindurch wechselte Südwind mit rauem Ostwinde und wir mussten noch immer liegen bleiben. Solange es an Speise und Wein nicht fehlte, schonten meine Gefährten die Rinder in ängstlicher Sorge für ihr eigenes Wohl. Als aber endlich der ganze Vorrat verzehrt war, da zerstreuten sie sich und suchten kümmerlich Muscheln zu ihrer Nahrung oder sie fingen sich Fische oder schossen einmal einen Vogel aus der Luft. Allein das alles reichte nicht hin, den nagenden Hunger zu stillen. Da ging ich einmal weit weg vom Schiffe, trat ans Ufer, wusch die Hände in der heiligen Meeresflut und flehte lange und inbrünstig zu den Göttern meinem Elend ein Ende zu machen. Und als ich so heiß gebetet hatte, überfiel mich ein tiefer Schlaf und ich sank ermattet am Gestade nieder. Inzwischen erwachte in meinen Gefährten die böse Begierde, ihren Schwur zu brechen. Vorzüglich ermunterte jener Euryloch aus sie mit trüglichen Worten zum Ungehorsam. Wie, sagte er, ist uns einmal der Tod bestimmt, so mag uns Zeus lieber auf einmal im Schiffe zerschmettern, als daß wir hier langsam von des Hungers fürchterlichster Qual verzehrt werden. In dieser Not kann der Raub kein Unrecht mehr sein. Auf, lasst uns einige jener Stiere fangen und opfern und dem beleidigten Sonnengott einen stattlichen Tempel in Ithaka geloben, sobald wir glücklich nach Hause gekommen sein werden. Leicht waren die Gemüter überredet. Die besten Rinder Hüften geopfert. Statt der heiligen Gerste streuten sie zartes Eichenlaub unter und statt des Weines besprengten sie die Eingeweide mit Wasser. Eben, als auf kunstlosem Altare die fetten Hüftenstücke bratend aufdampften, erwachte ich von meinem langen Schlummer und lief eilig herbei. Götter, wie ward mir, als mir der unerwartete Duft schon von Ferne entgegenwehte. Vergebens zürnte ich mir selbst, daß ich mich so weit entfernt hatte. Vergebens schalte ich die Gefährten. Ach, nun war ja alles zu spät. Aber Kalypso hat mir nachher erzählt, wie die Nymphen sogleich den Raub angezeigt, wie mich Helios darauf beim Zeus verklagt und gedroht, wenn er nicht Genugtuung erhalte, so wolle er nicht mehr den Göttern und Menschen, sondern nur den unterirdischen leuchten. Darauf habe Zeus ihm heilig versprochen, mein ganzes Schiff zu zertrümmern, sobald ich mich wieder auf dem Meere würde sehen lassen. Ach, ich armer Mann, was sollte ich noch alles erdulden? Hätte ich's vorher gewußt, ich hätte es für unmöglich gehalten. Nur sechs Tage reichte das Fleisch der Rinder zu, aber am siebenten legte sich der Ostwind und der Himmel versprach uns eine ruhige Fahrt. Wir stiegen also schnell ein und eilten mit schimmernden Segeln der vaterländischen Küste zu. Indessen waren wir nicht lange gefahren, als sich plötzlich ein gewaltiger Westwind erhob, der dunkle Gewitterwolken über uns auftürmte. Unter den Schlägen des Donners und dem Geheul des Sturms schwankte unser schwaches Fahrzeug hin und her und füllte sich ganz mit Wasser. Und auf einmal mit lautem Gekrach brach der Mast mitten in zwei und er schlug im Fallen den Steuermann, daß er kopfüber ins Meer stürzte. Und gleich darauf zuckte ein fürchterlicher Blitz herunter, schlug mir die Wände des Schiffes platt ab und alle Gefährten stürzten hinaus, wie sie auf den Ruderbänken gesessen hatten. Schwimmend ein Brett, aber bald entfloh einem nach dem anderen kraftlos der Atem. Ich hatte mich fest an den Kiel geklammert, und als ich den zerbrochenen Mastbaum, welcher neben mir schwamm, mit dem großen Segeltaue erreichen konnte, nahm ich dasselbe und band den Kiel mit dem Mastbaum zusammen. Auf diesem elenden Floß suchte ich mich mühsam zu erhalten. Da verwandelte sich der Westwind plötzlich in Süd und trieb mich in gerader Richtung wieder in die Meerenge der Scylla zurück. Nur warf mich die Flut diesmal mehr nach dem Strudel der Charybdis hin. Mir gleich viel, denn hier wie dort schien ich verloren, nur ein Wunder konnte mich retten. Und siehe, es war aus einer mit Moos und Erde bedeckten Klippe, welche dicht über dem Schlunde Als nun der jähe Wirbel des Stromes mich in den Abgrund schleudern wollte, ergriff ich mit beiden Händen den schlanken Stamm und schwank mich schnell auch mit den Beinen hinauf. Hier schwebte ich zwischen Tod und Leben, indes mein Floß in die Tiefe versunken war. Aber ich wußte, daß das Ungeheuer alles bald wieder ausspeie, und so hoffte ich denn, mein treues Floß, meine einzige Rettung, auch bald wieder hervortauchen zu sehen. Es kam glücklich zurück, ich wagte den schnellen Sprung, klammerte mich fest an dasselbe und ward durch dieselbe Gewalt des Strudels wieder aus der Kluft hinaus ins hohe Meer getrieben. Der Sturm hatte sich unterdessen gelegt, und ich ruderte nun auf gut Glück mit bloßen Händen neun Tage auf dem Meere umher, fast aufgerieben vom grimmigsten Hunger. Am zehnten Tage erreichte ich glücklich das Land. Es war die Insel Ogygia, wo Kalypso wohnt, die mich neun Jahre allein dort festgehalten hat, wie ich euch gestern schon erzählt habe. Was soll ich es also wiederholen? Ohnehin ist Mitternacht schon vorüber, und die sinkenden Sterne mahnen zum Schlummer. Ende von Abschnitt 9 Abschnitt 10 von Odysseus von Karl Friedrich Becker Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zehnter Abend Auf dem Boden der Heimat Noch waren alle Augen und verwandt auf den Erzähler gerichtet, der so wunderbare Schicksale und Abenteuer bestanden und sich aus allen mit so großer Kühnheit und Besonnenheit gerettet hatte. Alkinoos, wie reichlich er auch seinen Gast bereits beschenkt hatte, glaubte doch, solch einen Mann noch höher ehren zu müssen und schlug daher vor, daß jeder der zwölf Fürsten noch ein dreifüßiges ehrenes Geschirr und ein Becken zu den früheren Geschenken Sie waren's alle zufrieden und verließen den Palast, um sich in ihren Wohnungen zur Ruhe zu begeben. Mit dem Anbruch der Morgenröte waren sie wieder beisammen. Ein jeder kam mit seinem Geschenke und Alkinoos selber stieg in das Schiff, besah es überall und ließ sich die Sachen hineinreichen, um sie an die bequemsten Orte unter den Ruderbänken zu packen, damit sie Darauf versammelten sich alle die Fürsten und Edeln noch einmal zum Abschiedsopfer im Königspalaste, wo Alkinoos dem Zeus ein junges Rind opferte und das Fleisch davon seinen Gästen zum Bisten gab. Die Herolde mischten Wein, auch sank der treffliche Sänger wieder. Odysseus aber sehnte sich ungeduldig nach der Heimkehr und redete den König also an. Hoch gepriesener Held Alkinoos mächtigster König und ihr übrigen Fürsten der Phaaken entsendet mich jetzt, da alles vollbracht ist, was mein Herz sich gewünscht hat. Ich habe nun eine sichere Fahrt und werte Geschenke. Mögen mir die Götter eure Gaben segnen und möchte ich zu Hause meine Gattin und alle Freunde wohlbehalten antreffen. Ihr aber, die ich jetzt verlasse, beglückt die Weiber eurer Jugend und die teuren Kinder lange in Freude. Die gütigen Götter mögen euch Heil und Tugend verleihen und nimmer erhebe sich Böses im Volke. Allen gefiel diese herzliche und verständige Rede. Der König gab hierauf den Wink zum Aufbruch, doch mußte der Herold noch einmal zum letzten Sprengopfer den Gästen Wein herumreichen. Jeder sprengte von seinem Sitze den seligen Göttern mit halblautem Gebete. Da stand Odysseus auf, reichte seinen Becher der Arete zum Abschiedstrunke und sprach zu ihr die freundlichen Worte, Leb auf immer wohl, o Königin, bis Alter und Tod sanft über dich kommen, die ja allen Menschen bevorstehen. Jetzt muß ich von dir scheiden, du aber freue dich lange hier im Palaste deiner Kinder, deines Gemahls und deines Volkes. Er ging nun eilig davon und ein Herold begleitete ihn an den Strand. Auch sandte die Königin noch drei Mägde, um ihm die sauberen Gewänder und die Reisezehrung nachzutragen. Sie legten alles ordentlich im Schiffe beiseite und für Odysseus breiteten sie auf dem Steuerdeck ein zottiges Fell und eine Decke aus, damit er ruhig schlafen hatten, stieg er selbst hinein und legte sich nieder. Die Ruderer nahmen ihre Sitze ein und sich weit hinten überbeugend schlugen sie kräftig mit ihren Rudern das Meer. Das Schiff glitt über die Fläche leicht wie ein Vogel. Odysseus aber sank in tiefen tiefen Schlaf. Der tapfere Held, der so viele Taten verrichtet, so viele Leiden erduldet hatte, da lag er nun als ob alle Leiden nur ein Traum gewesen wären. Eben ging der Morgenstern auf, denn sie waren schon die ganze Nacht hindurch gefahren, als das Schiff in einer Bucht von Ithaka landete. Selbst der starke Stoß des auf den Kiesand laufenden Schiffes konnte den Helden nicht ermuntern, und die Jünglinge, die dem armen Dulder seinen Schlaf von Herzen gönnten, faßten leise die Zipfel des Unterbettes und des Leintuches, auf dem er ruhte, und trugen ihn so sanft ans Land. Auch die Geschenke packten sie schweigend aus und stellten sie neben ihn, abseits von dem Wege, unter einen Ölbaum, und dann setzten sie sich wieder in ihr Schiff und steuerten fröhlich nach Hause. Die Unglücklichen, sie entrannen der Rache Poseidons nicht. Er sah sie zurückfahren und versteinerte ihr Schiff wie einen Felsen im Meer, und um die Stadt der Phaeaken türmte er einen hohen Felswall. So erfüllte sich an dem gutmütigen Volke die alte Weissagung. Unterdessen erwachte Odysseus auf dem feuchten Boden Er sah sich um Ein trüber Nebel umhüllte rings die wilde Gegend und der Arme erkannte sein Vaterland nicht. Wehe mir rief er aus An welches fremde Land haben mich diese trügerischen Männer ausgesetzt Ist das die Treue der Fäaken Wer mag hier wohnen Unbändige grausame Horden vielleicht Wohin wende ich mich Wo berge ich diese Güter Ha wäre ich nimmer zu diesen heimtückischen Fäaken gekommen Aber Zeus möge es ihnen vergelten daß sie solche Ungerechtigkeit an Hilfe bittenden Fremden üben Gestohlen mag mir ohnehin genug sein Ich will nur einmal nachzählen und alles durchmustern Nein daran fehlt nichts das ist alles richtig Ach aber Er wankte trostlos am Gestade umher und erforschte die Gegend Da kam Athene in der Gestalt eines schönen Hirtenknaben auf ihn zu einen Wurfspieß in der Hand und Sohlen an den Füßen Freudig erblickte Odysseus den Knaben ging ihm schnell entgegen und redete ihn an Lieber sei mir gegrüßt da du mir zuerst hier im fremden Lande begegnest Sei mir nicht feindlich gesinnt denn wie zu einer Gottheit fliehe ich zu dir und umfasse mit wo bin ich hier wie heißt das Land und was für Männer bewohnen es ist es eine Insel oder eine vorragende Küste des festen Landes du mußt wohl aus weiter Ferne kommen Fremdling versetzte der gefragte weil du dieses Land nicht kennst denn wahrlich es ist berühmt genug zwar ist rau und gebirgig und taugt nicht um Rosse darauf zu tummeln aber Getreide und Wein gedeiht hier trefflich und an Rinder und Schafherden ist reicher Segen Bäche tränken das Land und überall wuchert herrliche Waldung wahrhaftig Ithakas Ruf ist bis Troja gedrungen und das sagen die Leute liegt sehr weit vom achäischen Land Ithakas Ruf also war es wirklich Ithaka wo der Zweifelnde stand wirklich das liebe lang ersehnte Vaterland welche Freude aber noch misstrauend verbarg er seine Empfindung er wollte noch nicht verraten sein jawohl sprach er kalt habe ich den Namen oft in Kreta meiner Heimat gehört flüchtig komme ich jetzt so von dort her phönikische Männer haben mich freundlich hierher geführt mit diesen Gütern denn ich habe zu hause einen Königssohn erschlagen der mir meine Beute vom Trojaner Kriege streitig machen wollte darum mußte ich Weib und Kind verlassen und schweig unterbrach in Athene indem sie sich plötzlich in ein blühendes Mädchen verwandelte und ihn freundlich mit der Hand streichelte du bist doch immer der alte und darum liebe ich dich eben und habe ich dich immer beschützt und dir auch anderer Liebe erworben zumal bei den Veraken spare bei mir die List wir kennen uns ja ich bin Pallas Athene und komme jetzt mit dir zu erwägen wie du deine reichen Geschenke bergest und die übermütigen Freier in deinem Hause züchtig ist denn sie treiben es nun schon drei Jahre lang und umwerben deine sittige Gattin mit Heirats Geschenken aber sie verweigert es allen sie hält nur dich im Herzen und sehnt sich unsäglich nach deiner Zurück Ha wahrlich versetzte Odysseus es ist schwer oh Göttin dich in menschlicher Hülle zu erkennen zwar bist du mir oft erschienen im Kampfe und in anderen Nöten aber verzeih oft erschien mir es in meinen letzten Drang Saalen als habest du mich verlassen und als sollte ich dich nie wieder sehen aber sage mir wie kann das Ithaka sein ich erkenne noch immer nicht die wunderbare Gegend ich habe dich nie vergessen antwortete die Göttin aber ich wollte nicht dem mächtigen Poseidon zuwiderhandeln meinem erhabenen Ohheim der dich mit seiner Rache verfolgte auch wußte ich ja das gänzliches Verderben dir nie vom Schicksale bestimmt war daher blieb ich ruhig jetzt endlich komme ich wieder um dir zu raten aber damit du mir völlig traust so laß dir die Gegend zeigen sie hier ist die bucht vor küsst dem see gott geweiht dort am gestade grünt der weitschattende ölbaum den du als knabe so oft erklettert hier ist die weite felsen grotte in der du den nymphen so manches opfer gebracht hast dort das gebirge mit der dunklen waldung ist nerithon besinnst du dich noch nicht so sprach sie und zerstreute die nebel so daß die gegend hell vor ihm lag ja ja rief er entzückt aus fiel nieder auf sein angesicht und küßte die heilige mutter erde und betete mit aufgehobenen händen zu den nymphen den schutzgöttinnen des ortes auf dem er stand ja dort ist die grotte der nymphen hohe najaden nicht hoffte ich mehr euch jemals wieder zu sehen aber seid mir nun im frommen gebete herzlich begrüßt bald hoffe ich euch wieder dankbare gaben wie sonst zu spenden wenn mir das zeus siegende tochter leben und heil vergönnt und den lieben sohn mir erhielt jetzt erinnerte ihn athene daß es nötig sei seine kostbarkeiten zu verbergen damit sie ihm nicht entwendet würden sie stieg zu dem ende selbst in die grotte und Odysseus reichte ihr Stück für Stück sowohl von den feinen Gewändern als von den kostbaren Gefäßen zu sie verbarg alles sorgfältig in einem Winkel und wälzte einen Stein vor den niedrigen Eingang dann ließ sie sich mit dem Helden unter dem alten Ölbaume nieder noch ferner Rats mit ihm zu pflegen so sehr sie ihm ihren Beistand versprach so dringend dem Fall sie ihm doch Vorsicht weil die Freier über hundert seien vor allen Dingen meinte sie dürfe niemand etwas von seiner Ankunft ahnen bevor er nicht unter der Hand seine Freunde kennengelernt und eine Anzahl zuverlässiger Anhänger heimlich auf seine Seite gebracht habe darum wolle sie seine Gestalt umwandeln damit er allen unkenntlich sei und ihm einen Anzug verschaffen in welchem niemand auf der ganzen Insel den großen König erkennen solle sie berührte ihn sanft mit dem Stabe und sogleich schrumpfte das schwellende Fleisch und der schlanke Wuchs der Glieder zusammen es verhärtete sich die Haut in grobe Runzeln wie bei einem Greise der stolze Nacken krümmte sich das braune Haar fiel aus und blöde wurden die feurigen Augen die sonst von Mut und Heiterkeit strahlten aus den langen glänzenden Gewändern die in weiten Falten seinen Leib umhüllten wurde ein grober häßlicher Kittel zerlumpt und garstig eingeräuchert und als Mantel hängte sie ihm ein altes abgetragenes Hirschfell um den Bettleraufputz zu vollenden verehrte sie ihm noch einen geflickten Ranzen an einem geflochtenen Tragbande und gab ihm einen knotigen Knittel in seine Hand in diesem Aufzuge befahl sie ihm den Sauherten aufzusuchen der einer der treuesten Anhänger des königlichen Hauses und ein Erzfeind der Freier sei und von dem er bald mehr erfahren werde sie wolle unterdessen dem jungen Telemachos entgegen eilen denn dieser kehre soeben von Sparta zurück und schon laure auf ihn im Hinterhalte zu Schiffe die Schar der Freier allein sie werde ihre Anschläge vereiteln und hoffe den Jüngling bald seinem Vater wohlbehalten in die Arme zu führen so trennten sie sich Odysseus aber erklomm den rauen Pfad über die waldbewachsenen Berghöhen nach der Richtung hin wo ihm Athene die Wohnung des braven Sauhirten Eumäos bezeichnet hatte dieser Mann war eigentlich der Oberaufseher der sämtlichen Schweineherden des Königs und hatte vier Knechte unter sich denen das Austreiben und Hüten oblag und die mit den gemästeten Tieren gewöhnlich erst abends spät aus den umliegenden Eichen und Buchenwäldern nach Hause kamen Auch war nach den Begriffen jener Zeit der alte Sauhirt gar kein verachteter Mann und es war nichts weniger als schimpflich in seiner Gesellschaft zu sein Odysseus selber hatte ihn ehedem wegen seiner Einsicht und Treue immer wert gehalten und freute sich auch jetzt insgeheim darauf den ehrlichen Mann wiederzusehen aber er durfte sich vor der Hand noch nichts merken lassen Der alte Sauhirt hatte sich aus eigenem Antriebe wieder den Willen der Penelope ein geräumiges Gehege und für seine Schweine zwölf große Koben darin erbaut wozu er die Steine mühsam zusammengeschleppt hatte Der Zaun bestand teils aus festen Eichenpfählen teils aus lebendigen Hagedornhecken In dem Gehege stand seine eigene Hütte ärmlich aber bequem und alles zeigte einen tätigen und ordnungsliebenden Haushalter Leider war nur trotz seines Eifers eine große Verminderung der Tiere entstanden denn schon seit drei Jahren hatte er täglich auf Befehl der Freier ein fettes Mastschwein nach der Stadt senden müssen und das hatte allmählich selbst den fürstlichen Reichtum gewaltig beschränkt Es waren ihrer nur noch 360 Der wackere Sauherd saß eben in der Halle vor seiner Hütte und schnitt sich aus einer Rindshaut Sohlen sie unter die Füße zu binden wenn er einmal nach der Stadt ginge Neben ihm lagen vier große Hunde wolfsähnlich von Ansehen Als diese den Odysseus mit dem Bettlerranzen von weitem Ankommen sahen sprangen sie bellend auf und rannten ihm wütend entgegen Er ließ absichtlich seinen Stab aus der Hand fallen und setzte sich ruhig nieder zur Erde um so klüglich die Wut der Hunde zu bändigen Dennoch hätten sie ihn vielleicht noch gepackt wäre nicht der Sauherd schnell hinter ihnen her gesprungen indem er sie mit Rufen und Steinwerfen zum Gehorsam brachte Er hatte in der Eile Leder und Messer aus der Hand geworfen und freute sich daß er noch eben zur rechten Zeit erschienen war tausend rief er da fehlte nicht viel so hätten dich die bestien zerrissen und ich müßte auf ewig den Vorwurf tragen ach ich habe so schon Kummer und Trübsal genug denn ich sitze hier und härme mich ab um meinen lieben Herrn von dessen fett gemästeten Schweinen ich täglich den Schurken da drinnen das Beste geben muß indes er selbst vielleicht nicht das Brot hat und unter fremden Menschen wie ein Bettler umher irrt wenn er ja noch leben und nicht vielleicht schon den Raubvögeln zum Fraße geworden sein sollte aber komm nur herein in meine Hütte Alter daß ich dir ein wenig Brot und Wein vorsetze und du mir dann nachher sagst wer und von wo du bist und was für traurige Schicksale dich in der Welt umhertreiben Odysseus folgte dem Sauherten in seine Hütte wo ihm dieser sogleich statt der Polster ein Lager von zusammengehäuftem Laub und reisig mit einem darüber gebreiteten zottigen Ziegenfälle zurecht machte Odysseus freute sich des gastfreundlichen Empfanges und sprach möge dir Zeus gewähren Freund was du am liebsten wünschest da du mich so gut herzig aufnimmst einen gast muß man nicht verachten fremdling erwiderte der sauhirt und wenn er auch noch so gering wäre denn alle fremde und darbende stehen ja unter dem schutze des Zeus aber freilich bei mir heißt's arm und klein ist meine Gabe denn du weißt wohl ein Diener hat nicht viel zu verschenken zumal so einer wie ich über den ein jüngeres Geschlecht als Herrscher waltet ja wenn mein alter Herr noch lebte und hier wäre auf der Insel da hätte ich gute Zeit der hätte mich sorgfältig gepflegt und mir auf meine alten Tage ein kleines Eigentum gegeben dafür daß ich ihm so lange treu gedient habe da hätte ich jetzt vielleicht ein Gütchen und ein liebes Eheweib und muntere Kinderchen aber der gute Herr ist dahin o daß doch Helenas Stamm von Grund aus vertilgt würde der so vielen tapfern Männern den Untergang gebracht hat mit diesen Worten schürzte er sich den langen Hirtenrock in die Höhe und ging in einen der Kurven wo Spanferkel in Menge lagen davon nahm er zwei heraus schlachtete sie senkte die Borsten ab zerschnitt das Fleisch in die er langsam am Feuer herumdrehte und bestreute es fleißig mit weißem Mehl als es gar gebraten war legte er die Stücke vor den Wanderer hin holte dann Wein herbei und mischte ihn in hölzerner Kanne da fremder Mann sprach er iss nun und trink so gut wir Hirten es haben laß dir am jungen magern Fleisch genügen denn die fetten Mastschweine ich weiß es freilich nicht sonst missfällt doch den Göttern jede gewaltsame Tat und nur Frömmigkeit und Billigkeit ehren sie ja andere böse Menschen selbst Räuber und Mörder haben doch noch Scheu vor den Göttern aber diese hier fürchten und achten nichts und die himmlischen zögern noch immer mit der Strafe ach sie mögen wohl unter der Hand sichere Kunde haben die Verruchten dass Odysseus nicht mehr lebt sonst würden sie nicht so frech seine Güter verprassen denn das geht Tag für Tag die Hirten können nicht Schlachtvieh die anderen Diener nicht Brot und Wein genug für sie schaffen ach mein armer armer Herr wahrlich er war der reichste an Gütern umher auf dem Lande und auf den Inseln kein König war so von den Göttern gesegnet außer mir dienten ihm noch drei Oberhirten deren hatte jeder zwölf Herden unter sich Rinder Schafe und Ziegen ach wie ist das alles jetzt geschmolzen dem auf jedes Wort begierig horchenden Odysseus empörte sich das Herz aber er unterdrückte den Grimm und als er sich stillschweigend mit Speise und Trank gelabt hatte und der Hirt ihm den Becher reichte trank er scheinbar fröhlich und sprach wie wäre es Freund wenn ich dir Kunde von deinem Herrn und zwar erfreuliche Kunde brächte nenne mir doch den mächtigen und reich begüterten Mann welchem du dienst vielleicht ist er von meiner Bekanntschaft denn ich habe viel Menschen auf meinen weiten Reisen gesehen oh still erwiderte der Sauhirte erspare dir diese Mühe solcher Kundenbringe haben wir schon zu viele hier gehabt wo sie nur kann nach ihrem Gemahl forscht so stellt sich fast alle vier Wochen ein armer Landstreicher bei ihr ein lügt ihr vor wie und wo er den Odysseus selbst gesprochen habe und verdient sich damit statt seines Kittels einen wärmenden Mantel und Leibrock willst du die auch erhalten so geh nur hin und ersinne ein Märchen sie glaubt jedem leicht was sie so sehnlich wünscht aber er wird nicht wiederkehren wer weiß an welchem felsigen Gestade seine unbegrabenen Gebeine bleichen wehe mir wehe nicht Vater noch Mutter habe ich so lieb gehabt und betraure sie nicht so sehr als den lieben gütigen Herrn ach was sage ich Herrn wie einen Bruder hat er mich immer freundlich und liebreich behandelt wie einen Bruder habe ich ihn immer geliebt sprach Odysseus weil du doch meinen bloßen Worten nicht traust so will ich durch einen Eidschwur bekräftigen daß dein Herr zurückkommen wird und ist er erschienen so sollst du mir gleich zum Lohn für meine fröhliche Botschaft einen schönen Leibruck und Mantel schenken eher begehr ich das nicht wie sehr ich auch jetzt entblößt bin denn verhasst wie der Tod ist mir der Elende der Lügen schwatzt um sich dadurch zu bereichern drängte ihn der Mangel auch noch so sehr aber wohl an so höre es denn Zeus und dieser gastliche Tisch hier und Odysseus Herd dem ich genahed bin daß das alles geschehen wird wie ich es jetzt verkündige wenn der jetzige Mond aufhört und der andere beginnt wird Odysseus in seinem Hause sein und jeden Züchtigen der seine Gemahlin und seinen Sohn nicht geehrt hat still still kreis fiel hier der Sauherd ein ich werde dir so wenig den Lohn für deine Botschaft bezahlen als Odysseus sein Haus betreten wird trink nur und rede von etwas anderem den Eid mögen dir die Götter vergeben ach ich werde immer trauriger jetzt jammere ich wieder am meisten um Telemachos dem mein böser Geist eingegeben hat nach Kunde von seinem Vater auf dem Meere herum zu irren und nun höre ich gar daß die schändlichen Freier ihm mit einem Schiffe auflauern um ihn zu töten wenn er zurück kommt der ist also auch dahin und Arkaisios herrlicher Stamm soll dann in Ithaka gänzlich aussterben aber erzähle du mir doch auch etwas von deinen Abenteuern und wie du hierher gekommen bist jetzt fing der erfindungsreiche Mann ein langes Lügengewebe an worin er sich für den Sohn eines kretensischen Fürsten ausgab und viel von seiner ehemaligen Tapferkeit und Kriegslist rühmte Er putzte seine Erzählung mit einer Menge auffallender Abenteuer auf wie er bald große Ehre genossen habe bald in Sklaverei geraten sei In Troja war er natürlich auch gewesen und hatte da den Odysseus kennengelernt auch gute Waffengenossenschaft mit ihm gepflogen Nachher wollte er wieder bei dem Könige der Tesprota etwas von ihm gehört haben Ja er versicherte Odysseus habe diesen König eben Reise nach Dodona zu machen gerade als er der Bettler da selbst angekommen sei und was der Lügen mehr waren Gewiß es ist wie ich dir sage fuhr der Erzähler fort als ich bei dem Tesprota König zu Gaste war hatte Odysseus sich eben nach Dodona begeben und wurde bald wieder zurück erwartet da zeigten sie mir noch die mitgebrachten teils erbeuteten teils geschenkten Güter die er dort in Verwahrung gelassen hatte und ich erstaunte über den gewaltigen Reichtum den wohl der Nachkomme im zehnten Gliede noch nicht verbraucht noch mehr ich habe das Schiff gesehen worauf ihn die Tesprota nach Hause senden wollten sobald er von Dodona zurück käme mich entsandte der König früher weil ich schnell nach Dulichion zu fahren begehrte und gerade ein Kaufmannsschiff dahin abging ach das war mein Verderben die Schurken auf dem Schiffe wollten ihren Vorteil von mir ziehen und mich irgendwo unterwegs als Sklaven verkaufen ich sah mich plötzlich von ihnen überwältigt sie rissen mir den Mantel samt dem Rocke vom Leibe und hängten mir die schmutzigen Lumpen um in denen du mich hier siehst um mein edleres Ansehen zu verbergen an Händen und Füßen banden sie mich darauf und ließen mich im Schiffsraume liegen so kam das Schiff hierher nach Ithaka sie legten an um auszusteigen und am Lande die Nachtkost zu genießen mich ließen sie hilflos im Schiffe aber es war als ob ein Gott mir die Bande lösen half sie gingen leicht auf da ich versuchte und kaum fühlte ich mich frei so Meer und schwamm seitwärts fort ans Gestade heimlich und von keinem gesehen hier kroch ich in ein dickes Gebüsch und drückte mich an die Erde nieder bald darauf hörte ich sie fluchen und toben daß ich entsprungen sei sie liefen auch viel am Gestade umher indessen mochten sie es doch nicht für ratsam halten tiefer ins Land zu gehen sie gaben also die Hoffnung so hergeschlichen bis ich eine menschliche Wohnung ersah und ich freue mich nur auf einen so verständigen Mann getroffen zu sein daran erkenne ich daß die Götter die Erhaltung meines Lebens wollen Unglücklicher Fremdling versetzte der Sauhirt du hast mir das Herz bewegt aber sprich warum hörst du nicht auf mir von Odysseus vorzufabeln der doch nimmer wiederkehrt glaube mir dieses Märchen habe ich schon so oft gehört daß mich verdrießt wenn mich einer von neuem damit betrügen will damit wirst du dir meine Gunst nicht erschmeicheln alter Mann denn wenn ich dir Ehre erweise und liebe so tue ich das einzig aus Achtung vor dem gastlichen Zeus und aus Mitleid mit deinem Schicksale Nein rief Odysseus fast zürnend ich kann dich nicht in dem starren Unglauben lassen nicht einmal mein Schwur bewegt dich mir Glauben zu schenken höre mich an wir wollen einen Vergleich machen ich bleibe hier bis Odysseus kommt und ist er da so sendest du mich wohl ausgestattet mit Mantel und Leibrock nach Dulichion wohin mein Herz verlangt kommt dein Herr nicht in der bestimmten Zeit so sollst du mich mit deinen Knechten binden und von diesem Felsen da hinab stürzen damit auch andere Bettler sich scheuen Unwahres zu schwatzen bist du nun zu Frieden behüten mich die Götter erwiderte der Sauhirt daß ich so etwas täte das würde mir ein schönes Lob unter den Menschen erwerben wenn ich einen armen Bittenden erst in die Hütte auf nähme und dann vom Felsen stürzte nimmer hätte ich ja Freudigkeit nach solcher Tat zu Zeus zu beten unter diesen Gesprächen war der Abend herangekommen und die Unterhirten kehrten mit ihren Herden zurück ein gewaltiges Grunzen erscholl rings umher und es dauerte lange ehe die borstigen Tiere alle in ihr Gehege hineinkamen als sie sich endlich gefügt hatten befahl der Sauhirt den Knechten ein fettes fünfjähriges Mastschwein herbeizuholen denn er meinte ob die Freier nun unrechtmäßiger Weise täglich eins verzehrten oder ob er sich und seinem lieben Gaste auch einmal gütlich tue das möchte wohl so ziemlich einerlei sein während die Knechte draußen waren spaltete er Holz und legte es an das Feuer als nun das Schwein ankam schnitt er der Sitte gemäß zuerst das Stirnhaar ab und warf es den Göttern zu Ehren in die Flamme wozu er ein leises Gebet sprach dann schlug er das Tier mit einem eichenden Knüttel das es niedersank nun schlachteten es die Knechte und vergaßen nicht die fetten Hüften Stücke den Göttern zu verbrennen danach schnitten sie auch das andere Fleisch in Stücke steckten es an Spieße berieten es langsam und nahmen es dann wieder herunter jetzt da das Mahl bereitet war ließ sich's der wackere Sauherd angelegen sein eine gerechte Teilung zu treffen er machte sieben Portionen die erste ward für die Nymphen und den Hermes hinausgetragen die anderen waren für seinen Gast seine vier Knechte und für ihn selbst bestimmt Odysseus bekam einen langen Schnitt von dem fetten Rückgrate ein Ehrenstück welches man allemal dem Gaste zu reichen pflegte dieser freute sich herzlich darüber und sprach braver Eumäus mögest du vom Zeus so geliebt werden als von mir da du mich so mit Wohltaten überhäufst is mein unglücklicher Freund erwiderte der gutmütige Mann und freue dich dessen was du hast Götter gewähren und versagen uns dies und jenes wie es ihrer Allmacht gefällt Jetzt mischte er auch den Wein und sprengte den Göttern die ersten Tropfen Dann reichte er dem Gaste den Becher Einer der Knechte holte Brot herbei derselbe räumte auch nachdem sie alle gesättigt waren die Überbleibsel wieder weg Inzwischen war es Nacht geworden und ein stürmischer Westwind sauste kalt in Strömen und finstere Wolken verhüllten alle Sterne Odysseus froher in seinen Lumpen kläglich und der Sauhirt schien nicht daran zu denken ihm seinen wärmenden Mantel abzutreten Da ersann der Held einen Schwank um zu versuchen ob er ihn nicht durch List gewinnen könne Hört einmal sprach er Du Oemäos und ihr anderen Hirten weil mich eben der Wein heute so munter gemacht hat so muß ich doch noch etwas Lustiges schwatzen Es ist zwar nicht schicklich daß ich es heraussage aber weil ich einmal davon angefangen habe so muß ich wohl schon vollenden Ich dachte so eben wenn ich doch noch so rüstig und jugendlich wäre als damals als ich mit deinem Herrn vor Troja lag und da fiel mir ein listiger Streich von Odysseus ein womit er mir einmal aus großer Not half wir wollten uns eines abends dicht an der Stadtmauer in einen Hinterhalt legen Menelaus Odysseus und ich wir hatten aber nur wenig Leute mit uns genommen da kam die Nacht heran und wir legten uns in dicht verwachsenes Gesträuch zwischen Röhricht und Sümpfen Auf einmal wurde der Himmel trübe und ein gräulicher Nordwind pfiff uns durch die Haare Schnee stöberte wie reif herunter und überzog uns die Schilde ganz mit Glatteis Dabei war nun keiner übler dran als ich denn die anderen hatten alle ihre Mäntel bei sich in diese wickelten sie sich und deckten ihre Schilde über die Schultern So schliefen sie ohne viel von dem Unwetter zu merken Ich allein hatte unbedachtsamer Weise keinen Mantel mitgenommen und mußte da im bloßen dünnen Leibrock in der Nässe liegen wahrhaftig die Zähne klapperten mir und alle Glieder zitterten wie im Fieber Frost Nach Mitternacht endlich als ich's nicht länger aushalten konnte stieß ich den Odysseus an der mir zunächst lag und sagte zu ihm Ach ich sterbe fast vor Frost ich habe keinen Mantel mitgenommen hilf mir doch still sagte er leise flüsternd der Not ist abzuhelfen und nun räusperte er sich laut und schrie die anderen vom Schlaf auf hört Freunde rief er mich schreckte soeben ein bedenklicher Traum unser sind so wenige und wir haben uns so weit von den Schiffen entfernt wenn doch einer geschwind zu Agamemnon liefe und ihm sagte daß er uns Hilfe schickte da war sogleich ein dienstfertiger Helfer bei der Hand Tuas Andrämons Sohn der sprang kurtig auf und ließ seinen warmen Mantel liegen schnell warf mir Odysseus ihn zu und ich hüllte mich lachend hinein und schlief sanft bis an den Morgen seht Freunde da dachte ich nun wenn ich noch so stark und jugendlich wäre wie damals da gäbe mir vielleicht jetzt auch einer von euch einen Mantel zur Nacht entweder aus Liebe oder aus Scheu vor meiner Stärke aber freilich der unansehnliche Mann in dem Gewande des Bettlers wird verachtet die Männer lachten und der Sauherd gewann den beredten Gast immer mehr lieb höre sprach er du hast nicht unziemlich geredet dein Gleichnis passt sehr wohl darum will ich dir auch geben was ich habe hier ist noch ein alter Mantel nimm ihn für die Nacht aber morgen mußt du ihn zurück geben und deine Lumpen wieder umwerfen denn wir Hirten haben nur wenige Kleider und jeder braucht das einige selbst kommt aber Telemachos zurück so schenkt er dir gewiß eine ordentliche Kleidung und geleitet dich wohin du verlangst indem er dies sprach bereitete er dem Gaste am Feuer ein Lager von Schaf und Ziegenfällen und legte ihm den Mantel zur Decke hin neben Odysseus legten sich die Knechte nieder aber der Oberhirt schlief nicht in der Hütte sondern seine Herden sorglich hütend nahm er nahe dabei sein Lager in einer Felskluft die ihn gegen den Nordwind schützte und sein ganzes Reich übersehen ließ Odysseus freute sich innerlich der gewissenhaften Treue womit der brave Mann die Güter seines abwesenden Herrn bewachte er sah wie derselbe ein scharfes Schwert umgürtete dann den dicken Mantel überwarf und zuletzt die schwere Lanze zur Hand nahm um jeden Räuber abzuwehren zu seinem Lager nahm er nichts als ein zottiges Ziegenfell mit Ende von Abschnitt 10 Abschnitt 11 von Odysseus von Karl Friedrich Becker Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Elfter Abend Telemachos Rückkunft Die Göttin Athene hörte unterdessen nicht auf für ihre Lieblinge tätig zu sein Noch in der Nacht ging sie nach Sparta in den Palast des Menelaos um Telemachos an die Rückreise zu erinnern Sie trat an sein Bett und fand ihn noch wach weil die ängstliche Sorge um den geliebten Vater ihn nicht ruhen ließ Auf Telemachos rief sie ihm zu Nicht länger ziemt es dir fern zu weilen von deinem Hause wo übermütige Gäste schalten Auf damit sie nicht alles verzehren und deine Reise ganz fruchtlos sei Dringe bei dem mutigen gefährdet im Hause treffest denn Vater und Brüder bedrängen sie jetzt mehr als sonst und es ist nahe daran dass Eurymachos sie gewinnt der die meisten Geschenke bietet und nach der Hochzeit noch mehr zu geben verspricht geschieht das so nimmt sie ihr ganzes Eigentum aus deinem Hause mit sich und was bliebe dir dann noch übrig noch will ich dir etwas vertrauen dass du dir zu dringlicher warnung dienen lassen magst die tapfersten der freier lauern wachsam auf dich in dem sunde der ithaka von same trennt fußnote same oder samos sonst bei den alten kephalonia jetzt kephalonia die größte der inseln des ionischen meeres im westen griechenlands gebirgig und daher wenig fruchtbar ende fußnote um dich zu ermorden bevor du die heimat erreichst doch hoffe ich ihr tückischer plan solle zu schanden werden du also halte dein schiff so viel als möglich in einiger entfernung von den inseln umsegle sie in weitem bogen und lande dann am nördlichen ende von ithaka fahre auch nur bei nacht um ihnen desto sicherer zu entrinnen bist du glücklich gelandet so laß sogleich die genossen nach der stadtrudern du selbst aber gehe allein nach der hütte des sauhirten oimaeos der dir mit treuer liebe anhängt dort bringe die nacht zu am folgenden morgen laß ihn dann in die stadt gehen und der lieben mutter heimlich verkündigen daß du gesund und wohlbehalten von deiner reise aus pylos zurückgekommen sei ist mit diesen worten verschwand die göttin telemachos hatte nun keine ruhe mehr und obgleich die sterne noch am himmel glänzten so weckte er doch schon seinen genossen den sohn des nestor und trieb ihn an schnell die rosse vor den wagen zu schirren nun warte doch murrte dieser es ist ja noch finstere nacht wie würde sich's denn schicken wenn wir dem edlen menelaus so heimlich davon führen ohne daß er dir ein geschenk gereicht und ein freundliches wort zum abschiede gesagt hätte schlaf nur noch einmal ein wenn die morgen röte das dunkel verscheucht wollen wir aufbrechen als endlich der morgen dämmerte war auch schon der treffliche menelaus bereit und erkundigte sich nach seinen Gästen telemachos bat ihn sogleich um schnelle antwortete menelaus ich wäre ein eigennütziger freund wenn ich dich wieder deine absicht hier aufhielte auch weiß ich sehr gut daß man anderen selbst mit aller wohlmeinung und liebe lästig werden kann und ich meines teils halte es immer mit dem satze besuch dich ein freund so pflege ihn und will er gehen so laß ihn ohne Zwang aber ich muß dir doch ein schmackhaften Imbiss bereiten so lange darfst du schon noch verziehen es reiset sich gleich besser wenn man sich vorher mit Speise und Trank gut bedacht hat und wenn du vielleicht noch weiter auf Kundschaft durch Hellas ausziehen willst etwa nach Argos so will ich gern dein Begleiter sein ach nein du göttergleicher Herrscher der Völker sprach Telemachus mich verlangt sehnlich nach Hause denn ich bin heimlich von dort weg gegangen ohne den meinen einen Schutz zurückgelassen zu haben und es tut wahrlich Not daß ich auf meine Haar beachte jetzt gebot Menelaus den Mägden eiligst das Mahl zu bereiten ein Diener mußte Feuer anzünden um das Fleisch zu braten und inzwischen ging der treffliche Wirt in die Vorrats Kammer worin sein bestes gut verwahrt lag um dem scheidenden Gaste ein Ehrengeschenk auszusuchen auch Helena ging dorthin und öffnete ihre Kleidertruhe voll schön gewirkter Gewänder die sie selbst mit kunstfertiger Hand gearbeitet hatte sie nahm das größte und schönste heraus und ging damit zum Telemachos Menelaus folgte mit einem goldenen Becher und einem schön geformten silbernen Kruge Möge dir Zeus sprach er indem er ihm die Geschenke überreichte eine glückliche Heimkehr gewahren siehe ich schenke dir hier von allem was ich habe das prächtigste ein Geschenk des Sidonier Königs Fädimos das er mir verehrte als ich durch Phönikien kam wahrlich es ist so künstlich gearbeitet als habe Hephaestos selbst den Becher verfertigt auch ich will dir ein Geschenk reichen sprach darauf Helena und trat mit dem herrlichen Gewande hervor sei dir's ein Andenken von Helenas Hand und am Hochzeitstage schmücke es festlich deine junge Braut bis dahin mag es dir die liebe Mutter in ihrer Kiste aufheben lebe wohl und kehre fröhlich von hin heim in dein stattliches Haus zu dem Gute deiner Väter Telemachos empfing die köstlichen Gaben mit dankbarer Freude und übergab sie seinem jungen Gefährten Peisistratos der sie still bewundernd in den Wagenkorb packte hierauf gingen sie alle in den Saal und setzten sich nieder die Diener stellten Tische vor einem jeden hin eine Magd besprengte besprengte ihnen aus goldener Kanne die Hände während sie zugleich ein Waschbecken unterhielt ihr folgten die Schaffnerin mit Körben voll reichlichem Vorrats an Brot und Fleisch und des Königs Sohn selber füllte aus dem Mischkruge die Becherings um als sie sich gesättigt hatten brachen die beiden Jünglinge eilends auf Peisistratos schirrte die Rosse an ergriff die Rheins neben dem Wagen her und begleitete sie mit Helena durch die Hallen und den Vorhof vor dem Tore hielt er ihre Rosse nochmals an trank ihnen mit einem Handschlag zu und rief lebt recht wohl ihr Jünglinge und grüßt mir den alten Vater Nestor wahrlich wie ein Vater hat er mich immer geliebt als wir vor Troja kämpften gern wollen wir es ausrichten meinen Vater fände wenn ich heim kehre damit ich ihm erzählen könne wie freundlich ich von dir beherbergt und gepflegt worden bin und wie reichlich du mich beschenkt hast als er noch so redete siehe da flog zur rechten ein Adler bei ihnen vorüber der eine große geraubte Gans in den Klauen trug Männer und Weiber des Hofes von dem er sie entführt hatte liefen mit Geschrei hinterher um dem Adler die Beute wieder abzujagen er aber stürmte mit ausgebreiteten Flügeln vor den Rossen vorbei und schwank sich hoch in die Luft da freuten sich Menelaus und Helena und die beiden Jünglinge im Wagen über die Maßen aber das ist doch auch nicht löblich unterbrach hier Wilhelm den Lehrer sich über anderer Schaden zu freuen nicht doch sondern weil sie nach dem Glauben jener Zeiten in dem ganzen Vorfalle ein verheißendes Zeichen der Götter erblickten sie meinten nun der Erfüllung ihrer eben ausgesprochenen Wünsche gewiss zu sein man sah im Altertume wie zum Teil auch noch jetzt in jeder plötzlichen unerwarteten auffallenden Erscheinung ein Wahrzeichen von höherer Hand und folgerte daraus Heil oder Unheil am meisten beobachtete durch nichts gehemmte Bewegung in der Luft an sich schon etwas Wunderbares fast Geisterhaftes verlieh und wie die Griechen aus dem Fluge und dem Geschrei der Vögel die Zukunft weissagten so übten auch die Römer eine Kunst der Vogelschau in sogenannten Auspikien und Augurien und besondere Priester waren mit diesem Amte beauftragt auch bei den Deutschen galten die Vögel für Boten wichtiger Nachrichten Flog der Vogel zur rechten Hand so galt das für glücklich das Fliegen zur linken aber für unglücklich Hier übernahm Helena scharfsichtiger und schneller Geistes als die anderen das Geschäft der Deutung denn kaum hatte sie die Erscheinung wahrgenommen so rief sie freudig aus hört was die Götter mir jetzt in die Seele rufen und was sicher geschehen wird so wie dieser Adler die ganz packt und sie erwürgend ins Gebirge zu seinem Nest zurückkehrt so wird Odysseus mit dem Racheschwerde in seinem Hause eintreffen und den übermütigen Freiern Tod und Verderben bringen O das gebe Zeus rief Telemachos indem er die Pferde zu raschem Jagen antrieb sie eilten von Dannen und rannten den ganzen Tag und brachten die beiden Jünglinge am Abend zu einem Hause in welchem der schon erwähnte Gastfreund Diocles sie freundlich beherbergte am folgenden Tage setzten sie ihre Reise fort und kamen nach Pylos Telemachos wünschte sehr nicht länger hier aufgehalten zu werden er bat daher den jungen Paesistratos ihn sogleich ans Gestade zu seinem Schiffe hin zu fahren und ihn in der Stadt bei dem Vater Nestor bestens zu entschuldigen daß er an Telemachos übernahm die Entschuldigung setzte seinen Freund bei dem Schiffe ab und fuhr allein nach der Stadt zurück Telemachos befahl seinen erfreuten Gefährten das Schiff sofort segelfertig zu machen sie richteten den Mast auf spannten die Segel aus lösten das Seil mit dem das Fahrzeug am Lande befestigt war und setzten sich auf die Ruderbänke Telemachos hinten am Steuer sitzend goß der Athene zu Ehren unter stillem Gebete ein Trankopfer ins Meer und nun ruderten sie bei nächtlicher Stille davon ein günstiger Wind begleitete ihre Fahrt währenddessen saß in der Hütte des Wackern Oumäos der Bettler Odysseus und schmauste mit den Hirten bei der kerklichen Abendmahlzeit er unterhielt sie mit manchem Gespräche und um zu erforschen ob er wohl noch ein paar Tage länger hier verweilen dürfe fing er gewand genug also an Fürwahr Oumäos ich bin dir nun lange genug beschwerlich gewesen und denke morgen mit dem frühesten nach der Stadt zu gehen darum aber lass mich noch das eine von dir bitten daß du mir einen Menschen mit gibest der mir den Weg bis an die Häuser zeige durch die Gassen will ich mich dann wohl selber finden ich möchte und auch den Tumult der Freier im Palaste ich will mich unter sie mischen denn magst du wissen ich verstehe mich gar trefflich auf häusliche Dienste im Feuer anmachen Holz spalten Braten vorlegen Wein mischen und was dergleichen Dinge mehr sind welche bei vornehmen Leuten gefordert werden tut mir's kein Mensch zuvor alter wo dingst du hin rief Oumäos zirnend aus das würde dir Deren Trotz und Gewalt ja wahrhaftig bis zum Himmel reicht Nein mein Freund solcher Diener bedürfen sie nicht die haben ganz andere Leute Jünglinge in schön geschürzten Kleidern das Haar und das Antlitz von Salben duftend harren ihrer Befehle und unter denen würdest du eine schlechte Rolle spielen aber warum willst du denn fort du bist ja hier keinem beschwerlich warte doch wenigstens bis des Odysseus Sohn von seiner Reise zurückkehrt der schenkt dir gewiß einen schmucken Mantel und Rock und sendet dich zu Schiffe wohin dein Herz begehrt das wollte der schlaue Odysseus nur hören trefflicher Sauhirt erwiderte er möge dich Zeus so lieben wie ich dich liebe der du mir nach langer Trübsal Ruhe in deiner Hütte gewährst denn es ist doch nichts trauriger als unstet und flüchtig zu lieben nun weil du mir denn zu bleiben vergönnst so erzähle mir doch noch etwas von den Eltern deines lieben Herrn lebt Vater und Mutter noch oder sind sie schon tot ja antwortete der Sauherd mit Achselzucken der Vater der alte Laertes lebt zwar noch aber wie lebt er alle Tage flieht er weinen zu den Göttern daß sie ihn doch von dem Grame erlösen möchten den er so lange schon um den lieben Sohn im Herzen trägt er wünscht sich sehnlich den Tod und kann doch nicht sterben die Mutter hatte so lange nicht zu ertragen vermocht sie ist dem Kummer erlegen und ruht längst im Grabe Ach als die gute Frau noch lebte da hatte auch ich noch Lust am Leben denn sie hatte mich von Kindesbeinen an geliebt und mir immer viel Gutes erwiesen sie zog mich auf mit ihrer eigenen Tochter die nachher nach Samos vermählt ward die jetzige Königin ist wohl auch freundlich gesinnt aber die Arme darf nicht tun wie es ihr das Herz eingibt denn sie muß ja in beständiger Furcht vor den frechen Freiern leben und wagt sich den und unser eins sieht es doch gern sobald er einmal nach der Stadt kommt wenn er liebreich aufgenommen wird von der Herrschaft auch wohl hier und da einen leckern Bissen davon trägt den er mitnehmen kann aufs Land ei unterbrach ihn hier der Gast so bist du schon als Kind deiner Heimat entführt worden sage wie ging das zu wurde etwa deine Vaterstadt von Feinden verheert und verbrannt oder raubten dich vorüberziehende Schiffer als du allein bei den Schafen auf dem Felde warst der ehrliche Sauhirt gab dem Odysseus auf seine Frage folgenden Bescheid dort über Ortygia hin liegt eine Insel Syria mit Namen vielleicht hast du auch von ihr gehört sie ist eben nicht sonderlich bevölkert allein die Menschen leben dort in glücklicherem Frieden und wissen von keiner Krankheit nur das Alter führt sie sanft hinweg zur Ruhe der Toten über dieses gute Völkchen herrschte mein Vater als König er war ein würdiger Mann und an Ansehen den Göttern zu vergleichen ich war ein kleiner Knabe der im Hause herum lief als gerade ein phönikisches Schiff bei uns landete welches vielerlei künstliche Sachen zum Verkauf brachte und des Handelswegen lange an unserer Küste liegen blieb die phöniker gewandte verschlagene Krämer machten in allen Häusern Bekanntschaft und kamen auch in meines Vaters Wohnung Nun hatten wir damals eben eine phönikische Magd schön von Wuchs und Angesicht die mein Vater als Sklavin gekauft und teuer bezahlt hatte diese fing mit einem der Schiffer einen vertraulichen Umgang an der Schiffer versprach ihr sie in ihr Vaterland zurück zu bringen und sie willigte mit Freuden ein aber so kann Liebe betören die Treulose versprach ihrem Buhen sie wolle an Kostbarkeiten aus meines Vaters Hause mitnehmen was sie verbergen könne und mich wolle sie dazu fortführen denn von mir würden sie gewiß einen beträchtlichen Gewinn erhalten ich hing in kindlicher Arglosigkeit an dem Mädchen und wenn sie ausgeschickt ward begleitete ich sie immer so war es gar nicht auffallend daß sie mich mit fortführ es war verabredet daß keiner der fremden Männer öffentlich mit dem Mädchen reden sollte um allen Verdacht zu vermeiden aber wenn sie von unserer Insel genug erhandelt haben würden und absegeln wollten dann sollte einer in unseren Palast kommen und ihr einen Wink geben daß es nun Zeit sei wirklich kam auch einmal der Phöniker zu uns mit einem goldenen Hals geschmeide daß er den Frauen des Hauses zum Verkauf anbot ich stand einfältig dabei und sah den fremden Mann an und als meine Mutter und viele andere Weiber auch die Mägde im Hause sich neugierig drängten das Halsband genau zu besehen da bemerkte ich daß der Mann dem Mädchen allerlei Zeichen machte die sie mit Nicken erwiderte endlich kaufte meine Mutter den Schmuck und der Phöniker ging weg gleich darauf nahm ich das Mädchen bei der hierauf ging sie mit mir zum Hause hinaus und nach dem Hafen zu ich trabte lustig mit und ahnete nichts Böses die Schiffer hoben mich ins Schiff und ruderten eiligst fort ich schrie oft aber das Mädchen redete mir zu und die Männer drohten am siebenten Tage starb das Mädchen plötzlich auf dem Schiffe und die Männer warfen sie ins Meer bald darauf kamen sie hier in Ithaka vorbei und blickten dort in der Bucht an ihr erstes war mich auszubieten und alsbald kaufte mich auch Laertes der damals hier König war und übergab mich seiner Gattin zur Erziehung so ist denn aus dem Königs Sohne ein Schweinherd geworden Armer Mann sagte Odysseus du hast mir durch deine Erzählung das Herz im Busen bewegt aber dennoch bist du glücklicher als ich da du einen liebreichen Herrn gefunden hast der dir reichlichen Unterhalt und ein ruhiges Alter gewährt sieh mich an von endloser Not verfolgt und in der ganzen Welt umher geirrt sehe ich noch immer nicht das Ziel vor mir über diesen Gesprächen war die Mitternacht hereingebrochen und die Knechte hatten sich längst schon rings zum Heer zur Ruhe gelegt jetzt wollen wir ein wenig schlummern sagte der Sauhirt wir hätten es schon früher gekonnt aber die verplauderten Stunden geräuen mich nicht denn auch das ist süß sein Herz ausschütten zu können und du bist mir ein lieber verständiger Gast mit dem ich gern frei und offen rede zum schlafen ist ja immer noch Zeit und zu viel Schlaf ist ohnehin schädlich in derselben Nacht hatte sich das Schiff das den Telemachos trug der Insel Ithaka glücklich genährt ohne von den Spähern bemerkt zu werden und mit dem ersten Strahle der Morgenröte landete es an der nördlichen Küste Telemachos stieg mit seinen Gefährten aus und opferte der gute Jüngling wußte nicht wie nahe er seinem geliebten Vater war er legte sich die glänzenden Sohlen an und nahm die schwere Lanze in die Hand im Begriff sich von seinen Genossen zu trennen den er nach der Gast um ihnen den Reisedank ein stattliches Mahl von Fleisch und Wein zu entrichten Eine Sorge nur hatte Telemachos noch In Pylos hatte sich zu der Reise Gesellschaft ein Seher aus Argos Teoklymenos gesellt und um ein Plätzchen im Schiffe gebieten Man hatte ihn gern bis Ithaka mitgenommen Allein er wollte weiter und Telemachos fürchtete so viel von den Freiern dass er es kaum wagte einen Gast in sein Haus mit zu bringen Es ward also beratschlagt wo man den Fremden beherbergen wolle und Telemachos schlug gerade seinen ärgsten Feind den Eurymachos den übermütigsten Freier seiner Mutter vor weil dieser der angesehenste Mann auf der Insel sei und ihn am anständigsten bewirten und weitersenden könne Er ist jetzt fuhr er fort da mein Vater fern ist meine Mutter heiraten damit er mit meines Hauses Gütern auch die Königs Würde und den Vorsitz in der Volksversammlung überkomme der auf unserem Hause ruht nur Zeus mag wissen ob er seinen Zweck erreichen wird oder nicht indem er dies sagte siehe da flog ihnen zur Rechten ein Habicht auf der eine Taube in den Klauen hielt und sie im Fluge so zerriss dass die niederfielen da zog Theoklymenos der kundige Seher den Jüngling rasch beiseite und sprach heimlich zu ihm Freund was du jetzt gesagt hast wird nimmer erfüllt werden dieses Götterzeichen sagt mir daß die Herrschaft über die Fürsten von Ithaka ewig bei deinem Hause bleiben wird Telemachos freute sich herzlich der Weissagung und nahm von dem Fremden Abschied den einer der Gefährten sogleich in Eurymachos Wohnung begleitete er selber ging in des Sauhirten Hütte wie ihm Athene befohlen hatte Ende von Abschnitt 11 Abschnitt 12 von Odysseus von Karl Friedrich Becker Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Zwölfter Abend Wiederfinden Als Telemachos das Gehöft des Oberhirten erreichte stand die Sonne bereits hoch am Himmel Die Hirten hatten sich mit ihren Herden schon in Feld und Wald zerstreut und der biedere Eumäos lagerte mit dem Odysseus um die lodernde Flamme an welcher sie sich eben ein Stück Fleisch zum Imbiss gebraten hatten das sie nun in behaglicher Ruhe verzehrten Da hörten sie Tritte vor der Tür Horch sagte Odysseus ich höre Tritte und doch bellen die Hunde nicht gewiß besucht ich einer der anderen Hirten oder sonst ein Bekannte Kaum war das Wort gesprochen so stand der schlanke Telemachos an der Schwelle und alle Hunde sprangen schmeichelnd an ihm in die Höhe und umschnoberten ihn freudig dem überraschten Sauhirten fiel vor Freuden das Geschirr aus der Hand in welchem er eben den Wein mischen wollte und hastig eilte er hinaus dem kommenden Herrn entgegen er schlang seine Arme um ihn wie ein Vater um den lange entbehrten Sohn küßte ihm Wangen und Augen Mund und Hände benetzte ihn mit Tränen küßte ihn wieder und sah ihn froh verwundert an als sähe er einen vom Tode Erstandenen spät erst kam er zu Worte und mit dem Tone des zärtlichsten Vaters rief er aus kommst du Telemachos bist du da du Trautester ach ich fürchtete schon dich nimmer wieder zu sehen da ich hörte du wärst nach Pylos geschifft aber tritt doch herein geliebter Sohn daß mein Herz sich deines Anblicks in Ruhe erfreue du bist mir ohnehin ein seltener Gast denn du kümmerst dich gar nicht um uns arme Hirten in der Stadt gefällt es dir besser das Leben unter den Freiern in Saus und Braus macht dir wohl mehr Freude wie du nur so reden kannst Alter versetzte der verständige Jüngling aber laß das jetzt ich komme vor allen Dingen dich zu fragen ob noch zu hause alles beim Alten ist oder ob meine Mutter unter dessen einem der Freier Gehör gegeben hat und mein noch sitzt sie und verweint ihre Tage und Nächte in deinem Palaste du wirst sie wiederfinden wie du sie verlassen hast jetzt erst traten die beiden in die Hütte der Sauherd nahm dem Königssohne die Lanze ab und stellte sie in einen Winkel der unbekannte Bettler dem das Herz beim Anblick des schönen Sohnes mit freudigen Schlägen klopfte unterdrückte seine tiefe Bewegung mit der Eherbietung eines Armen stand er von dem Lager auf um seinen Platz dem Fremden einzuräumen aber der bescheidene Telemachos hielt ihn zurück und sprach bleib sitzen Fremdling ich finde wohl sonst noch ein Plätzchen Oemäos wird mich schon unterbringen Odysseus setzte sich wieder und der Sauherd machte sogleich einen neuen Sitz von Reisig und Schaffällen zurecht welchen Telemachos einnahm dann holte er die Überreste der vorigen Mahlzeit herbei und reichte dem Letztern zu essen mischte auch Wein für seine Gäste und bot freigebig dar was er hatte nachdem das Mahl beendigt war fragte der Jüngling den Sauherden was er da für einen Gast bekommen habe und wie derselbe hier angelangt sei er sagt er stamme aus Kreta Heisen gemacht und auf denselben viel Ungemach erduldet Thesprotische Männer haben ihn zu Schiff hierher gebracht und nun harret er auf weitere Entsendung ich gebe ihn dir anheim zumal ich ihn längst auf deine Freundlichkeit vertröstet habe wehe mir entgegnete seufzend Telemachos woran erinnerst du mich weißt du doch selbst wie mir es geht wie kann ich jetzt einen Fremden in meinem Hause beherbergen siehe ich selber bin noch jung und mein Arm ist noch nicht stark genug um den Gast vor den Frieflern zu schützen auch der Mutterherz schwankt in bangen Zweifeln ob sie im Hause bleiben oder ob sie einem mächtigen Freier ihre Hand bieten soll gern täte ich wahrlich an dem guten Manne was das Herz gebietet aber ich weiß nur ein Mittel behalte du ihn missfällt ich will unterdessen Speise und Trank für ihn täglich heraussenden damit er dir nicht zur Last werde auch ein Mantel und Rock und ein Schwert will ich ihm schenken und dann ihn entsenden wohin er begehrt pflege du ihn indessen wie du nur kannst er selber denke ich wird mir es nicht verargen daß ich ihn nicht in den frechen Schwarm der Freier einführe denn ihn und mich würde es kränken wenn er dort verhöhnt und beschimpft würde jetzt nahm Odysseus das Wort und sagte so demütig wie es seiner Bittlertracht geziemte lieber wenn mir's vergönnt ist auch ein Wort mitzureden glaube mir was ich da höre von der verruchten Wirtschaft in deinem Hause verwundet mein innerstes Herz und ich kann gar nicht begreifen wie solch ein Frevel möglich ist sage mir leidest du das willig oder ist dir das Volk etwa nicht gewogen oder hast du habgierige Brüder die dich verderben wollen wahrlich wäre ich Odysseus Sohn er sollte mir ein Fremder das Haupt vom Rumpfe schlagen als ich solchen Gewalttätigkeiten ruhig zusehe ja viele ich auch in dem ungleichen Kampfe besser tot als lebend solche Schmach erdulden immer fort mit anzuschauen wie man Fremdlinge kränkt und verstößt die Mägde des Hauses nichtswürdig missbraucht und allen Reichtum des Hauses verprasst das ist abscheulich abscheulich lieber antwortete Telemachus du sprichst wie ein Fremder nein weder verabscheut noch verfolgt mich das Volk ich habe auch keine bösen Brüder denn immer hat sich unser Stamm nur in einzelnen Söhnen fortgepflanzt Archaisios mein Urgroßvater zeugte den einzigen Laertes Laertes den einzigen Odysseus und auch ich bin meines Vaters einziger Sohn aber in meinem Hause prassen ja alle Fürsten so viele hier in Ithaka sind und so viele die benachbarten Inseln Dulikion Same und Zakynthos bewohnen über hundert an der Zahl Was vermag ich Einzelner gegen eine solche Schar Aber höre Vater Eumeos jetzt mußt du mir einen Gefallen tun Mache dich auf nach der Stadt und sage meiner Mutter heimlich daß ich gesund aus Pylos zurückgekommen bin Doch hüte dich daß keiner der Freier es hört Ich bleibe indessen hier bis du wieder zurückkehrst Wohl sprach der Sauherd und stand auf Wie wärs wenn ich auch dem alten Laertes die Botschaft brächte Der arme Mann soll nichts genossen haben voll Gram seitdem er weiß daß du weg bist Er würde sich gewiß sehr freuen Recht gut versetzte Telemachus aber du darfst mir nicht zu lange aus bleiben Der Großvater wohnt doch weit ab von der Stadt Die Mutter mag eine alte Dienerin mit der Botschaft zu ihm hinaus senden Hörst den Stab in die Hand und ging Noch sah ihm Odysseus nach als ihm durch die halb geöffnete Pforte die Gestalt eines schönen schlanken Mädchens erschien die ihm herauszukommen winkte Die Hunde krochen schweigend in die Winkel denn sie sehen Geister und erkennen den nahenden Gott auch wenn er dem menschlichen Auge verborgen bleibt Telemachus gewahrte die Erscheinung gar nicht Odysseus aber ahnte sogleich die Nähe seiner göttlichen Freundin und ging unter einem Vorwande zur Tür hinaus Hastig ergriff ihn Athene und sprach Edler Odysseus jetzt ist es Zeit jetzt entdecke dich deinem Sohne und beratschlage mit ihm wie ihr den Freiern in der Stadt ein Ende bereiten wollet Ich selber werde mich euch nicht lange entziehen denn auch mich drängt die Begierde nach dem Rachekampfe Indem sie dies sprach berührte sie ihn mit ihrem goldenen Stabe und augenblicklich verwandelte sich der Bettlerkittel in einen schönen purpurwolligen Mantel das verschrumpfte Gesicht in ein männlich blühendes Antlitz und der haarlose Scheitel bedeckte sich mit glänzenden dunkelbraunen Locken Mit königlicher Würde trat er in die Hütte der kurz zuvor in Lumpen hinaus gegangen war Telemachus staunte und sah ihn zweifelhaft ja bange an er glaubte ihn versuche ein Gott fremdling redet er ihn mit ungewisser Stimme an wie erscheinst du mir jetzt so anders in Kleidung und Gestalt ha ich ahne es mir naht ein Gott o schone unser heiliges Wesen und sei uns gnädig gern wollen wir dir Geschenke und Opfer bringen Sohn rief Odysseus mit funkelnden Augen und schloß ihn freudig in die Arme nein ich bin kein Gott wie wäre ich und sterblichen ähnlich dein Vater bin ich um den du so lange trauerst um den du so viele Schmach von den trotzigen Männern ertragen hast ich bin Odysseus jetzt rannen die lange verhaltenen Tränen und mischten sich mit unaufhörlichen Küssen ja in diesem Augenblicke dünkte sich Odysseus ein Gott denn des Wiedersehens himmlische Freude des Wiedersehens Freude in dem lange ersehnten Vaterlande durchschauerte alle seine Glieder vergessen war in diesem Augenblicke der Umarmung aller Kummer der vergangenen Jahre alle Not der Irrsale und Schiffbrüche aller Schmerz der oft getäuschten Hoffnung verschwunden war auch die Besorgnis vor den noch zu bestehenden Wagnissen erhielt den lieben Sohn in den Armen den er einst als einen Säugling in den Windeln verlassen hatte und der jetzt in stummem Erstaunen vor ihm stand und immer noch nicht glauben konnte daß der verwandelte Bettler etwas anderes als ein Gott daß er gar sein Vater sei Zweifle fuhr Odysseus fort nicht ich selber bewirkte das Wunder sondern Athene die mit mir ist Götter vermögen ja alles sie wissen nach ihrem Gefallen einen sterblichen Mann zu verherrlichen und zu entstellen ja ja ich bin's bin der zwanzig Jahre entfernte weit umher getriebene Odysseus und du bist mein teurer mein geliebter Sohn und das ist meine Freude ja Kind das ist meine höchste Freude daß ich dich hier in meinen Armen halte er konnte vor schluchzen nicht weitersprechen und sie weinten lange und herzlich brust an brust und arm in arm verschlungen vater und sohn zuweilen sahen sie sich schweigend an und weinten dann wieder und redeten nichts aber in ihren stummen tränen floss gleichsam ihre ganze Liebe hin Endlich begannen die zärtlichen Fragen deren manche der Vater auf müßigere Tage verweisen mußte vor allem war die Hauptsache zu besprechen die freier müssen ermordet werden wir beide und athene und zeus denke ich werden hinreichend sein sagte odysseus du gehe nur morgen früh nach der stadt und geselle dich sorglos unter die freie bald werde ich mit dem sauhirten nachkommen und als bettler in ihre versammlung treten mögen sie dann mich verhöhnen mit Worten oder mit taten laß du es immerhin geschehen und ich werde alles standhaft ertragen damit die rache sie zur rechten zeit desto sicherer treffe eines noch bereite mir vor die waffen welche ringsum an den wänden des saales hängen nimm alle weg und verbirg sie in einer oberen kammer nur zwei schwerter zwei wurfspieße und zwei stierlederne schilde halte für uns beide bereit doch so dass kein anderer sie sieht fragen sie nun am folgenden tage wo die waffen geblieben sind so sage nur ich habe sie weggetragen weil es mir längst zu wieder gewesen ist sie hier in dem beständigen rauche erblinden zu sehen fußnote die alten hatten noch keine rauchfänge mithin mußte sich der rauch des herdes seinen weg durch die offenen türen und fenster suchen und erfüllte also auf eine unangenehme art den ganzen saal außer dem gemauerten herde hatte man noch tragbare feuerfässer auf welchen man zur erleuchtung kienhölzer brannte ende fußnote schon haben sie allen glanz verloren und sollen doch so schön gewesen sein als mein vater sie aufgehängt hat aber auch um euret willen habe ich sie weggenommen da ihr so unbändigen mutes seid und beim weine oft hart aneinander geratet sind euch nun waffen so nahe das sprichwort sagt eisen ziert den mann an welch unheil könnte in meinem hause unter freunden geschehen und das mögen die ewigen götter verhüten so sprich mein sohn wenn sie fragen und nun gib mir dein mannes wort darauf daß du treu das geheimnis bewahren willst niemand darf es erfahren daß ich hier bin selbst Laertes und Penelope nicht auch nicht der sau herd unter der fremden hülle will ich das ganze haus erst durch spähen um zu wissen wer mir treu blieb und wer mir untreu ward und dir deine ehre entzieht telemachos gelobte tiefes stillschweigen und prägte sich des vaters worte fest ins herz unterdessen war das schiff das ihn geführt hatte um die insel herum gesegelt und lief in den hafen nahe bei der stadt ein die jünglinge zogen es ans land der treueste derselben nahm Telemachos Ehrengeschenke an sich und ein anderer lief als Bote in den Palast um der Königin die Ankunft des Sohnes zu verkündigen aber unvorsichtig rief er ihr die Nachricht laut vor allen Freiern zu die nun des Jünglings Rettung und seinen jetzigen Aufenthalt erfuhren und aufs Neue seinen Untergang beschlossen bald nachher traf auch der ehrliche Eumäos ein der besorgten Mutter die heimliche Botschaft zu verkündigen aber er kam zu spät und als zurück Die Freier knirschten vor Unmut als sie ihren mörderischen Plan misslungen sahen Einer winkte dem Andern und so gingen sie sämtlich zum Saale hinaus und setzten sich auf die Bänke vor dem Tor Wege einen neuen Rat zu ersinnen den die Diener im Hause nicht hören sollten Zuerst sprachen sie Laßt uns nur ein Boot aussenden zu unseren Freunden dort im Sunde daß sie nicht länger vergeblich harren sondern zurückkehren Während sie noch so sprachen ruderte schon das Späerschiff mit niedergelassenem Maste langsam heran Da lachte Amphino Mos der es zuerst erblickte laut auf und rief Spart euch die Mühe da kommen sie schon an Sie müssen es wohl selber gemerkt haben daß ihnen der Vogel entwischt ist Darauf gingen sie alle dem Schiffe entgegen und zogen es auf den Strand Es starrte von Lanzen und anderen Waffen die sie mitgenommen hatten um den einzigen Jüngling zu töten Diese wurden nun ausgepackt und ein jeder nahm die seinigen zu sich So dann gingen sie auf den Versammlungsplatz und trieben jeden der ihnen etwa aus Neugier folgte mit Gewalt aus ihrer Nähe fort Als sie auf den umhergestellten Steinen Platz genommen hatten nahm der rohe Antinoos der das Schiff angeführt hatte das Wort Freunde sprach er wunderbar haben die Götter diesen Telemachos beschützt denn wir haben es wahrlich an Wachsamkeit nicht fehlen lassen Am Tage stellten wir Kundschafter aus rings auf den Spitzen der Berge von denen man die weiteste Aussicht ins Meer hat und bei Nacht kreuzten wir mit dem Schiffe immer an der Küste herum dennoch haben wir ihn verfehlt aber ihn hat sicher einer der Götter nach Hause geführt nun wohl an wir wissen ja wo er jetzt ist lasst uns hier auf dem Lande wenn er allein nach Hause zurückkehrt ihm den Tod bereiten denn sterben muß er ehe das Volk unseren ersten verunglückten Anschlag auf ihn erfährt wahrlich er ist ein kühner trotziger Bube geworden und was gilt's er ruft sobald er hier ist das gesamte Volk auf dem Marktplatz zusammen und erzählt öffentlich was wir gegen ihn unternommen haben und dann wehe uns wenn uns der Hass des Volkes ereilt dem sind wir doch wahrlich nicht gewachsen tot und verderben würden sie uns bereiten denn sie lieben telemachos und sehen unser treiben hier im fremden hause längst mit stillem zorne an also fort mit ihm ehe er die schwelle betritt dann teilen wir gleichmäßig seine besitzungen unter uns und bloß die wohnung lassen wir seiner mutter oder dem den sie zur ehe nimmt missfällt aber mein Rat der versammlung und wünschet ihr daß dem telemachos leben und gut erhalten werde so rate ich daß wir nicht länger in solcher masse seine schätze verprassen sondern jeder für sich mit den üblichen brautgeschenken um die hand der penelope werbe da trat während die andern noch stumm blieben am phinomos auf ein edler fürstensohn aus dulichion der beste und verständigste unter den freiern der auch der bescheiden und liebenswürdig war und von edler gesinnung wie keiner der übrigen hört freunde sprach er mir graut vor dem gedanken den ihr da jetzt im herzen hegt es ist doch eine ungeheure und grässliche tat ein königs geschlecht zu vernichten daher dächt ich wir unternehmen das nicht ohne der götter rat lasst uns den willen des Olympias Zeus erforschen billig dieser die tat so mag sie geschehen und ich wage sie selber verwehrt er sie so laßt den frevelhaften anschlag ruhen dieser beschluss schien allen der beste sie standen daher auf und gingen zum palaste des Odysseus zurück einer ihrer herolde aber der im herzen sie alle hasste und der edlen Penelope treu war schlich heimlich zu ihr hinauf und verriet ihr die Pläne ehrliche mensch nur gezwungen diente er den frieflern die königin zitterte als sie die schreckliche nachricht vernahm und alsbald verhüllte sie ihr gesicht in den langen schleier und ging mutig und mit edlem zorne nach dem saale wo die argen gesellen zechten gleich an den antino aus wandte sie ihre rede und sprach mit heftigkeit trotziger unheilstifter du wenn die Leute Ithaka so geschieht dir wahrlich zu viel Ehre rasender stehe mir zur rede warum suchst du des unschuldigen telemachos tod und verderben fluch dir der du die stimme der leidenden verachten kannst die doch zeus selber hört schändlich ist's anderer verderben zu suchen o dächtest du doch zurück wie einst dein eigener vater um schutz bettelnd in unser Haus floh das volk rings umher war erbittert auf ihn mit gewalt wollten sie ihn töten und ihm das herz aus dem leib reißen denn er hatte oft im verräterischen bunde mit taphischen seeräubern ihre habe geplündert und da als er sich nicht zu retten wußte nahm ihn Odysseus auf besänftigte das volk und sorgte dass er hier ruhig wohnen konnte und dieses eures retters haus entehrst du undankbarer nun buhlst um seine gattin ermordest ihm den einzigen sohn ungeheuer laß ab und ermahne auch die anderen dazu der bösewicht war bestürzt und beschämt und antwortete nichts aber ein anderer freier Eurömer Hoss nahm für ihn das Wort und suchte ihr die Furcht auszureden indem er versicherte es sei von solchen Plänen nie die Rede gewesen ja er beteuerte daß er selbst jeden der so etwas zu unternehmen wagen sollte mit seiner Lanze durchbohren würde denn der verstorbene Odysseus habe ihn oft als Kind auf den Knien geschaukelt und ihn mit Braten und Wein erfreut und seitdem sei seine Achtung für dies Haus unerschütterlich der Nichtswürdige gerade er sann auf die ärgsten Ränke Auch war Penelope durch seine gleisnerischen Reden nicht beruhigt sondern sie ging traurig hinauf und weinte lange auf ihrem einsamen Lager bis der Schlaf sie umfing und ein süßes Vergessen über das schmerz gebeugte Haupt goss Am Abend langte der Sauhirt auch wieder in der Hütte bei seinen Gästen an Athene hatte unterdessen zu rechter Zeit des Königs Gestalt wieder mit der hervorigen Bettlerhülle bekleidet und der gute Eumäos ahnte nicht welche Erkennungsszenen während seiner Abwesenheit in der Hütte vorgefallen waren er sorgte geschwind für ein einjähriges Schwein zur Abendmahlzeit mit gewohnter Dienstfertigkeit bemüht seine Gäste rasch und gut zu bewirten aber da er aus der Stadt nicht viel Neues zu erzählen wußte so stockte das Gespräch bald und Wirt und Gäste begaben sich Ende von Abschnitt Zwölf Abschnitt Dreizehn von Odysseus von Karl Friedrich Becker Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Dreizehnter Abend Odysseus als Bettler in seinem Palaste Mit der ersten Morgendämmerung schon verließ Telemachus das Lager band sich die Sohlen unter die Füße und ergriff die Lanze Nun gehabt ich Wohl Vater sprach er zum Eumeos ich will jetzt in die Stadt gehen denn er hört die Mutter doch nicht auf sich um mich zu hermen als bis sie mich selbst gesehen hat du aber führe deinen Gast auch in mein Haus er mag da sein heil mit betteln versuchen die Hilfe wird ihm nicht fehlen ich selbst kann mir unmöglich aller Menschen Kummer aufbürden da mich der meine schon schwer genug drückt wohl sprach Odysseus ich wünsche auch nicht länger hier zu bleiben in der Stadt wo der begüterten viele sind findet ein Bettler ja eher seinen Unterhalt als auf dem Lande zu schwerer Handarbeit bin ich zu alt sonst nährte ich mich anders doch bitte ich dich Eumäos jetzt noch ein wenig zu warten denn noch weht die Morgenluft kalt und mein Kittel ist dünn und die Stadt soll weit weg liegen es wird mir wohl tun mich zuvor hier am Feuer zu erwärmen jetzt ging Telemachus raschen Schrittes davon er kam noch früher in die Stadt als die Freier sich in seinem Hause eingefunden hatten stellte nach der Sitte die Lanze außerhalb der Tür an eine Säule und trat in den Saal hier hatte soeben die alte Pflegerin Eury Kleier gescheuert und aufgeräumt und war jetzt dabei die Sessel wieder mit den ausgestäubten Decken zu belegen alles liegen und eilte weinend auf ihn zu selbst die andern Mägde des Hauses hießen ihn fröhlich willkommen und küßten ihm unbefangen und herzlich Gesicht und Schultern auch Penelope kam aus ihrem Gemache und umarmte unter Tränen den geliebten Sohn und hielt ihn lange fest umschlungen indem sie ihn bat zu erzählen was er auf seiner Reise erfahren habe Mutter sprach er errege mir jetzt nicht neuen Gram im Herzen da ich kaum dem Verderben entflohen bin gehe vielmehr mit deinen Mägden hinunter und bade dich und lege dir reine Gewänder an hernach gehe wieder auf dein Zimmer und gelobe den Göttern Dank Opfer wofern sie unsere Schmach im Hause rächen ich gehe jetzt auf den Markt um einen Fremdling zu mir zu laden der sich auf der Reise zu mir gesellt hat und der inzwischen von Piraeus beherbergt ist die Mutter unterließ nicht dem Rate des Sohnes zu folgen und die Opfer zu geloben Telemachos aber fand die Freier bereits auf dem Markte in voller Versammlung sie grüßten ihn freundlich und hatten doch Arges im Herzen er kehrte sich nicht an sie sondern setzte sich zu den wenigen Kreisen die treue Freunde seines Vaters geblieben waren und beantwortete ihnen ihre neugierigen Fragen als er aber des Seers Theo Klümenos gewahr ward stand er auf ging ihm entgegen und führte ihn in sein Haus ehe noch der wilde Schwarm die Ruhe störte und die Plätze besetzte Mägde und Schaffnerinnen beeiferten sich ihnen Waschwasser zu reichen Tische vorzusetzen und Speisen aufzutragen während sie aßen kam Penelope mit ihren Frauen herunter die ihr die Spindel nachtrugen und setzte sich zu ihnen begierig das nähere über die Reise zu erfahren Indem sie spann erzählte ihr Telemachus alles was Nestor und Menelaus gesagt hatten allein dessen war eben nicht viel Das Geheimnis von der Ankunft des Vaters durfte er nicht verraten Mit Hin ward durch alle seine Erzählungen Penelopes Sehnsucht wenig gestillt Bis sie zuletzt durch ein Wort des fremden Seers getröstet wurde der ihr nach untrücklichen Zeichen die nahe Heimkehr des treuen Gemahls als ganz sicher und unausbleiblich verkündigte Mitten in ihrer Freude über die tröstende Weißagung ward die edle Königin durch das Getöse der Freier gestört die sich draußen vor dem Palaste mit Scheibenwerfen ergötzt hatten und nun in den Saal stürmten um nach ihrer Gewohnheit zu zechen und zu schmausen sie ging sogleich schlachteten indessen im Hofe die Rinder Ziegen Schafe und Schweine die für heute von den Hirten geliefert worden waren und bereiteten den Freiern leckere Braten Odysseus hatte sich noch bis Mittag in der Hütte des Sauhirten aufgehalten ehe beide den Weg antraten der Weg war weit man brauchte mehrere Stunden unfern der Stadt führte der verschlungene Bergpfad an einem Brunnen vorüber aus dem die Jungfrauen Wasser zu holen pflegten einer der früheren Könige hatte ihn gebaut und mit einer Mauer umfaßt rings umschirmten ihn hohe Pappeln und an einer Seite begrenzte ihn eine hohe Felsenwand aus welcher stets klares Wasser hervorquoll auch ein Altar war auf der Höhe errichtet auf dem die vorüber ziehenden Wanderer den Nymphen des Quells zu Opfern pflegten Bei diesem Brunnen stieß der Ziegenhirt Melantios der von einer anderen Seite herkommend Ziegen für die Freie nach der Stadt trieb auf die beiden Wanderer Er war der entartete Sohn des treuen Dieners Dolios ein grober unverschämter Mensch seinem Herrn untreu den trotzigen Gästen für jede unbill freudig zur Hand und ein Erbfeind des Sauhirten wie aller ehrlichen Leute Kaum diesen und dessen zerlumpten Begleiter so rief er höhnisch mit schnarrender widriger Stimme Nun da ist's wohl mit Recht Ein Lumpenhund führt den anderen Wie doch Gott beständig Gleiche zu Gleichen gesellt Wo willst du denn mit dem Hunger leider hin du nichts würdiger Schweinhirt Soll er da in seiner scheußlichen Tracht den Gästen zum Ekel an der Tür stehen und sich tagelang kann mir die Stelle ausmisten und den Zicklein Laub unterstreuen Dafür soll er molken saufen so viel er haben will Vielleicht kriegt er davon noch Fleisch auf die Lenden Doch so ein Herumstreicher hat selten Geschick und Lust zur Arbeit Er wird nicht wollen weil er an ein träges Leben gewöhnt ist und Bettelbrot ihm keine Anstrengung kostet Aber wahrhaftig ich sage dir bring uns den flert Er begleitete das pöbelhafte Wort mit einer noch pöbelhafteren Tat denn er gab aus bloßem Mutwillen dem Odysseus einen derben Fußtritt in die Hüfte Der verkappte Bettler besann sich einen Augenblick ob er den Schurken mit einem Streich zu Boden schmettere denn das wäre seiner Stärke ein leichtes gewesen oder ob er sich schwach und furchtsam stellen solle Er Eumäus schallt zwar den Ziegenhirten über sein unverschämtes Betragen erhielt aber dafür nur Grobheiten und neue Beleidigungen zurück Um dem Ungezogenen auszuweichen ließen die beiden Freunde ihn nun mit seinen Ziegen vorangehen und blieben geflissentlich zurück Als er in den Palast kam nahm er geradezu seinen Platz mitten unter den Freiern und zwar dem Eurymachos gegenüber der sein guter Gönner war und ihn oft zur Ausführung boshafter Streiche gebrauchte Ihm ward Fleisch und Wein gereicht wie allen anderen und er blähte sich in seinem Übermute als ob er ihres gleichen wäre Etwas später nahten auch Odysseus und der Sauhert dem königlichen Hof Schon von außen drang der Duft der gebratenen Schweine und Rinder entgegen und das liebliche Seitenspiel begleitet Ha man erkennt's rief der Bettler mit einer wunderbaren Empfindung im Herzen man erkennt's daß dies die prächtige Wohnung des Odysseus sein muß innen Jubel und festliches Gelage und außen die Zinnen die unbezwingliche Mauer und die weit sich streckenden Gebäude in denen Zimmer an Zimmer sich reiht vorn das Schloßtor mit zwei Flügeln wahrlich ein König muss her hausen erst recht erwiderte der Sauhirt dies ist der König Sitz nun sage mir willst du zuerst hineingehen oder soll ich es tun aber zögere nicht zu lange hier draußen möchte dich wieder jemand schlagen oder werfen gehe nur voran sprach der Bettler bald komme ich nach indem er das sagte traten sie in den Vorhof siehe da lag in einem Winkel auf dem Kehricht ein alter Hund mager und von Ungeziefer den hatte Odysseus das Jahr vor seiner Abreise groß gezogen und ihn zur Jagd abgerichtet oft hatte er mit ihm da er klein war gespielt aber seit Odysseus entfernt war hatte sich niemand seiner angenommen und nun war er so kraftlos daß er nicht mehr kriechen konnte doch erkannte er noch am Geruche den alten lieben Herrn so verändert der auch war mühsam richtete er sich auf und wedelte mit dem schwanze als er aber heranspringen wollte sank er matt in die knie Odysseus erinnerte sich sehr wohl des treuen Tieres er kehrte sich ab und wischte heimlich eine Träne vom Auge dann wendete er sich scheinbar gleichgültig zu Eumäos und sprach sieh doch Eumäos da liegt ein schöner Hund auf dem Kehricht und kann nicht aufstehen was fehlt dem Tiere ist es krank du lieber himmel antwortete der sauhird auch der sogar vermisst den lieben Herrn um den wir alle trauern den hättest du sehen sollen vor zwanzig Jahren ehe Odysseus fortzog da war er der Liebling des Herrn er selber hat ihn zur Jagd abgerichtet und da war wohl kein Wild so schnell daß dieser Hund nicht einholte der sich trefflich auf die Fährten verstand aber seitdem bekümmert sich niemand um ihn er muß sich kerklich im hofe sein elendes futter suchen und das ungeziefert zehrt ihn auf du weißt wohl wie die Diener sind wenn kein gestrenger Hausherr da ist der sie zu ihrer schuldigkeit anhält da werden sie saumselig und mögen nicht gern von der Arbeit etwas wissen mit diesen Worten ging der Sauherd in das Haus wo ihn Telemachos freundlich willkommen hieß er setzte sich zu diesem und ihm ward von den Dienern Fleisch und Brot vorgelegt Odysseus blieb noch eine Weile im Hofe und sah wie der treue Hund nach fruchtlosem Streben sich ihm nachdem er noch zum letzten Male den Duft seines lieben Herren eingesogen hatte Jetzt schlich auch er in das Haus und setzte sich still innerhalb des Saales auf die Schwelle nieder Anfangs betrachteten die Schmausenden ihn nicht nur Telemachos der ihn sogleich bemerkte ließ ihm durch den Sauherden Fleisch und Brot reichen Er tat beides auf seinen schlechten Ranzen der auf der Erde lag und aß davon während der Sänger den Freiern liebliche Lieder zur Formings sang Als der Sänger verstummte stand Odysseus auf und bettelte bei den Freiern einzeln herum damit er sähe welche von ihnen billig dachten und welche hartherzig und grausam wären Jeder steckte ihm aus Mitleid etwas Fleisch in seinen Ranzen und er bedankte sich viel nach Bettlerweise Jetzt fingen sie unter sich zu sei und woher er kommen möge Der Sauherd hat ihn her geschleppt rief der Ziegenhirt Wer er übrigens ist kann ich nicht sagen Höre Sauherd fing darauf der trotzige Antinoos an Du könntest etwas besseres tun als solch Gelichter ins Haus bringen Haben wir nicht schon Landstreicher in Masse hier die uns mit Betteln beschwerlich fallen Ha und ich meinte doch es zehrten bereits Männer genug von den Gütern des abwesenden Herrn daß man keine Bettler herbeizurufen brauchte Hm antwortete der Sauherd So vornehm du bist so schlecht ist deine Rede Wer ruft doch wohl Herumziehende in ein Haus wenn sie nicht von selber kommen es müßten denn Künstler Seher Ärzte oder Baumeister und göttliche Sänger sein Solche Bedürftige wie diesen ladet wohl niemand ein aber du bist ja von jeher hart gegen Odysseus Gesinde und am meisten gegen mich gewesen jedoch kann ich das leicht verschmerzen solange Penelope und Telemachos leben und meine einzigen Gebieter sind O still doch Eumäos fiel Telemachos ein du weißt ja Antinoos kann nun einmal nichts sprechen das nicht grob und beleidigend wäre Ist das übrigens Antinoos dein einziges Bedenken daß die Gabe die du den Armen reichst von meinem Vorrat genommen wird so scheue dich nicht ihm zu geben weder meine Mutter noch ich sehen dazu schiel aber das ist ja doch deine wahre Gesinnung nicht du willst nur lieber alles allein verzehren als anderen davon etwas schenken ha du trotziger schmähsüchtiger Jüngling versetzte Antinoos wenn ihm jeder der Freier so viel zuwendete als ich so würde er er begleitete diese Worte mit einem griffe nach seinem fußschemel unter dem tisch und wollte ihn eben dem bettler an den kopf werfen als zum glück ein nachbar ihm in den arm fiel auch odysseus wollte jetzt den unbändigen mann noch weiter versuchen er trat selbst vor ihn hin und flehte ihn um eine Gabe an ja er suchte sein Herz zu rühren durch eine Erzählung seiner Wanderungen und Unfälle wobei denn versteht sich Kreta und Ägypten und diesmal auch die Insel Zypern Kypros oft genug vorkamen aber bei ihm verfehlte er seinen Zweck gänzlich hat man je einen frecheren und verschämteren bettler gesehen rief er zäunig mach daß du fortkommst oder ich werde dir Ägypten und Zypern zeigen verlangt der Gesell man soll ihn von fremden Gute füttern ei sagte odysseus mit würde wahrlich deine gesinnung ist deine gestalt nicht gleich du reichest gewiß von dem deinigen dem dich ansprechenden nicht ein Körnchen salz da du nicht einmal hier wo du an anderer tische schwelgst dich des dürftigen erbarmst unverschämter du sollst gewiß nicht heil aus diesem saale entkommen da du noch schmähungen gegen mich redest rief Antino aus jetzt dem höchsten zorne und warf aus aller kraft dem armen bettler den hölzernen schemel an die schulter odysseus aber trotz des heftigen schwelle zurück und setzte sich den gefüllten ranzen öffnend hört ein wort von mir an ihr freier der weit gepriesenen fürstin sprach er jetzt wenn jemand dem gerechten kampfe für freiheit oder eigentum wunden empfängt das schmerzt nicht sehr aber dass mich jetzt dieser mann da um eines brosamens willen misshandelt hat das tut mir sehr weh wenn es noch rache göttinnen noch ehe er den tag der vermählung sieht noch nicht ruhig erwiderte antinoos ich rate dir schweig und is oder ich zerfleische dich mit den jünglingen hier im saale alle andern aber hörten die harte rede unwillig an und missbilligten laut den wurf mit dem fuß schemel telemachos hielt sich mit mühe zurück und selbst penelope die durch die offene tür alles in ihrem kunden obgleich sie ihn noch nicht gesehen hatte oimeos der treffliche sauhirt ging zu ihr und erzählte ihr von dem manne lobte seinen verstand und seine denkart und machte ihr hoffnung von ihm etwas näheres über ihren gemahl zu erfahren denn der fremde rühme sich einst dessen waffengefährte vor Troja gewesen zu sein und versichere seine Güter nicht fern von hier bei den Tesprothern gesehen zu haben o daß er käme mein edler gemahl rief penelope daß er schon hier wäre um dem elende ein ende zu machen das mein unglückliches haus nun schon so lange drückt ha erscheint er nur erst gewiß er wird mit dem wackeren sohne den freiern die frefe vergelten wie sie's verdienen in dem augenblicke nieste Telemachos unten so laut und deutlich daß man's im oberen gemache vernahm da freute sich die königin und rief hört ihr es wird mir doch endlich noch alles nach wunsch erfüllt eben jetzt hat mein sohn meine worte benieset hier bekräftigt das niesen alle worte der penelope weil es dieselben nicht unterbrach sondern gleich darauf erfolgte den jetzt noch üblichen Wunsch beim Niesen hatten auch Griechen und Römer schon Ende Fußnote aber rufe mir doch lieber Eumaios den fremden Mann herauf fuhr Penelope fort daß ich ihn selbst ausforsche gern will ich ihn zum Danke kleiden mit Mantel und Rock wenn er mich von der quälenden Ungewissheit befreien kann in der ich nun so lange schon seufze Der Sauherd ging in den Saal und verkündete dem Bettler der indessen an den geschenkten Knochen nagte Penelopes Wunsch aber der kluge Mann fand für gut die Erfüllung desselben auf den Abend zu verschieben wenn die lästigen Gäste die alles beachteten sich entfernt haben würden die Königin belegte die weise Vorsicht des Mannes und geduldete sich gern gegen Abend machte sich der Sauherd wieder auf den Weg nach seinen Stellen Telemachos bat ihn morgen wieder zu kommen und er versprach es Odysseus blieb bescheiden auf seiner Schwelle sitzen während seine Gäste deren keiner den Wirt in ihm ahnete sich nach vollendetem Schmause mit Liedern und Tänzen erlustigten deren Anblick ihm weit weniger Freude machte als er sich merken ließ sehnlich wünschte er daß sie könne aber ehe es dahin kam sollte er noch ein seltsames Abenteuer bestehen Ende von Abschnitt 13 Abschnitt 14 von Odysseus von Karl Friedrich Becker Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain 14. Abend Neue Verunglimpfungen Schon seit längerer Zeit pflegte sich abends um die Stunde des Mahles in dem Hause des Odysseus ein Bettler einzufinden Iros mit Namen den die Freier gern beschenkten weil er ihnen oft zum Ziel ihrer Späße diente sich alles gefallen ließ kleine Bestellungen übernahm und andere derartige Dienste verrichtete Er war eine lange hagere Gestalt aber trotz der unersättlichen Gier womit er täglich in dem fremden Hause sich mästete hatte er doch keine Kraft in den Gliedern Jetzt kam er eben herangeschritten und wunderte sich höchlich seinen Platz auf der Schwelle schon besetzt zu finden Er sah den runzeligen kahlköpfigen Greis mit Verachtung und Ärger an und und Vertrauen »Werde dich »Alt«, rief Eros erhitzt, »wie einem Waschweibe geht ihm das Maul. Ha, du Schuft, ich will dir's gedenken. Ich habe große Lust, dir die Kinnbacken einzuschlagen, daß dir die Zähne auf die Erde fallen sollen. Komm her und gürte dich, daß alle Leute es sehen, wie ich dich zerschlagen werde. So ein alter Krüppel will mit einem jüngeren Manne den Kampf wagen. Ha, ha, ha!« Bisher hatten die Freier vor ihrem eigenen Lärm nichts von dem Bettlergezänk gehört, aber jetzt ward Antinoos, der zunächst an der Tür saß, aufmerksam, und als er den höhnenden Herausforderungen der beiden einen Augenblick zugehört hatte, wendete er sich mit schallendem Gelächter zu den anderen Freiern und rief überlaut, »Freunde, ich bitte euch, seht her! Solche einen Spaß haben wir hier noch nicht erlebt. Der Fremde dort und Eros fordern sich auf die Faust. Kommt heran, wir wollen sie noch tüchtig gegeneinander hetzen!« Alle lachten laut auf. »Ha, ha, ha! Ein Bettlergefecht! Das müssen wir sehen! Nur zu, immer frisch!« Sie sprangen alle von ihren Plätzen auf und stellten sich rings um die beiden in einem weiten Kreis. »Hört mich an!« rief Antinoos. »Ich will euch etwas sagen. Hier sind noch Ziegenmagen, mit Blut und Fleisch und Fett gefüllt und auf glühenden Kohlen am Spieße gebraten. Wer von den beiden Boxern siegt, der soll sie haben und künftig hin auch immer hier frei bei uns zechen und zehren. Ja, wir wollen ihm das Vorrecht geben, daß kein anderer Bettler diese Schwelle betreten darf.« »Trefflich! Ja, so soll's sein!« riefen sie alle beistimmend. »Nun schlag zu! Ha, 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 ha!« Da stand Odysseus langsam auf, als wäre er lahm an allen Gliedern. »Liebe Herren!« sprach er mit erkünstelter Schüchternheit. »So ein alter Mann, den das Elend entkräftet hat. Es ist fast hart, daß der sich mit einem Jüngeren messen soll, welcher so groß und wohl genährt ist. Aber weil ihr doch solchen Preis darauf gesetzt habt, lieber Himmel, was würde ich da nicht wagen, da ich so arm und verlassen bin? Meinetwegen, ich tue es. Aber zuvor schwört mir, daß keiner dem Iros beistehen oder mir zum Schaden in den Kampf sich mischen will.« Alle schwuren's, und zugleich trat Telemachos, jubelnd im Herzen, hervor und sprach, »Fürchte nichts, Alter, und wenn du dich sonst getraust, so treibe ihn frisch hinweg. Ich bin hier Wirt, wer dich verletzt, hat's mit mir zu tun und mit Antinoos und Eurymachos, denn beide Helden sind meiner Meinung.« Alle wiederholten die Zusage, und nun machte sich Odysseus fertig. Er gürtete seine Lumpen um die Mitte des Leibes zusammen und erschien nach Kämpfersitte mit nackten Armen und Beinen. Und was für Gliedmaßen zeigten sich da! Kraftvollere Schenkel, schwellendere Arme, breitere Schultern hatte wohl der stärkste Jüngling in der Versammlung nicht aufzuweisen, als so eben der runzelige Greis aus seinen Lumpen hervorstreckte. »Ei, ei, du armer Iros«, dachte mancher jetzt, der es vorher nicht geglaubt hatte, »die Sache kann doch schlimm ablaufen.« Iros selber ahnete es fast, und gern hätte er sein erstes trotziges Wort zurückgenommen, aber leider war's gesprochen, und nun galt kein Zurücknehmen mehr. Da er immer noch zauderte, gürteten die Diener ihm die Kleider um den Leib und führten ihn hervor. Er zitterte an Händen und Füßen. »Elender Wicht«, rief Antinoos, der sich durchaus das Schauspiel nicht versagen wollte, zornig aus, »du fürchtest dich vor dem alten, greisen Manne, den das Elend so entkräftet hat? Ja, für wahr, ich schwöre dir's. Wo du zurückweichst, so packe ich dich auf ein Schiff und schicke dich nach Epeiros, wo die Barbaren dir Nase und Ohren abschneiden sollen.« Er riß ihn mit Gewalt auf den Platz. Das Gefecht begann. Da überlegte Odysseus, ob er dem Unglücklichen mit kräftiger Faust den Schädel einschlagen, oder ob er ihn nur leicht mit mäßigem Hiebe zu Boden strecken solle. Er beschloss glücklich das Letztere, damit nicht die überraschten Zuschauer vielleicht Argwohn schöpften. Iros schlug aus und traf des Gegners Schulter, aber gleich darauf erhielt er von unten herauf einen fürchterlichen Faustschlag an die Kinnlade, daß der Backenknochen aus seinem Gelenk brach, die Zähne gegeneinander prallten und das helle Blut aus dem Munde stürzte. Mit entsetzlichem Geschrei sank er nieder, presste beide Hände vor das Gesicht und schlug mit den Füßen vor Schmerz den Boden. Da erhoben die Freier ein unbändiges Gelächter. Aber Odysseus zog den Besiegten bei den Beinen hinaus in den Hof und setzte ihn dort in einen Winkel, mit dem Rücken gegen die Mauer gelehnt. Seinen Stab holte er nach und gab ihm denselben in die Hand. »Hier sitze, mein guter Freund«, sprach er, »und verscheuche die Hunde und Schweine, vor allen Dingen aber werde nach der Züchtigung klüger.« Er warf sich die Kleider wieder gehörig um Schultern und Lenden und hängte auch den Ranzen um, den häßlichen, geflickten, mit dem geflochtenen Tragbande. So ging er hinein und nahm seinen Platz auf der Schwelle ein. Da kamen sie alle lachend heran und schüttelten ihm die Hände. Antinoos legte ihm zuerst den Ziegenmagen-wurstähnlichen Inhalts auf seinen Ranzen, wozu Amphinomos ihm zwei Brote aus dem Korbe reichte und einen Becher trefflichen Weines einschenkte, den er ihm mit herzlichem Handschlag zutrank und mit einem Glückwunsch auf bessere Zeiten begleitete. Amphinomos war ein braver Jüngling, bei weitem der Beste unter den Freiern. Darum zog ihn jetzt Odysseus gutmütig näher und sagte zu ihm mit sanfter Rede, »Junger Mann, du scheinst mir von edlem, verständigem Sinne, so wie du aus edlem Geschlechte stammst. Ich weiß, auch dein Vater ist brav und hochberühmt unter den Fürsten auf Dulichion. Darum höre jetzt ein gut gemeintes Wort von mir und nimm es zu Herzen. Siehe, es ist auf Erden nichts so hinfällig und unbeständig als der Mensch. Wer heute steht, kann morgen fallen, und mancher Glückliche bedenkt nicht, wie plötzlich sich sein Schicksal wenden kann. Ach, und dasjenige Unglück ist immer das Bitterste, das man selbst durch Leichtsinn verschuldet hat. Was ich in diesem Hause höre und sehe, ist heilloses, schreiendes Unrecht, und du bist mit unter den Übeltätern. Glaubst du, dass die Götter solchem Frevel ein gutes Ende gewahren werden? Nimmermehr! Sicher, sicher kehrt der zurück, den ihr tot glaubt, und zwar bald, und alle erinnigen mit ihm. Ich sehe schon im Geiste die ganze ruchlose Schar ins Verderben stürzen. Darum bitte ich dich, lieber, entferne dich von hier und kehre still in dein Haus zurück, ehe dich Odysseus' Rache erreicht. Der Jüngling schien nachdenkend und ging langsam an seinen Platz. Hätte er die Warnung beachtet, aber die Verführung riß ihn hin, und er entrann dem Verderben nicht. Früher schon, als dies im Saale vorging, hatte Athene, die eigentliche Rache-Göttin der Freier, der Penelope den Gedanken in die Seele gelegt, sich den Freiern zu zeigen und dadurch ihre Begierde aufs Höchste zu steigern. Die Göttin wollte zugleich ihrem Schützlinge, dem unbekannten Bettler, die Freude machen, sein treffliches Weib in aller ihrer Hoheit und in dem reinen Glanze ihrer Unschuld und Treue zu sehen. Die schöne Penelope stieg hinab, ein köstliches Gewand um den schlanken Leib gehüllt und das Gesicht schamhaft mit einem langen Schleier bedeckt. Ihr zur Seite gingen zwei dienende Jungfrauen. Alle sahen sie mit bewundernden Blicken an, als sie majestätisch in den Saal trat, und jeder wünschte, von ihr zum Gemahle erkoren zu werden. »Bei allen Göttern, Penelope«, rief Eurymachos, »könnten dich die sämtlichen Söhne Griechenlands so sehen, wahrlich, dein Palast würde noch voller von Freiern sein, als er schon ist. So weit übertriffst du alle anderen Weiber an Schönheit des Körpers und an Adel der Seele.« »Ach, Eurymachos«, antwortete die sinnige Penelope, »Mir ward ja wohl die Schönheit von den Göttern genommen, seitdem ein trauter Gemahl mit den Achäern gegen Troja zog. Wäre der mir wiedergegeben, so möchte ich mich wohl eines schöneren Lebens erfreuen, aber nun trauere ich verlassen und von großer Not geängstigt.« Damals, als er wegging, faßte er zum letzten Male meine Hand und sagte, »Liebes Weib, nun muß ich in einen langen Krieg und in ein fernes Land ziehen. Ob ich wiederkehren oder fallen werde, wissen die Götter, denn man sagt, auch die Trojaner seien kriegskundige und tapfere Männer. Nimm du indessen, eine treue Gattin, des Hauses und unserer Güter wahr, pflege meinen Vater und meine Mutter und erziehe den Knaben zum Guten. Ist er ein verständiger Jüngling geworden, und ich bin noch nicht wieder zurück, dann mache ihm Platz im Hause und vermähle dich mit einem anderen Manne.« »Ach, damals dachte ich nicht, daß es so kommen würde, aber nun hat es doch zu meinem Schmerze das Schicksal so gelenkt, und schon naht sie die gefürchtete Nacht der Vermählung. »Ich, unglückliche Frau, und wie werbt er um mich? Ganz gegen alle Sitte und Ordnung und Menschlichkeit. Sonst bringen Freier, die eines reichen Mannes Tochter begehren, selbst die Rinder und Schafe zum Schmause mit und laden die Verwandten der Braut dazu. Dieser aber machen sie köstliche Geschenke. Doch wer hat je gehört, daß sie der Brautvermögen verprassen und fremdes Gut ohne Vergeltung verschwenden?« Als das die Freier hörten, entsandten sie sofort ihre Diener, um reiche Geschenke herbeizuholen, und wirklich bekam Penelope der herrlichen Sachen an Geschmeide und Kleidern so viele, als sonst wohl keine Braut zu bekommen pflegte. Nachdem sie sich entfernt hatte, setzten die Freier ihre Spiele bis zum späten Abend fort. Niemand hätte es wohl dem alten Bettler auf der Schwelle angesehen, was sein Herz empfand, als er die Königin erblickte und ihre liebliche Stimme vernahm. Wie alle die trüben Stunden, auf Kalypsos und Kirkesinseln in Sehnsucht verweint, sich jetzt vor seine Seele drängten, und wie es ihm ins Herz schnitt, das teure, zwanzig Jahre entbehrte und dennoch schuldlos wiedergefundene Weib nur so aus scheuer Ferne sehen zu können, sie nicht umarmen, ihr nicht sagen zu dürfen, siehe, ich bin da, bin dein Gemahl. Aber bis dahin war ihm noch viel Schmach und Mühsal vorbehalten. Eben jetzt, bei einbrechender Nacht, beschimpften ihn die Mägde im Hause. Sie waren hereingekommen, um den Gästen Licht anzuzünden, das heißt nach damaliger Sitte Späne in Kohlenbecken auf hohen Gestellen anzubrennen, und setzten sich dann müßig daneben, um, wenn die Späne heruntergebrannt wären, frische aufzulegen. Da sagte Odysseus, sie möchten doch lieber hinaufgehen zur Königin und Spinnen oder Wolle kratzen. Er wolle schon für die drei Feuerbecken sorgen, selbst wenn die Freier bis zum Morgen sitzen sollten. Ei, da kam er übel an. Sie schimpften, was sie konnten, und ließen nicht nach, bis er aufstand und es dem Telemachos zu sagen drohte. Da fürchteten sie, er werde mit der Drohung ernst machen, und liefen eilig davon und machten ihm Platz. Er aber versah das Geschäft mit allem Fleiß, und an den Feuerbecken sitzend beobachtete er genau aller freier Tun und Reden. So sehr es indessen schien, als habe er sich durch seinen glücklich bestandenen Faustkampf die Gunst der Freier erworben, so konnten sich doch die Übermütigen nicht lange des Neckens und Spottens enthalten. »Seht, Freunde«, rief Eurymachos lachend, »in dem Bettler steckt wahrlich ein verkappter Gott, dergleichen sich zuweilen den Wohnungen der Sterblichen nahen. Seht nur den Lichtglanz, der seine kahle Glatzer umstrahlt, »Solcher Glanz ist nur den Unsterblichen eigen!« Das Gelächter der Übrigen ermunterte den Eurymachos in seinem Spaße fortzufahren. »Höre einmal, Alter«, rief er laut, »wenn du nur zu etwas zu gebrauchen und nicht an ein herumziehendes Schmarotzerleben gewöhnt wärst, so wüsste ich wohl etwas für dich. Was meinst du, verdingst du dich bei mir wohl zum Knechte, um das Feld zu bestellen, Bäume zu pflanzen und Laub zur Streu einzutragen? Lohn sollte dir reichlich werden, auch wollte ich dir Kleider auf den Leib geben und Sohlen unter die Füße. Aber du wirst wohl lieber herumstreichen und bei Faulenzen und Betteln den gefräßigen Bauch füllen wollen.« »O Eurymachos«, antwortete stolz der Verhöhnte, »sollten wir beide einmal auf dem Felde pflügend oder mähen um die Wette arbeiten, wer weiß, wer von uns den Preis davon trüge. Wer weiß, wer am längsten Hunger und Durst erduldete und wessen Bauch am ersten gefräßig genannt zu werden verdiente. Ja, wahrlich, und ginge es zur Schlacht, und ich wäre gerüstet mit Helm und Harnisch, und Schwert und Schild wäre in meinen Händen, »In den ersten Reihen der Kämpfer solltest du mich sehen, und ich würde nicht ermatten um des hungernden Magens willen. Aber du bist ein Trotzer, und dein Herz weiß nichts von Freundlichkeit. Und weil du hier mit wenigen nur umgehst und unter vielen Schwächlingen der Stärkste bist, so düngst du dich wundergroß und gewaltig. Aber ich meine, wenn Odysseus hierher käme, so möchten wohl bald beide Türflügel dir zu eng sein, um dem Tapfern zu entfliehen. »Hört bei allen Göttern, hört, wie dreist der Kerl spricht!« rief Eurymachos. »Elender, ich will dich lehren, mir zu trotzen!« Mit diesen Worten ergriff er zornig seinen Fußschemel und schleuderte ihn mit aller Kraft nach dem Odysseus. Der aber bückte sich geschwind und warf sich zu Amphenomos' Füßen nieder. Da flog der Schemel über ihn hin und traf des Schenken rechten Arm, daß die Kanne ihm aus der Hand fiel und der Arme ein lautes Geschrei erhob und rückwärts zu Boden stürzte. Alle Freier wurden unwillig und schmäherten den Fremden, der an allem Unfuge schuld sei. Aber Telemachos stand auf und ermahnte sie, ruhig zu sein und still sein Haus zu verlassen, da ohnehin die Stunde des Schlafens gekommen sei. Der sanfte Amphenomos unterstützte diese Rede und redete allen gütlich zu, daß keiner die Worte missbilligen konnte. Und sie gingen sämtlich, nachdem sie den Göttern die letzte Opferspende dargebracht hatten, ein jeglicher in seine Wohnung, um dort zu schlafen. Ende von Abschnitt 14 Abschnitt 15 von Odysseus von Karl Friedrich Becker Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 15. Abend Penelope und der Bettler Odysseus blieb noch zurück im Saale und als alle Freier gegangen waren, winkte er schnell dem Telemachos, um mit ihm die Waffen in die obere Kammer zu tragen. Die alte Treue Eurycleia mußte auf Telemachos' Geheiß die Mägde so lange zurückhalten, bis das Geschäft verrichtet war. Sie selbst suchte man zu überreden, es geschehe um des Rauches willen. Und siehe, als die beiden mit den Schildern und Schwertern die Treppe hinaufstiegen, erhellte sich der dunkle Gang mit geheimnisvollem Lichte, daß der Jüngling erstaunte und still stand, um dem Vater das Wunder zu zeigen. »Still, mein Sohn«, sagte leise der erfahrene Mann, »das ist Götterglanz. Athene ist mit uns. Gehe schweigend in Ehrfurcht mitten hindurch und forsche nicht nach. So pflegen sich Unsterbliche zu offenbaren.« Nachdem alle Waffen beiseite geschafft waren, hieß der Vater den Sohn zu Bette gehen. Er selbst begab sich aufs Neue in den Saal, um die Penelope zu erwarten, die ihn zu einem Nachtgespräch beschieden hatte. Sie kamen aus ihrer Kammer, und ihre Begleiterinnen setzten ihr am Feuer einen schönen Sessel zurecht, mit Silber und Elfenbein ausgelegt, und darüber legten sie einen weichen Schafpelz. Auch Mägde kamen jetzt in großer Anzahl, um die Überbleibsel des Schmauses aufzuräumen, die Tische zu waschen und jegliches Gerät an seinen Ort zu stellen. Sie stürzten die Feuerbecken um auf den Herd und legten noch frische Scheite nach, die leuchtende Flamme zu unterhalten. Als sie den bettelnden Greis noch immerfort dastehen sahen, erhoben sie noch einmal ihr schimpfendes Geschrei, und die unverschämteste von allen drohte ihm sogar mit einem Feuerbrande, wenn er sich nicht so gleich zum Hause hinausbegiebe. Aber die Königin hörte die Drohung und schallt das Mädchen, wie sie es verdiente. Zugleich befahl sie einer anderen, einen Stuhl für den Gast ans Feuer ihr gegenüber zu setzen, und als er Platz genommen, hub sie sogleich zu Fragen an. Er suchte den Fragen, wer und woher, lange auszuweichen, und schützte den tiefen Schmerz vor, den die Erzählung in ihm erneuern würde. Gern hätte er seinem lieben Weibe die Täuschung erspart, aber sie drang zu sehr in ihn, ihr seinen Namen und Ursprung zu nennen, und so war er denn genötigt, das alte Lügengewebe aufs Neue auszuspinnen, mit dem er schon einmal den Sauherten getäuscht hatte. Noch fügte er hinzu, wie er vor zwanzig Jahren den Odysseus in Kreta gesehen, als dieser daselbst ihn und den Idomeneus zur Fahrt nach Troja abgeholt habe. Hier wollte rasch die kluge Penelope die Wahrheit seiner Erzählung prüfen und fiel ihm daher ins Wort, »Liebster Gast, wenn du damals mein Gemahl gesehen, ja, selbst im väterlichen Hause bewirtet hast, wie du erzählst, so sage mir doch, wie war er damals gekleidet, und wen hatte er bei sich?« »Es ist zwar schwer nach einer so langen Reihe von Jahren genau alles anzugeben, trotzdem weiß ich es noch«, antwortete der Bettler. »Einen prächtigen Mantel hatte er an, von dunkler, zottiger Wolle und mit einer goldenen Spange vorn auf der Brust befestigt. Herrlich prangte oberhalb goldene Stickerei, ein Rehkalb stellte sie vor, das vom Hunde gepackt wird, und ganz natürlich sah man den gierig fassenden Hund und das zappelnde Reh, das mit den Füßen sich loszumachen strebte. Unter dem purpurnen Mantel aber schimmerte, wenn er sich bewegte, ein feiner Leibrock von glänzend weißer Wolle hervor, wahrlich ein stattlicher Held, und die Weiber zumal sahen ihn mit Wohlgefallen an. Welche Gefährten aber deinem Gemahl alle folgten, kann ich dir jetzt nach so langer Zeit unmöglich noch sagen, nur des Herolds erinnere ich mich, weil er bucklig war und braun von Gesicht und lockigen Haares, und wo mir recht ist, nannten sie ihn Eurybates. Es schien, als wenn der edle Odysseus große Stücke auf ihn hielt, denn er mußte immer um ihn sein. »Ja, er liebte ihn sehr«, sagte Penelope schluchzend, denn schon während der ganzen Erzählung hatte sie still geweint. »Ja, Fremdling«, fuhr sie fort, »du hast mir alles der Wahrheit getreu beschrieben. Jene Kleider webte ich selbst, und die Spange hatte ich zur Zierat daran befestigt. Wie schön war mein trefflicher Gemahl in dem Gewande! Ach, jetzt modert vielleicht schon Mantel und Gemahl, oder die Vögel des Himmels haben sein Fleisch am Gestade des Meeres gefressen. Ach, wie ich gehofft habe und immer gehofft, er würde wiederkehren, wie meine Tränen um ihn geflossen sind, und was ich, armes Weib, noch täglich von den Freiern leiden muß, ach, das könntest du nicht empfinden und nicht fassen.« Odysseus bezwang sich mit fast mehr als menschlicher Gewalt. »Weine nicht mehr, du Würdigste der Frauen! Lass mich vielmehr meine Erzählung vollenden! Ich habe noch viel Trost für dich!« »Er kommt gewiß, um den du weinst! Er kann nicht mehr fern sein! Vor wenigen Tagen habe ich selbst das Schiff gesehen, worin tesprotische Männer ihn herbringen werden, und die köstlichen Geschenke, die er bei sich führt. Ja, er wäre schon hier, wenn ihn nicht von dort aus verlangt hätte, das Orakel bei der heiligen Eiche zu Dodona, um Rat zu fragen, wie er die Freier am sichersten überwinden könne. Traue mir, Königin, und zweifle nicht ferner. Sieh, ich schwöre dir bei Zeus, dem Höchsten der seligen Götter, und bei diesem gastlichen Herde, dem ich genaht bin, daß ich die Wahrheit verkünde und daß es geschehen wird, wie ich dir jetzt gesagt habe.« »O, wenn das geschehen sollte, guter Fremdling!« versetzte Penelope, »so sollte es dir nicht fehlen an reichem Dank für deine Kunde, und wer dir begegnete, sollte dich glücklich preisen. Aber auch jetzt schon will ich dich mit Mantel und Leibrock wohl versehen, sobald du weiterziehen willst, denn du hast mir die Seele gerührt durch deine herzigen Worte.« Wohl an, ihr merkte, ehrt mir den Mann hier im Hause und schafft ein Bettgestell und Teppiche für ihn, daß er bequem und sanft ruhe, vorher aber wascht ihm die Füße, wie sich's gebührt. Morgen früh sollte ihn baden und salben, daß er mit Anstand unter den Männern sitze und an Telemachos Seite das Frühmahl genieße. Und wehe der, die ihn kränkt oder seiner spottet!« »Ehrwürdige Frau«, erwiderte Odysseus, »seit ich von Kreta entfernt bin, habe ich mich zierlicher Betten und weicher Decken entwöhnt. Laßt also auch hier mich ruhen, wie ich so lange geruht habe, auf der bloßen Erde am Feuer mit einem Mantel bedeckt. Auch das Fußwaschen verbitt ich, besonders von den übermütigen Mägden da, wofern nicht ein altes, treues und sorgsames Mütterchen unter den dienenden Weibern ist, die auch Unglück im Leben erfahren hat und mit Unglücklichen schonend umzugehen weiß. Eine andere soll nimmermehr den Fuß mir berühren.« Penelope sprach, »Fürwahr, lieber Gast, denn, lieb, bist du mir und wert, und nie ist mir aus der Ferne ein so willkommener Fremdling ins Haus gekommen, der alles mit Bedacht redet. Fürwahr, ich habe solch ein Mütterchen im Hause, die hat noch meinen lieben Gemahl aufgezogen und ist von Kindheit an seine Pflegerin gewesen. Die soll dir die Füße waschen. Gute Eurykleier, stehe doch auf und verrichte das lange unterlassene Geschäft. Denke, es wäre dein lieber Herr, dem du ja sonst so gern die Füße wuschest. Ach, so vertrocknet mögen jetzt seine Hände und Füße auch wohl sein als die des alten Mannes, denn im Unglück altert man schnell.« Die Erinnerung presste der alten Wärterin bittere Tränen aus. Sie weinte sich erst satt, ehe sie aufstand. »Die Götter«, sprach sie, »sind meine Zeugen. Ich habe den edlen Herrn von Kindheit an fast wie einen Sohn geliebt, und immer denke ich noch an ihn und hoffe, er werde sicher zurückkommen. Wie glücklich wären wir alle, wenn er bei uns wäre. Aber ach, er schleppt sich vielleicht auch so, wie der arme Mann hier, von Ort zu Ort und bettelt sich durch, fern von der Heimat. Vielleicht verhöhnen ihn da, wo er hinkommt, die Mägde auch so in den Häusern, wie diese schlechten Geschöpfe hier, vor welchen du, guter Mann, dich scheust, und die es auch wahrlich nicht wert sind, dich zu waschen. Nun warte, ich will deiner redlich pflegen, weil meine Gebieterin es befiehlt und gewiß auch aus Liebe zu dir selber. Denn ich kann es dir nicht verschweigen, fremder Mann, seit ich dich zuerst sah, fiel mir's aufs Herz, daß ich nie einen Mann gesehen, der dem Odysseus an Stimme und Gestalt so ähnlich war als du. Odysseus verbarg die seltsame Empfindung, die ihn bei diesen Worten überraschte. Im gleichgültig scheinenden Ton antwortete er, »Mütterchen, das sagen alle, die uns beide gekannt haben, und wohin ich gekommen bin, haben sie mich immer im Scherz Odysseus genannt.« Jetzt holte die Alte die hellblinkende Wanne herbei, goß kaltes Wasser hinein und mischte es mit heißem. Indessen wendete sich der Bettler geschwind vom Herde ab, denn ein plötzlicher Einfall erregte ihm große Besorgnis. Er hatte in seiner Jugend eine starke Narbe über dem rechten Knie, die war ihm von dem scharfen Hauer eines Ebers geblieben, der ihn einmal auf der Jagd verwundet hatte. Die Alte kannte diese Narbe wohl, und daher setzte er sich jetzt in den Schatten, damit sie dieselbe nicht bemerken sollte. Aber sie entdeckte sie dennoch durch das Gefühl, als sie ihm mit flacher Hand beim Waschen das Bein strich, und vor freudigem Schrecken ließ sie plötzlich das Bein in die Wanne fallen, daß diese umschlug und alles Wasser verschüttet wurde. »Wahrlich«, rief sie, »du bist Odysseus! Habe ich doch den eigenen Herrn nicht eher erkannt, als bis ich deine Füße betastet habe!« Zum Glück hörte Penelope nichts von dem Freuden geschreit, daß die Alte erhob. Da sprang Odysseus hastig auf, hielt ihr mit Gewalt den Mund zu und flüsterte mit schneller Stimme, »Mutter, du bist des Todes, wenn du mich verrätst! Kein Mensch darf erfahren, was du jetzt entdeckt hast! Schweig, wenn dein Leben dir lieb ist!« Die Alte versprach alles und ging sogleich, um ein neues Bad zu bereiten, denn das erste war ganz verschüttet. Hierauf begann Penelope wieder das Gespräch. »Ach, es ist, als sollte ich gar nicht zur Ruhe kommen. Selbst die Wohltat des Schlafes muß ich allzu sehr entbehren. Bei Tage gewährt mir die Arbeit und die Beaufsichtigung der Dienerinnen einige Zerstreuung, suche ich dann bei Nacht das Lager, so jagen mich Träume auf, und alle zeigen mir meinen Gemahl und verheißen seine Rückkehr. Und doch kann ich ihn fast nicht länger erwarten, denn viele schelten bereits meine Treue, da meines unschuldigen Sohnes Güter darüber zugrunde gehen. Solange er noch unerwachsen war, mußte ich wohl das Haus bewahren, jetzt aber, da er groß und verständig ist, denke ich immer, er zürne mir selber, daß ich nicht gehe und mich mit einem anderen vermähle. Denn er leidet am meisten von der Raubsucht der Freier, und ich kann ihm das durch sie verprasste Gut nicht ersetzen. Auch meine Eltern dringen in mich, daß ich mich der zweiten verhassten Heirat füge. Ach, ich bin meiner selbst nicht mehr mächtig und weiß nicht, was ich tun soll. Da hatte ich nun die vorige Nacht wieder einen seltsamen Traum. Ich habe im Hofe zwanzig Gänse, die ich füttere und die meine Freude sind. Auf diese Gänse, so erschien mir's im Traume, kam ein Adler aus dem Gebirge herabgeflogen, würgte sie alle und schwank sich wieder in die Luft auf. Und als ich darüber wehklagte und jammerte und eine Menge Weiber aus der Stadt herkamen und mich trösteten, siehe, da kehrte er zurück, setzte sich auf das Gesimse und sprach mit menschlicher Stimme Mutig, du Tochter des Ikarios, das ist kein eitles Traumgebild, sondern eine sichere Verkündigung, daß dir zum Heile vollendet werden wird. Die Gänse sind die Freier, und ich selber, der ich zuvor ein Adler war, bin dein Gemahl und komme, um dich und mich zu rächen und den Freiern ein schreckliches Ende zu bereiten. Ich erschrak so heftig, daß ich erwachte. Schnell ging ich zum Fenster, um nach meinen Gänsen zu sehen, aber sie waren noch alle da und fraßen am Trog wie gewöhnlich. Nun, fürwahr, edle Fürstin, versetzte Odysseus, der Traum ist doch wahrlich deutlich genug. Und so wird es auch erfüllt werden, glaube mir's. Die Götter selber übernehmen deine Rache. Ach, guter Fremdling, erwiderte Penelope, Nicht allen Träumen ist zu glauben, viele täuschen, wenige treffen ein. Und zögern die Götter, so kann ich doch nicht länger zögern. Den morgenden Tag habe ich zur Entscheidung bestimmt. Es ist der Neumond, möchte er mir doch glücklich dahin gehen. Ich habe beschlossen, den Freiern einen Wettkampf anzubieten, und wer darin den Preis davon trägt, dem will ich als Gemahlin folgen. Oben liegt noch der Lieblingsbogen meines Odysseus, mit dem er oft zur Übung das Kunststück machte, einen Pfeil durch die Öhre von zwölf hintereinander aufgestellten Äxten zu schießen. Dasselbe sollen nun morgen die Freier auch versuchen, und wem es am besten gelingt, dem will ich folgen. Der Unbekannte gab ihr seinen Beifall zu erkennen und freute sich im Herzen der schönen Gelegenheit, welche es am folgenden Tage geben würde, die Freier alle zu überwinden. Jetzt ging die edle Penelope hinauf in ihre Kammer und legte sich zur Ruhe, denn es war schon spät. Odysseus blieb im Saale und bereitete sich da selbst am Feuer ein Lager von einer Ochsenhaut und einigen Schaffällen, und Eurynome, die treue Schaffnerin, deckte ihn noch mit einem Mantel zu. 16. Abend Der Sieger im Kampfspiel Odysseus warf sich sorgenvoll auf seinem Lager umher, ohne Ruhe zu finden. Schwere Gedanken durchkreuzten sein Haupt, er dachte mit Verwunderung an das, was geschehen war, und mit Zweifel und Bangen an das, was zu tun ihm noch bevorstand. Durch das Haus schlüpften indes die Mädchen, die es heimlich mit den Freiern hielten und, während Penelope schlief, das Haus verließen, um die Freier in ihren Wohnungen aufzusuchen. Alle diese Unsitte und Unbill aber versetzte den bekümmerten Odysseus zugleich in den heftigsten Zorn, und im Herzen drohte er den frechen und schamlosen Dirnen, schreckliche Vergeltung, wenn der Tag der Rache gekommen sein würde. Dann aber dachte er wieder an den zahllosen Schwarm der Freier, und sein Mut brach, wie er jedem gebrochen sein würde, der es mit hundert Jünglingen hätte aufnehmen sollen. Da plötzlich erschien ihm wieder Athene, seine göttliche Freundin, und stand ihm zu Häupten. »Was bekümmert dein Herz so sehr? Du hast alle Ursache, zufrieden zu sein und Dich nicht mehr zu grämen. Bist Du doch in Deinem Hause bei der treuen Gattin und dem wackeren Sohne«, sprach er mutigend die Göttin. Er bekannte ihr seine Besorgnisse. »Freilich«, entgegnete sie, »wenn Dir ein sterbliches Weib seinen Beistand zum Kampfe zusagte, da möchtest Du mit Recht misstrauen. Aber auf mich, die Göttin, solltest Du doch wohl bauen, kleinmütiger Mann. Schäme Dich! Ich sage Dir, wenn fünfzig Rotten solcher Freier gegen Dich anrückten und ich beschützte Dich, so sollten die fünfzig Rotten Dir just so viel wie Kinder tun. Jetzt aber schlafe ein und beruhige Dein Herz. Die Göttin heißt Dich das Beste hoffen.« Er entschlummerte, doch nicht auf lange Zeit. Noch vor der Morgendämmerung weckte ihn ein rührender Klageton, von Schluchzen und Seufzen unterbrochen. Es war Penelopes Stimme, leicht hörbar durch die Bretter der oberen Decke des Zimmers. Sie weinte trostlos auf ihrem Lager und rief in ihrem Schmerz wohl hundertmal Odysseus' Namen, der jedes Mal dem Untenwachenden durch die Seele drang. Ein lebhafter Traum hatte sie abermals erschreckt. Odysseus in voller Rüstung, so wie er nach Troja gegangen war, ruhte neben ihr. Nun war ihr Schlaf dahin und ihre Tränen flossen wieder. Dem treuen Gatten wollte das Herz zerspringen. Er warf die Decken von sich, stand auf und machte einen raschen Gang durch den Saal. Dann trat er ans Fenster und richtete das Haupt zum Himmel. Es war noch finster, die Sterne flimmerten. Die schaurige Stille der Nacht ward nur durch Penelopes Seufzer und durch das häßliche Knarren der Handmühle unterbrochen, auf der eine Magd in der Nebenkammer Korn für die Freier zermalte. Fußnote, im ganzen Altertume malte man das Getreide noch, wie wir den Kaffee, auf Handmühlen, welches eine der schwersten Sklavenarbeiten war. Ende Fußnote. Das war ein Geschäft, welches täglich auf zwölf Mägden ruhte. In dieser Nacht aber waren die übrigen alle früher fertig geworden als das arme Mädchen, welches schwach und kränklich jetzt noch immer die matten Arme rührte. »O Gott«, betete Odysseus mit leiser Stimme, »erhabener Zeus, wenn du Gutes mit mir beschlossen hast und mir gnädig sein willst, so gewähre mir jetzt ein Zeichen, daß ich dir vertrauen kann.« Und horch, nicht lange darauf rollte ein lange anhaltender Donner am weiten Morgenhimmel hin. Und in dem Augenblicke hörte die Mühle zu rasseln auf, und das ermüdete Mädchen sprach vernehmlich in der Kammer, »Heiliger Vater Zeus, du donnertest laut, und doch ist der Himmel gestirnt und heiter. Gewiß gibst du einem Sterblichen ein Zeichen. O, erhörtest du doch auch meine Bitte, daß ich, elendes Mädchen, diese Nacht zum letzten Male für die heillosen Freier gearbeitet hatte, die Tag für Tag unter Jubel verzehren, was die armen Sklavinnen des Nachts mit saurem Schweiße bereiten müssen. O, daß sie alle umkämen und dieser Schmaus ihr letzter wäre!« Beides, der Donnerschlag und die zufälligen Worte des Mädchens, dünkte den edlen Mann ein doppeltes siegverkündendes Zeichen. Nun wuchs ihm plötzlich der Mut, und alle Furcht schwand aus seiner Seele. Dröhnend schritt er auf und ab in dem weiten Saale und entwarf Pläne für den kommenden Tag. Mit Ungeduld erwartete er den Anbruch der Morgenröte. Sie kam, und mit ihr ward alles lebendig im Hause. Telemachos ging auf den Markt, und Eure Kleier rief die Mägde herbei, um ihnen ihre Geschäfte anzuweisen. »Hurtig an die Arbeit! Ihr da sprengt und fegt mir den Saal, setzt die Stühle zurecht und legt die purpurnen Decken darüber. Ihr andern dort scheuert die Tische mit Schwämmen rein und spület die Becher und Krüge, wie sich's gehört. Ihr übrigen Lauf zum Brunnen und holt Wasser herbei. Aber nicht viel geschwatzt unter Weges, denn heute werden die Gäste früh hier sein, weil ein Festtag zu Ehren des Apollern ist. Ihr wisst, wir haben Neumond.« Die Mägde taten, wie ihnen befohlen war, und als die Wasserträgerinnen von der Felsenquelle zurückkamen, erschienen auch schon die Diener der Freier in dem Hofe, um Holz zu spalten und die Tiere zu schlachten, welche die Hirten zum heutigen Schmause liefern mußten. Auch der treffliche Sauherd hatte sich früh aufgemacht und trieb diesmal selber seinen Anteil drei fette Schweine vor sich her. Als er sie durch den Torweg getrieben hatte, ließ er sie im Hofe herumlaufen und suchte seinen Freund aus Kreta auf. Odysseus kam ihm schon entgegen und drückte ihm herzlich die Hand. »Nun, wie geht's?« fragte der Sauherd. »Treiben sie's noch mit dir, wie zu Anfange, oder hast du jetzt mehr Ansehen bei ihnen erlangt?« »O, daß die Götter sie bestraften für den frevelhaften Unfug, den sie schamlos in dem fremden Palaste verüben,« erwiderte Odysseus. Jetzt kam auch der Ziegenhirt Melantios herzu, welcher die trefflichsten Ziegen zum Schmause für die Freier gebracht hatte. Er konnte auch diesmal nicht vor dem Fremden vorbeigehen, ohne ihn zu beschimpfen und ihm mit Schlägen zu drohen. »Willst du noch immer,« rief er ihm zu, »den Leuten durch dein Betteln beschwerlich fallen? Mache bald, daß du fortkommst! Jedoch zuvor sollst du meine Fäuste noch kosten!« Odysseus schwieg noch immer, schüttelte sein Haupt und versparte die Rache auf gelegenere Zeiten. Destowohler ward ihm wieder, als er den Rinderhirten kennenlernte, der gleichfalls herbeikam, um seinen Beitrag zu dem großen Festmale zu liefern. Philötios hieß der brave Mann. Er war ein Freund des Sauhirten und haßte, wie dieser, im Herzen die schändlichen Freie. Wohl hätte er längst diesen Dienst verlassen, wenn er nicht aus Liebe zu Odysseus' Hause und aus Besorgnis, die Herden möchten, nach ihm in schlechte Hände geraten, geblieben wäre. Auch hielt ihn insgeheim die unvertilgbare Hoffnung, der König werde doch einmal wiederkommen. Er sah den Bettler im Hofe stehen und ging sogleich zum Sauhirten, um diesen vertraulich zu fragen, »Sauhirt, wer ist der fremde Mann hier und woher kommt er?« Wahrhaftig, wunderbar ähnlich sieht er unserem Herrn, nur daß er gealtert und eingeschrumpft ist. Aber das Elend kann auch wohl eine königliche Gestalt entstellen. Als er so sprach, trat Odysseus näher und grüßte ihn. Der ehrliche Rinderhirt faßte ihn sogleich bei der Hand und sprach treuherzig zu ihm, »Glück auf, alter Vater! Künftig müsse dir's wohl ergehen, obgleich du jetzt schwere Trübsal erduldest.« Wahrlich, Zeus, hart bist du gegen manche deiner Menschenkinder. Du laßest sie in Not und Jammer verschmachten und erbarmst dich ihrer nicht. Immer, wenn ich einen Mann sehe wie diesen hier, fällt mir der treffliche Odysseus ein. Ach, denke ich dann, vielleicht ehrt er jetzt auch so herum unter fremden Menschen in der Ferne, den Leib mit elenden Lumpen verhüllt, ein Gespött der Buben und Dirnen. Und dazu der Jammer, der hier seine herrliche Gemahlin und den edeln Sohn trifft, diesen heillosen Unfug schamloser Freier, die weder die Götter ehren noch Menschlichkeit kennen. Ha, daß er wiederkäme, plötzlich unverhofft wie ein Gott und jählings den fräfelnden Schwarm aus seinem Hause jagte. Kuh-Hirt, erwiderte ihm Odysseus, weil du mir ein verständiger und redlicher Mann scheinst, so verkündige ich dir hiermit und schwöre mit heiligem Eide bei Zeus und diesem gastlichen Herde, dem ich genaht bin. Du selber sollst zugegen sein und, wenn du willst, mit diesen deinen Augen es sehen, wie der König kommen und die ganze Brut der Freier erwürgen wird. Oh, daß es die Götter erfüllten, versetzte jener. Wahrlich, du solltest sehen, was dabei meine Kraft und meine Hände vermögen. Während sie so miteinander sprachen, entwarfen die Freier, die sich wie gewöhnlich zuerst auf dem Markte versammelt hatten, neue Mordanschläge gegen den verhassten Telemachos, dessen Reden mit jedem Tage drohender wurden. Aber ein Gott war ihnen entgegen, denn eben, als sie miteinander Bratschlagten, erschien zur Linken hoch über ihren Häuptern ein Adler, der eine flatternde Taube in seinem Schnabel hielt. Der stille Amphinomos bemerkte zuerst das Unglückszeichen und riet von dem Vorhaben ab. Alle stimmten ihm bei und so ward das Bubenstück für diesmal abgewendet. Vom Markte stürmte jetzt der lärmende Tross nach der Königswohnung und drang in den Saal. Hier legte jeder den Mantel ab und setzte sich auf seinen Stuhl. Und nun ging's an ein Befehlen, daß die Diener nicht schnell genug laufen, nicht Braten und Brot genug herbeiholen konnten. Unterdessen setzte auch Telemachos dem alten Bettler ein Tischchen und einen schlichten Sessel an der Schwelle zurecht und befahl den Dienern, ihn wie jeden anderen Gast zu bedienen. »So, mein Freund«, sprach er dann mit lauter Stimme zu ihm, daß alle Freier es hörten, »hier sitze ruhig und iss von meinem Vorrat und trinke des Weins so viel dir beliebt. Ich werde dich vor Schmähungen und Beleidigungen schützen, denn wisse, hier ist kein öffentliches Gasthaus, sondern meinem Vater gehört's, und ich bin der Erbe desselben. Daß ihr euch also aller Beschimpfung enthaltet, ihr Freier, und nicht etwa Hader und Zank beginnt!« Die erstaunten Freier schwiegen und bissen sich auf die Lippen. »Lasst uns nur das vermessene Drohwort dieses Jünglings hinnehmen,« sagte Antinoos, »Ihr wißt ja, es ist nicht unsere Schuld, daß er nicht längst auf immer zum Schweigen gebracht ist.« Telemachos achtete nicht auf diese Reden, sondern aß und trank ruhig an seinem Tische. Da erhob sich ein neuer Übermut. Ein junger Gesell aus Same, der Erber eines sehr begüterten Vaters, hatte sich im Vertrauen auf sein Vermögen auch unter die Freier der Penelope gemischt. Sein Name war Ctesipos, an Frechheit und Trotz kam er dem Eurymachos und Antinoos gleich. Der sprach jetzt laut zur Versammlung, »Hört einmal, ihr Herren, der Fremde dort an der Tür hat zwar schon sein Teil von der Mahlzeit, aber ich hoffe, er wird's nicht übel nehmen, wenn ich ihm noch besonders ein Gastgeschenk verehre. Mag erst der Magd schenken, die ihn gebadet hat, oder einer anderen Dienerin im Hause des Odysseus. Seht hier den prächtigen Kuhfuß, der mag ihm wohl bekommen.« Er warf ihn mit voller Wucht dem Odysseus nach dem Kopfe, aber dieser bog geschickt aus und vermied den Wurf, der nur die Wand traf. Aus aller freier Kehlen erscholl ein wieherndes Gelächter. Auch Odysseus lachte, aber es war jenes bittere Lachen, in welchem der wütendste Ingrim sich Luft macht. Zornig drohend sprang Telemachos auf. »Das war ein Glück für dein Leben, Ktesipos, daß du den Fremden nicht getroffen hast. Durchbohrt hätte ich dich mit der Lanze, daß der Vater dir hier statt der Vermählung ein Leichenmahl hätte feiern müssen. Und keinem rate ich, etwas Ähnliches zu versuchen, denn selbst von dem Stärksten werde ich solches nicht dulden. Mögt ihr meine Habe aufzehren, schlimm genug, daß ich's nicht ändern kann. Mögt ihr mich selbst ermorden, wie ihr vorhabt, tut es. Lieber will ich das Leben lassen, als täglich sehen, wie man in meinem Hause Fremdlinge kränkt und verstößt und wie euer Mutwille die Mägde des Hauses nicht verschont.« Alle schwiegen umher. Endlich begann ein junger Mann von einer rechtlichen Denkart, »Freunde, mich freut es, daß er nichts erwidert, denn Telemachos hat wahrlich nicht ungeziemend gesprochen. Laßt uns auch von nun an weder jenen Fremdling dort, noch andere Leute im Hause mißhandeln.« »Dir aber, Telemachos, möchte ich auch wohl einen billigen Vorschlag machen.« »Siehe, solange du unmündig warst und deiner Mutter die Pflicht oplag, dich zu erziehen und deine Güter in Ordnung zu halten, da konnte man nicht tadeln, daß sie sich der zweiten Heirat entzog und unsere Anträge zurückwies.« »Jetzt aber, da du erwachsen bist und Verstand hast, dein Eigentum selbst zu verwalten, jetzt ist es Unrecht, daß sie länger zögert. Denn sie tut dir damit offenbar Schaden an deinem Vermögen, da bloß ihr Eigensinn schuld ist, daß wir nicht längst dieses Haus verlassen haben.« »Warum sollst du ihr selbst zureden, daß sie sobald als möglich zu einer Wahl schreite, denn jetzt ist doch sicher keine Hoffnung mehr, daß dein Vater zurückkehrt. Ginge sie so aus dem Hause, dann verzehrtest du das Deine in Ruhe und niemand von uns störte dich ferner im Besitz deiner Herden und Äcker.« »Nun, beim Zeus«, entgegnete Tillemachos, »ich halte ja die Mutter weder zurück, noch verzögere ich ihre Wahl. Mag sie doch wählen, den Mann, den sie will, das überlasse ich ganz ihrem freien Entschlusse, und wenn sie sich zur Heirat entschließt, bin ich selbst bereit, ihr noch reiche Geschenke zu geben. Nur das sei ferne von mir, daß ich durch ein gewaltsames Wort oder sonst durch Zwang die eigene Mutter aus dem Hause triebe. War es Mutwille oder Trunkenheit, oder verkehrte ein Gott die Sinne der Freier, ein wüstes Gelächter erfolgte auf diese edlen, verständigen Worte. Und immer wilder ward das Gelächter und hörte nicht auf, die Gesichter der Freier verzerrten sich grinsend, die Augen verdrehten sich, ein wilder Wahnsinn schien alle zu ergreifen, da sie selbst von dem noch vorrätigen rohen Fleische zu essen anfingen. Odysseus aber und Telemachos und die aufwartenden Diener staunten entsetzt, denn sie ahnten die schreckliche Nähe der Rachegöttinnen. Theoklymenos endlich, der fremde Seher, den Telemachos mit aus Pylos gebracht und seitdem täglich zu Gaste geladen hatte, rief laut, wie entzückt von prophetischer Begeisterung, »Unglückliche Männer, welch Elend ist euch begegnet! Euer Auge verdüstert sich, eure Häupter sind zerrüttet und die Wangen mit unnatürlichen Tränen benetzt. Ha, ich sehe Blut! Da, dort, da trieft es an den Wänden, in den Nischen, und draußen der Hof, er ist voller Schattengebilde. Zum Schattenreiche eilten sie in Finsternis, und die Sonne am Himmel ist verlöscht. Ha, rings herrscht grässliches Dunkel!« Diese schreckliche Vision des gottbegeisterten Seers wirkte auf die verwirrten Gemüter nur noch verwirrender. Die Freier erhoben von Neuem ein wildes Gelächter. Darauf nahm der übermütige Eurymachos das Wort. »Hört, Freunde!« rief er, »wie der Mann da raset, der jüngst aus der Fremde zu uns kam. »Hier ist's ihm zu dunkel,« sagt er, »faßt ihn doch an und führt ihn auf den Markt, ob er auch da nichts sehen wird.« »Eurymachos«, entgegnete der Fremde, »deines Geleites begehre ich nicht, denn noch sind Augen und Ohren und Füße gesund, auch der Verstand ist mir nicht irre geworden. Aber euch hat ein Gott die Seele verfinstert. Wehe, wehe, hier weile ich nicht länger, denn schon sehe ich das Verderben euch nahen, dem keiner entrinnt. Fort, fort von hier, hier ist das Feld des Todes!« Er ging rasch hinaus. Dem Telemachos und den Dienern im Saale zitterten die Glieder, als sie die zürnenden Worte vernahmen. Aber die Freier achteten dessen nicht und tobten fort in ihrer rasenden Verblendung. »Wahrlich, Telemachos«, rief einer derselben, »keiner hat je so schlechte Gäste beherbergt als du. Der eine wird toll mitten im Essen und fängt an zu wahrsagen, der andere liegt da und hungert und kann den Wands nicht gierig genug füllen. Weißt du was? Ich dächte, wir lüden sie beide auf ein Schiff und verhandelten sie im nächsten Lande. Da bekämen wir am Ende doch noch etwas Erkleckliches für sie.« Telemachos schwieg und sah seinen Vater an, ob er jetzt das Zeichen geben würde. Aber Odysseus blieb still, seine Zeit war noch nicht gekommen. So verging das Frühmal in wilder Ausgelassenheit, welcher Abendschmaus ihnen bevorstand, ahnte noch keiner. Indessen zerstreuten die Freier sich draußen im Vorhofe und verkürzten sich die Zeit mit allerhand Spielen, bis der Nachmittag herankam. Jetzt gedachte die edle Penelope ihres Vorsatzes, die Freie zum Wettstreit einzuladen, und stieg zu dem Ende in die obere dicht verschlossene Kammer, wo die Geräte und Kostbarkeiten ihres lieben Gemahls ruhten. Auch sein Lieblingsbogen von geschmeidigem Horne war darunter, ein wertes Geschenk eines vornehmen Gastfreundes, das er zu hoch gehalten hatte, um es mit in den Krieg zu nehmen. Aber zur Jagd hatte er den Bogen immer am liebsten gebraucht, solange er noch in Ithaka war. Jetzt hing er da, bestäubt und unscheinbar, denn seit zwanzig Jahren hatte niemand ihn berührt. Als das gute Weib ihn herunternahm von dem Nagel und den Staub abwischte, fielen ihre Tränen auf die Waffe des teuren Mannes, und sie mußte sich erst niedersetzen und weinen, ehe sie aus der Kammer hinunter in den Saal gehen konnte. Hinter ihr trugen dann noch die Mägde die schwere Kiste mit scharfen, eisernen Pfeilen und den zwölf Äxten. Sie trat an die Pforte des Hofes, züchtig verhüllt in den langen Schleier und von ihren Dienerinnen umgeben, und rief die Freier zusammen. Wohlan, ihr mutigen Freier, sprach sie, die ihr euch täglich in Scharen zu Schmausereien und Tänzen in meinem Hause versammelt und trüglich vorgebet, daß ihr mich als Gattin heimzuführen begehrt. Hört mich und vernehmet die Probe, die der bestehen muß, welcher mein Gemahl werden will. Seht da den Bogen und den Köcher meines lieben Gemahles und hier die Äxte, durch welche er den raschen Pfeil zu schnellen pflegte. Wer nun am leichtesten von euch den Bogen spannt und durch die zwölf Öhre hindurch schießt, dem will ich als Gattin folgen, damit mein lieber Sohn durch meine Schuld nicht ganz um seine Habe komme. Sie gab die Geräte dem Eumäos in die Hand, daß er sie in den Saal trage und dort den Freiern reiche. Als der ehrliche Mann den alten, wohlbekannten Bogen seines teuren Herrn in die Hände bekam, begann er zu weinen und küßte die Waffe. Auch Philotheos, der treue Rinderhirt, weinte. So lebendig hatte ihn nie das Andenken an den geliebten Herrn überrascht als jetzt, da er den Bogen sah. Aber der rohe Antenaus schallt die treuen Diener und rief zornig aus, »Nun, ihr albernen Viehhirten, was heult ihr denn und macht die Königin durch eure törichten Tränen noch trauriger? Ist ihr das Herz nicht schon genug mit Kummer erfüllt, seitdem sie den lieben Gemahl verloren hat? Setzt euch still nieder an eure Tische und sättigt euch, und wollt ihr das nicht, so geht nach Hause und weint da, so viel ihr wollt. Erst aber bringt den Bogen herein, daß wir den Wettkampf versuchen, der wohl nicht leicht sein wird. Solch ein Mann, wie Odysseus war, ist schwerlich in der ganzen Versammlung, denn ich erinnere mich seine noch wohl aus früher Kindheit her. Sie gingen alle in den Saal und Eumäos trug ihnen Bogen und Köcher nach. Telemachos riß eine gerade Linie in den Dielen des Saales auf und schlug genau nach der Richtschnur die zwölf eisernen Äxte ein, so daß in immer gleicher Entfernung ein Öhr hinter das andere zu stehen kam. Alle bewunderten die Geschicklichkeit, mit der er in kurzer Zeit das Werk zustande brachte, das er noch nie zuvor verrichtet hatte. Jetzt trat er an die Schwelle und ergriff den Bogen. Wahrlich eine herrliche Übung, rief er aus, ich selber habe Lust, mich in diesem Wettstreite zu versuchen. Er setzte den Bogen an, ihn zu spannen, allein vergeblich. Nach kurzer Erholung versuchte er es abermals, aber auch jetzt wollte es ihm nicht gelingen. Er zog zum dritten Male scharf an und näherte die Sehne bis auf eines Fingersbreite der Fuge. Und sicher wär's ihm beim vierten Versuche geglückt, hätte nicht sein Vater ihm heimlich mit den Augen gewinkt, daß er es unterlassen solle. Er verstand den Wink, lehnte den Bogen an die Wand und sagte mit verstelltem Unmut, »Nein, das ist nichts für mich. Entweder bin ich zum elenden Schwächling geboren oder ich bin noch zu jung und muß die fehlende Kraft noch erwarten. Aber ihr Andern versucht es jetzt, die ihr mir weit an Kräften überlegen seid. Fangt an, damit der Wettstreit entschieden werde.« »Ein jeder setze sich auf seinen Platz,« rief Antinaus, »und nun laßt's rechts herumgehen, wie beim Weinschenken.« Demzufolge fing ein junger Mensch an, dem das Bogenspannen eine sehr ungewohnte Arbeit schien. Er rieb sich schon die Hände, als er ein paar Mal angezogen hatte, und die Sehne zerriß ihm eher die Haut, als daß sie sich in den Einschnitt gefügt hätte. »Nein,« rief er und stellte den Bogen hin, »ich will's nur bleiben lassen. Auf diese Art bekomme ich die schöne Penelope nicht. Je nun, es gibt ja noch andere reizende Töchter im Lande. Werbe um jene, wer will, da ist der Bogen.« »Nun freilich,« rief Antinaus wieder, der beständig das große Wort führte, »du siehst auch nicht wie Bogenspannen aus. Dazu hat deine Mutter dich nicht geboren. Dafür gibt's noch andere Leute, die das Werk schon vollbringen werden. Nur frisch weiter, einer nach dem anderen.« Und einer nach dem anderen versuchte es, und einer nach dem anderen stellte den Bogen ungespannt wieder hin. Da rief Antinaus wieder dem Ziegenhirten zu, »Melantios, stelle doch einen Sessel an den Herd und lege tüchtig Holz dazu. Dann geh und lass dir von den Mägden Fett geben, damit die Jünglinge am Feuer das Horn durchwärmen und einschmieren können. So wird der Bogen geschmeidiger werden, nachdem er jahrelang ungebraucht blieb und eben deshalb hart und spröde geworden ist.« Der Ziegenhirt entzündete ein flackerndes Feuer und holte eine große Scheibe Fett herbei. Da bestrichen sie den Bogen auf und ab und hielten ihn lange über der Glut, aber wie oft sie ihn strichen und wie lange sie ihn wärmten, so ließ er sich doch noch immer nicht spannen. Vergebens war er nun schon durch den ganzen Saal von Hand zu Hand gegangen und nur die beiden trotzigen Prahler, Eurymachos und Antinaus, waren noch übrig. Jetzt gingen zufällig der Sauhirt und der Rinderhirt beide zugleich zur Tür hinaus. Odysseus, von keinem bemerkt, schlich ihnen nach und zog sie im Hofe geheimnisvoll beiseite. »Freunde, ein Wort!« flüsterte er ihnen zu. »Ihr seid beide brav, beide eurem Herrn getreu und wünscht ihn sehnlich zurück. Und wenn er nun käme und bedürfte eures Beistandes, um die Freier zu töten, ihr würdet ihm beistehen auf Leben und Tod. Nicht wahr?« »Auf Leben und Tod«, rief der Rinderhirt. »Ha, wenn mir Zeus diesen Wunsch gewährte, ihr solltet sehen, was noch meine Arme vermögen.« »Und meine«, fiel der wackere Sauhirt ein. »O, daß es wahr würde!« »Nun, »Nun, es ist erfüllt«, sprach Odysseus mit Hoheit. »Euer Herr ist hier und rechnet auf Euch. Deine Ahnung hat Dich nicht betrogen, du ehrlicher Kuhherd. Ich bin Odysseus. Gedenkt Ihr noch der Wunde, die mir einst der wütende Eber schlug? Seht hier die Narbe!« Er schlug die Lumpen zurück, und sie erkannten das Mahl, fielen ihrem geliebten Herrn um den Hals und küßten ihm freudig Angesicht und Schultern. Und wie sie an ihm hingen, da rollten Tränen über ihr ehrliches Angesicht. Aber Odysseus befahl ihnen, ihre Freude jetzt zu bezwingen, ehe jemand sie überrasche. »Geschwind«, flüsterte er, »hört meinen Plan und was Ihr dabei zu tun habt. Heute oder nie muß es vollbracht werden. Die Götter werden mir beistehen. Ihr aber, wackere Freunde, sollt mir, wenn alles gelungen ist, wie Telemachos leibliche Brüder sein. Mit Gütern und Ländereien will ich Euch beschenken, Ihr sollt neben mir wohnen, und zwei brave Mädchen will ich ausstatten, die sollen Eure Weiber werden. Nur tut mir jetzt, was ich sage. Wenn wir wieder drinnen sind, werde ich mir den Bogen fordern, und da werden alle Freier ein trotziges Geschrei erheben. Du aber, Eumaios, beachte das nicht, sondern schreite mutig durch alle hindurch und bringe mir den Bogen. Dann gehe hinaus und sage der alten Wärterin, daß sie die Märkte während des Tumults in ihrer Kammer hinter Schloss und Riegel halte, damit keine hinauslaufe. Du, Philotheos, Eile als dann, die Pforten des Hauses zu verschließen, damit uns keiner der Freier entwische. Jetzt werde ich vorangehen, in einer Weile kommt Ihr mir nach, doch einzeln, und laßt Euch nichts merken. Mit diesen Worten ging er hinein und setzte sich auf seinen Sitz an der Tür, während die beiden Hirten, noch überrascht von der plötzlichen Entdeckung und staunend über solche Kühnheit im Hofe weilten, bis sie ihm späterhin einer nach dem Andern folgten. Eben war jetzt der Bogen in des stolzen Eurymachos Händen, der am Feuer saß und ihn durch Fett und Wärme geschmeidiger zu machen bemüht war. Er setzte wohl zehnmal an, aber umsonst. Die Sehne wollte sich nicht spannen lassen. Pfui, rief er endlich ganz erschöpft und keuchend aus, das ärgert mich doch um meiner und um unser aller Willen. Wahrlich, aus der Hochzeit mache ich mir nicht so viel als aus dem Schimpfe, denn hohnlachend werden noch die Enkel, die es hören von uns sagen, alle Freier, so viel ihrer im Hause der Penelope waren, vermochten nicht, das Odysseus-Bogen zu spannen. Ach, Possen, rief der Prahler Antinoos, der es nun lieber ganz unversucht ließ, laß das plumpe Gemächt liegen. Wer wird auch heut am Festtage Bogen spannen? Das Gottesheiliger Tag soll auch in Ruhe gefeiert werden. Stellt den Bogen in die Ecke, die Äxte können wir stehen lassen bis morgen, denn wegnehmen wird sie wohl niemand. Aber morgen laßt uns das Werk noch einmal mit Ernst vornehmen und es wird gewiß auch besser gehen. Jetzt schenke, geh herum und fülle die Becher. Heute ist ein Jubeltag, heute muß doppelt gezecht werden. Die Rede gefiel allen und sogleich setzten sich die Diener in Bewegung. Während die ganze Schar das Gefühl ihrer Scham im Wein zu ertränken suchte, erhob der völlig übersehene Bettler an der Tür sein Haupt und sagte mit einfältigem Tone, Hört doch, ihr Freier der weitgepriesenen Fürstin und besonders ihr beiden Edlen Antinoos und Eurymachos, ich möchte euch wohl ein Wort im Scherz vorlegen. Weil ihr denn, wie billig, heute am Festtage den Bogen ruhen lasset, so lasset mich doch einmal versuchen, ob mir noch die sonstige Jugendkraft inwohne oder ob Alter und Unglück mich schon ganz entkräftet haben. Da erhob sich, wie er vermutet hatte, ringsum höhnendes Gemurmel und heftiger Zorn unter den Freiern und Antinoos nahm auch jetzt wieder statt aller das Wort. Elender, rief er, bist du von Sinnen? Wahrlich, froh solltest du sein, daß wir dich dulden in unserer Gesellschaft und daß du essen kannst, was wir essen und dir vergönnt wird, unsere Gespräche mit anzuhören, denn das darf kein anderer Fremdling, geschweige ein Bettler. Aber das kommt von dem übermäßigen Essen und Trinken. Nun betört dich der Wein so unziemliche Worte zu reden. Hüte dich, daß du nicht noch heute auf ein Schiff geladen und zum König Echetos nach Epeiros geschickt wirst, dem Schrecken der Fremden. Da möchtest du schwerlich unbeschnitten an Nase und Ohren davon kommen. Also sei ganz ruhig und genieße, was dir gereicht wird. Solchen Wettkampf aber überlaß du Jüngernmännern. Ihm antwortete sogleich Penelope, die mit ihren Frauen noch unten im Saale geblieben war, um das Ende des Wettkampfes abzuwarten, »Ei, Antinoos, wie unbillig hast du gesprochen! Wer wird denn Fremde übergehen, die unsere Wohnung besuchen? Glaubst du vielleicht, wenn dieser Mann den Bogen spannte, er werde mich als Gemahlin heimführen? Daran hat schwerlich sein Herz gedacht. Nein, diese Sorge laßt euch nicht kümmern, das wäre ja unmöglich!« »O«, sprach Eurymachos, »das ist's auch wahrlich nicht, edle Fürstin, was uns bange macht, sondern wir fürchten nur das Gerede der Menschen, wenn am Ende gar ein alter, hergelaufener Bettler den Bogen spannte, den wir Jüngeren alle nicht zu spannen vermögen.« »Das wäre für uns ja ewige Schande!« »Sollte man's glauben,« entgegnete Penelope, »daß euch noch Furcht vor Schande quälte? Euch, die ihr euch doch nicht schämt, im Angesicht des ganzen Volkes das Haus meines hohen Gemahls durch tägliches Schwelgen zu entehren? Wahrlich, ihr braucht die Stimme der Wahrheit nicht mehr zu scheuen. Und bedenkt doch, daß der Fremde gar nicht aus unedlem Geschlechte stammt. Seht nur den starken, gedrungenen Bau seiner Glieder. Nein, ich will's, daß auch er den Bogen versuche, und gelingt es ihm, durch die Löcher zu treffen, so will ich ihn mit Mantel, Leibrock und Sohlen versehen, ihm Schwert und Lanze schenken und ihn zu Schiffe geleiten lassen, wohin sein Herz begehrt.« Jetzt erhob sich auch Telemachos und sprach mit Nachdruck und Würde, »Mutter, du hast recht gesprochen, aber über den Bogen hat keiner Macht im Hause als ich, und ich werde ihn geben, wem ich will. Wehe dem, der mich daran verhinderte. Aber du gehe jetzt hinauf in dein Gemach, besorge deine Geschäfte und siehe auf die dienenden Weiber. Männern gebührt das Geschoss. Geh, Mutter, geh!« Sie ging staunend über die Rede des Sohnes hinauf in ihre Gemächer. Ihr war das Herz so schwer und voll banger Ahnung, sie mußte sich niederlegen, und Athene sandte ihr süßen Schlaf, daß sie von dem wilden Getöse nichts vernahm, das sich nun bald erheben sollte. Der Sauhirt erwartete unterdessen im Saale Odysseus' verstohlenen Wink, ging dann beherzt dahin, wo der Bogen stand, und reichte ihn dem Bettler. Da sprangen alle Freier von den Sitzen und schalten den Mann mit harten Worten, daß ihm schon bange ward, sie möchten Hand an ihn legen. Aber sogleich fuhr Telemachos auf und rief mit drohender Stimme, »Rechts so, Vater, bringe dem Manne den Bogen. Allen kannst du nicht gehorchen, und jetzt befehle ich. Ha, könnte ich nur diesen übermütigen Schwarm so in die Flucht jagen, als ich deiner Meister bin, so sollte mir mancher gar übel bedient das Haus hier verlassen. Ein lautes, schadenfrohes Gelächter folgte auf diese Worte. Indes ließen sie den Sauhirten gehen, der sich nun sogleich hinaus begab, um der alten Eurekleier zu sagen, wie sie die Mägde einschließen und keine derselben hinauslassen sollte, wenn sie Kampfgeschrei und Ächzen sterbender Männer im Saale vernähme. Auch Philötios, der Rinderhirt, schlich sich aus dem Saale, riegelte die Pforten des Hofes zu und band noch die Riegel mit starken Stricken und Bass zusammen. Dann kehrte er still zurück und nahm wieder seinen Platz neben dem Schauhirten ein. Aller freie Augen waren jetzt auf den Bettler gerichtet, der den Bogen in seiner Hand hielt, ihn von allen Seiten umwendete und mit forschenden Augen beschaute, ob etwa Würmer das Horn zernagt hätten oder sonst ein Schade geschehen wäre. Seht, sprach mancher der Jünglinge zu seinem Nachbar, wie klug der Alte den Bogen beschaut, ob er vielleicht einen ähnlichen zu Hause haben mag oder ob er diesen hier nachbilden will? Seht nur, wie er ihn umdreht, der Schlaukopf. Nun, das Spannen wird er sich doch vergehen lassen müssen, sagte ein anderer. Jetzt drückte Odysseus seinen Tisch beiseite, stemmte den Bogen auf die Erde und drückte den Kolben an seine Brost. Leicht, wie ein Sänger die Seite am Wirbel der Laute aufspannt, spannte er die straffe Sehne des Bogens, riß dann prüfend mit dem Finger daran und sie klang so hell wie einer Schwalbe Gezwitscher. In dem Augenblicke schmetterte ein heftiger Gewitterschlag durch das Haus, das alle Freier sich entsetzten, der König aber frohlockte über das günstige Zeichen des Olympiers. Darauf legte er einen Pfeil auf den Bogen und ohne von seinem Sitze aufzustehen oder lange zu zielen, schoß er durch die Öhre und verfehlte keines. Alle sahen in stummem Erstaunen, er aber sprach zum edlen Sohne, siehst du, Telemachos, dein Gast bringt dir nicht so viel Schande im Hause, als die edlen Herren hier im Dünkel sich einbilden. Nein, ich fühle es, noch ungeschwächt ist meine Kraft. Aber ich dächte, du sorgtest für den Abendschmaus der Wertengäste, weil es noch Tag ist, damit sie sich nachher noch des Gesanges Er begleitete diese Worte mit einem Winkel, den Telemachos sogleich verstand. Der Jüngling eilte hinaus, und nach einer Weile trat er bewaffnet wieder herein und stellte sich voller Erwartung und düstern Blicks neben seines Vaters Sessel hin, hinter welchen er heimlich Schild und Schwert für diesen gelegt hatte. Ende von Abschnitt 16 Abschnitt 17 von Odysseus von Karl-Friedrich Becker Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Siebzehnter Abend Das Rachegericht Rasch stand Odysseus auf, gürtete sich die Lumpen um den Leib, schüttete die Pfeile aus dem Köcher vor sich nieder zur Erde und sprang mit gespanntem Bogen auf die Schwelle. Den einen Wettkampf, rief er den Freiern zu, hätte ich vollendet. Jetzt wähle ich mir ein anderes Ziel, das noch kein Schütz getroffen hat. Lasst sehen, ob Apollon mir auch da Ruhm und Ehre verleihen wird. So sprach er, und in demselben Augenblicke flog der Todespfeil dem Antinoos Griff, um zu trinken. Zuckend stürzte er seitwärts vom Stuhle, der Becher entsank seinen Händen und aus dem Munde quoll ein dunkler Blutstrom hervor. Da lag er im Todeskampf sich auf der Erde wälzend und schlug mit den Füßen gegen den Tisch, daß dieser umfiel und Fleisch und Brot mit Staub bedeckt wurden. Ein allgemeiner Aufruhr entstand. Die Freier sahen sich vergeblich nach den Waffen an den Wänden um. Dann schrien sie alle zugleich, Mensch, bist du toll, zielst auf die Männer in deinem Übermute? Ha, Rasender, den besten Jüngling in Ithaka hast du getroffen, jetzt ist deine Stunde gekommen und die Geier sollen dein Fleisch fressen. Die Toren sie wähnten, der Held habe den Antinoas nur zufällig getroffen. Hörer Zittern machte, donnerte er sie an. Ha, ihr Hunde, ihr wähntet der Herr dieses Hauses und dieser Insel werde nimmer zurückkehren in die Heimat und darum verprastet ihr sein Gut, missbrauchtet ihr seine Dienerinnen und kränktet sein armes Weib jahrelang mit unverschämter Frechheit. Weder die strafenden Götter noch euren Ruf unter den Menschen habt ihr gescheut aber heute ist über euch alle der Tag des Verderbens gekommen wisset ich bin Odysseus und mein ist die Rache Odysseus bei diesem Namen ergriff die Freier bleiches entsetzen wie gelähmt starrten ihnen die Glieder alle schauten umher dem schweren Verhängnis zu entfliehen des Helden Blick aber war durchbohrend und zu seinen Füßen lagen unzählige Pfeile jeder Einbote des Todes bereits war der Bogen aufs Neue gespannt und in der Hand zuckte das Geschoss da sprach Eurymachos der Erste der in dem allgemeinen Schrecken die Fassung wieder fand wenn du wirklich Odysseus bist und gekommen um die Untaten der Freier zu vergelten so zirnest du zwar mit Fug denn viel ward des Unrechts in diesem Hause verübt aber deiner Rachsucht ist schon ein Genüge geschehen denn da liegt er der an allem Unheil schuld war wahrlich er kam nicht um deiner Gemahlin willen ihn lockte einzig der Gedanke selber als König in Ithaka zu herrschen und deshalb arglistig deinen Sohn aus dem Wege zu räumen doch nun hat er sein Teil dahin Unschuldige wirst du gewiß nicht strafen wollen siehe verlangst um dich zu versöhnen mit finsterm Blicke erwiderte ihm heftig Odysseus und wenn ihr alle euer Erbgut mir zu Füßen legtet so tilgte das nicht den ungeheuren Frevel Elende die ihr die Rache mir abkaufen wollt nein eure Stunde ist erschienen wohl auf ihr Helden tapfer meine Rinder zu erlegen kühn ein schwaches Weib und einen unerwachsenen Jüngling zu verhöhnen listig ihm mörderisch nachzustellen wohl auf jetzt gilt es list und tapferkeit und kühnheit gegen mich jetzt fechtet wenn ihr könnt nun so kommt Freunde rief Eurymachos der Mann lässt sich nicht abhalten von der Rache und wird kämpfen bis er uns alle getötet hat er greift die Tische statt der Schilde zieht die Schwerter und rennt auf ihn los wir insgesamt werden ja den einen wohl hinaus drängen aber er konnte nicht so schnell mit dem gezückten Schwerte hinter seinem Tische hervorspringen als Odysseus Pfeil ihm durch die Brust drang und wieder zur Schulter hinaus fuhr er taumelte schwindelnd über den Tisch hin krümmte und wand sich gleich dem zerschnittenen Wurme und schlug zuckend zu Boden bis Todesnacht die mit dem Schwerte durchbohren ehe dieser den Bogen wieder spannte und schon sprang er heran als Telemachus ihm von der Seite die Lanze durch den Rücken stieß daß sie vorn aus der Brust hervordrang er sank mit der Lanze nieder und Telemachus sprang schnell hinweg um sich eine andere zu holen indessen sandte der Vater Pfeil auf Pfeil unter den dichten Haufen und einer nach dem andern stürzte getroffen in den Staub ha welch ein Anblick da standen sie alle in die äußersten Winkel des Saales zusammengedrängt die letzten duckten sich hinter die vorderen nieder und diese bargen Gesicht und Brust hinter den vorgehaltenen Tischen der jähe Schrecken brach die Kraft ihrer Glieder und wie in großer Furcht auch der schnellste Läufer keinen Fuß bewegen kann so waren auch hier im ersten Augenblick den Jünglingen Arme und Beine wie erstorben daß sie des eines Mannes Pfeile nicht abzuwehren vermochten kein Schuss verfehlte seinen Mann und ob sie auch Kopf und Brust zu Schirmen suchten so fielen sie doch in den Unterleib oder in die Schenkel getroffen ächzend danieder Jetzt kam auch Telemachos wieder und brachte diese hatten bis jetzt nur zu Hütern der Seitentüren gedient damit keiner entflöhe Jetzt warfen sie sich schnell in die Rüstung und traten den Helden tapfer zur Seite Auch Telemachos nahm seinen alten Platz wieder ein und nun flogen von vier gewaltigen Männern geschleudert Pfeile und Wurfspieße wie zuckende Blitze durch die Länge des Saals und durchbohrten die Freier Aber der höchste Grad des Schreckens dauerte nur kurze Zeit Auch die Freier deren noch mehr als die Hälfte übrig waren fassten sich allmählich und dachten auf Flucht oder auf Verteidigung Jetzt schien es allen schimpflich ja unglaublich wie eine solche Schar vor vier Männern erzittern könne und Melantios der Ziegenhirt der besonnenste unter allen ergriff schnell ein verzweifeltes Mittel um die Freier zu retten Er schlüpfte unbemerkt durch die im Augenblick unbewachte Seitentür hinaus und holte vom Söller die Waffen herunter die Odysseus und Telemachos Weißlichter selbst verborgen hatten Auf einmal erschien zu Odysseus erstaunen die Hälfte der Vordermänner bewährt und unerwartet flogen Lanzen von dort her zu ihm und seinen Mitstreitern herüber Er erschrak denn jetzt Ausgange da er so manche Lanze bei sich vorbeisausen und hinten in die Wand fahren hörte Was ist das rief er bestürzt dem Telemachos zu indes er immerfort Speer auf Speer hinschleuderte denn die Pfeile waren längst verschossen Ha gewiß hat eine der Mägde oder auch Melanti aus ihnen Waffen herbeigeholt Sieh nur wie mutig sie jetzt schleudern Ihr Götter sprach Telemachos Das habe ich selber verschuldet Ich lehnte die Tür der Waffenkammer nur an und das hat der bübische Ziegenhirt benutzt Sieh da schleicht der Schurke schon wieder hinaus um neue Waffen zu holen Ha ihm nach Omeos Philotheos rief Odysseus Bindet ihn Hängt ihn auf hoch an den Balken Ich fechte indes allein mit meinem Sohne Wir werden ja schon den wild anstürmenden Haufen der Freier im Saale aufhalten Beide eilten dem Ziegenhirten nach und fanden ihn bereits auf dem Sölle Alsbald rissen sie ihn nieder banden ihm gewaltsam die Hände mit den Füßen zusammen und steckten dann durch diese Bande ein starkes Seil welches mit dem einen Ende an der Decke befestigt war Daran zogen sie ihn grausam in die Höhe so daß er krumm gebunden und von schrecklichen Qualen gepeinigt zwischen Decke und Fußboden schwebte In dieser Lage ließen sie ihn hängen und kehrten zum Gefichte zurück Hier waren unterdessen die beiden Kämpfer mehr als einmal in Lebensgefahr gewesen Als die Freier sahen daß sie nur noch mit Odysseus und Telemachus allein zu tun hatten faßten sie neue Hoffnung entfernt in den hintersten Winkeln sondern den Schild in der linken und in der rechten das Schwert kamen sie hervor gesprungen und verwandelten das Lanzenspiel in ein Schwert Gemetzel Auch Odysseus und Telemachus zogen rasch das scharfe Schwert von der Hüfte und mit Blitzess Schnelle ward hier ein Schädel gespalten dort ein Arm herunter geschlagen da eine Brust aufgeschlitzt Odysseus hielt sich noch auf der alten Stelle und keiner seiner kräftigen Hiebe ward vergeblich geführt aber Telemachus war schon zurückgedrängt und fast umzingelt auch floß ihm schon Blut aus einer leichten Wunde am Knöchel schwerlich hätten beide die gesamte Wut der Gegner noch länger ausgehalten wäre nicht eben in dem gefährlichsten Augenblicke Athene mit Schild und Speer und vom Haupt bis zum um sofort mit einem gewaltigen Stoße ihres Schildes die Nächsten zurückzuwerfen Ha Mentor Mentor rief Odysseus laut als sie die verkappte Göttin erblickte stehe mir bei Mentor es gilt mein Leben verlaß deinen Freund nicht in Todes Not da er dir viel Gutes getan hat Mentor verruchter Graukopf schrien die Freier alle unterstehe dich nicht diesen beiden hier zu helfen und uns zu bekämpfen denn wahrlich wenn wir sie besiegt haben so ergeht es dir fürchterlich und wehe deinem Hause und deinen Kindern die wir alle umbringen zum Hades ihr Hunde entgegnete die Göttin und schlug sie bei Haufen zu Boden das Telemachus erstaunte aber Odysseus ahnte die Göttin und schwieg doch focht er noch immer triefend von Schweiß und fast atemlos von der entsetzlichen Anstrengung jetzt traten die beiden Hirten wieder herein mit einem Vorrate frischer Lanzen aber Mentor nachdem er viele der Freier erschlagen und die übrigen wieder weit zurück in den Hintergrund gedrängt hatte ging hinaus und überließ den vier Männern noch eine gefährliche Arbeit sie aber voll hohen Mutes einer durch des anderen Tapferkeit gestärkt ließen nicht ab von dem stürmenden Angriff und warfen noch manchen Jüngling zu Boden denn jetzt ward wieder das Schwert mit dem Wurfspieße vertauscht und schrecklich zischten die Speere hin und her mit wunderbarer Gewandtheit wich der kampfgeübte Odysseus den heranfliegenden Lanzen aus oder schlug sie mit der linken Hand zurück indes die rechte unaufhörlich warf und immer traf die beiden Hirten waren schon in der Hitze des Kampfes Eumäos hatte einen Wurf von dem kühnen Ktesippos bekommen dafür zielte der Rinderhirte auf ihn und schleuderte ihn glücklich mit dem Speere zu Boden da du trotziger Prahler rief er nimm dies Ehrengeschenk für den Kuhfuß den du so geschickt zu werfen verstandest jetzt war der größte Teil der Freier gefallen einige hatten schon das Leben ausgehaucht die meisten krümmten sich noch stöhnend an den Spießen mit denen sie durchbohrt waren oder wälzten sich zuckend in ihrem Blute ein grässlicher Anblick ein weiter Saal voll Sterbender die hoch übereinander getürmt und unkenntlich vor Blut und Staub verzerrt von den Krämpfen der Todesangst da liegen und röcheln hinter ihnen noch ein paar Flüchtlinge die gleich gescheuchten Hühnern hin- und herlaufen um den Würfen zu entweichen manche ängstlich unter den Toten versteckt auf den Knien manche starr wie Bildsäulen in die Nischen der Wände gedrückt auf allen Gesichtern Toten Blässe Die vier Helden hatten abermals ihre Lanzen verschossen und jeder zog sich nun aus einem der getöteten eine heraus mit denen sie noch die übrigen lebenden von denen keiner mehr die Gegenwehr versuchte aufspießten unter diesem sprang jetzt schnell Laiodes hinter einer Säule hervor um faßte fliehend Odysseus Knie und rief laut um Erbarmen schenke mir das Leben bat er ich habe denn ich war ihr Opferpriester und verrichtete nur die heiligen Gebräuche und Gebete wenn sie von deinen Stieren opferten so entgegnete der König mit finsterem Blicke wenn du ihr Opferprophet gewesen bist so wirst du auch nicht unterlassen haben ihnen recht viel Böses von mir zu weiss sagen und Unglück genug von den Göttern auf mich herab zu bitten daß mir der Er bückte sich um das Schwert aufzuheben welches der Hand des Jährlings durchbohrten Amphinomos entfallen war und durchhieb den noch immer knienden Priester mit einem raschen streiche den Nacken daß der Kopf in den Staub hinrollte Dann wandte er sich mit dem Schwerte in die Tiefe des Saales um aufzuspüren wo etwa noch unter den Leichenhaufen ein Lebender verborgen wäre Todesbange zusammengekauert bei seiner Formings Weinend fiel er dem Könige zu Füßen als dieser bei ihm vorbeikam Gnade rief er Gnade Odysseus erbarme dich meine Dich selber würde es reuen den schuldlosen Sänger erschlagen zu haben der Götter und sterbliche Menschen besungen hat Sie keines Menschen Mund hat mich belehrt sondern ein gütiger Gott hat die Gabe des Gesanges mir in die Seele gelegt Auch dein Herz das lange geängstigte zu erfreuen ward mir die süße Stimme gegeben Siehe dein lieber Sohn Telemachos kann mir bezeugen daß ich nie freiwillig noch aus Gewinnsucht hierher kam dem Mut Willen der Freier zu frönen sondern daß sie immer nur mit Gewalt mich herbeigezogen haben Ja Vater sprach Telemachos der den Sänger bitten hörte Schone seiner er wenn er noch lebt er hat mich so treulich in der Kindheit gepflegt und mich immer neue Spiele gelehrt da ich ein Knabe war aber ich fürchte er liegt schon getötet unter dem Haufen während der Jüngling noch redete siehe da regte sich plötzlich unter einer großen Stierhaut die über einen Sessel gebreitet war und ein Mann kroch hervor und umfasste dem König die Knie Medon war's für welchen Telemachus soeben gebeten hatte nun es mag dir verziehen sein um des bittenden Sohnes willen sprach lächelnd Odysseus aber jetzt gehe mir hier fort hinaus in den Hof du und der Sänger bis ich alles im Hause vollendet habe wie sich gebührt er durchsuchte noch alle Schlupfwinkel fand aber keine lebendige Seele mehr und mit Staunen und Grausen überblickte er jetzt das fürchterliche Werk seiner Hände wie ein Haufe toter Fische die der Fischer aus dem Behälter gesondert und ans Ufer geworfen hat so lagen hier die Leichen der am Morgen noch so trotzigen Schwelger übereinander geschichtet da erst legte er kampfesmüde das Schwert aus der Hand und nahm den ehrenen Helm von dem schweißbedeckten Haupte geh rufe mir eure Kleier her denn ich habe noch etwas auf dem Herzen sprach er zum Sohne Telemachus ging und brachte die Alte Ha wie erstarrte sie über die wilde blutige Wallstadt aber furchtbarer selbst als die haufen der erschlagenen erschien ihr der Mann der ungeheuren Tat der wie ein Löwe gesättigt vom Fleische des zerrissenen Pflugstiers besudelt von Blut und Staub mit zornigen Blicken im Saale auf und nieder ging sie hob die Hände in die Höhe und frohlockte über den Erfolg aber Odysseus wehrte ihr und sprach mit verweisendem Freuen das Gerechtigkeit geübt worden ist aber zu jauchzen über erschlagene Menschen ist Unrecht sie haben nun ihren Lohn aber ich rühme mich nicht der schrecklichen Tat die Götter haben nur durch mich ihren Willen vollzogen jetzt nenne mir noch die Weiber im Hause die es mit den Freiern gehalten haben und mir ungehorsam gewesen sind gern will ich dir alles umständlich erzählen erwiderte die Alte mit lästiger Redseligkeit fünfzig Mägde dienen hier im Hause zu den verschiedenen Geschäften bestimmt davon haben sich zwölf allen Lastern ergeben und mich und deine Gemahlin auf jede Weise gekränkt aber höre doch vor allen Dingen soll ich nicht tortig hinaufgehen und die Königin wecken noch weiß sie gar nichts von dir denn eine Gottheit hat ihr mit bleienem Schlafe nicht doch Mutter wecke sie jetzt noch nicht erst rufe die zwölf Mägde hierher in den Saal gleich gleich rief die Alte und eilte hinaus wenn sie kommen vor Odysseus zu seinem Sohne und den beiden Hirten fort so mögen sie uns erst die Wohnung reinigen helfen ist das geschehen so lockt sie hinaus in den hinteren Hof treibt sie dort alle in den engen Gang zusammen und stoßt sie geschwind nieder da mögen sich ihre Seelen zu den Schatten ihrer Buhlen Gesellen als er so sprach da traten wehklagend die Weiber herein erschrocken über den Anblick und zagend für ihr eigenes Leben schleppt mir die Toten hinaus befahl Odysseus dort unter die Hallen legt sie nieder sie griffen widerstrebend an die Hirten halfen und Odysseus sah ihnen genau nach und ordnete alles als die Leichname hinaus geschafft waren befahl er den Fußboden zu fegen und das Blut und die Spuren des Fleisches von Tischen und Stühlen abzuwaschen hierauf winkte er dem Sohne der sprach zu den Mägden folgt mir und so führte er sie in den hinteren schmalen Hof der Kuh hirt und der sauh hirt folgten ihnen auf dem Fuße nach Freunde rief Telemachus sie sind es nicht wert eines gewöhnlichen Todes zu sterben viel zu boshaft haben sie an mir und der Mutter gehandelt drängt sie zusammen und greift eine nach der anderen heraus hier sind Stricke und in wenigen Minuten hingen sie sämtlich an der Wand wie eine Reihe Drosseln die sich in den Schlingen des Jägers gefangen haben Indessen duldete Melantios der Ziegenhirt oben auf dem Söller noch immer seine Folterqual Jetzt suchten ihn die Männer auf und gaben ihm den Tod nicht eher als nachdem sie ihn grausam verstümmelt hatten Dann schnitten sie ihm Nase und Ohren ab und hieben Füße und Hände vom Rumpfe Das Mordgeschäft war abgetan Nun wuschen sich die Hirten das Blut ab und gingen darauf in den Saal zurück Hier befahl eben Odysseus der alten Eurycleia Feuer anzumachen und Schwefel herbeizuholen dessen Dampfe man in jenen Zeiten eine fluchabwendende sühnende Kraft zuschrieb weil er dem Blitze dem himmlischen Feuer ähnlich zu sein schien Alles alles plapperte die geschwätzige Alte Ja ja du hast ganz recht mit Schwefel muss geräuchert werden und dann was meinst du bringe ich dir auch einen glänzenden Leibrock und Mantel mit daß du nicht so dastehst in diesen häßlichen Lumpen Feuer habe ich gesagt unterbrach sie Odysseus in heftigem tone da gehorchte sie schnell und erschreckt brachte sie Feuer und große Schwefelstücke Odysseus durchräucherte Saal und Vorhof indes jene die Mägde nun aus den Kammern ließ welche scharenweise herbeistürzten das rührte sein Herz die älteren von ihnen erkannte er alle wieder und drückte ihnen zum herzlichen Gruße die Hände Ende von Abschnitt 17